Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde einfach, dass wir viel zu wenig auf das Potenzial eingehen, was diese Art Magie birgt. Mein Konzept beinhaltet Grundlagenforschung an den Zeitumkehrern. Ich möchte im Laufe von fünf Jahren die Möglichkeiten evaluieren, die wir mit ihnen haben. Aktuell können Zeitumkehrer nur wenige Stunden überbrücken. Ich möchte erforschen, ob man diesen Zeitraum vergrößern kann. Das bringt dann natürlich das Problem der Rückkehr mit sich, welches das zweite Grundproblem meiner Forschung darstellt. Wenn mein Projekt erfolgreich ist, könnte man auf Grundlage meiner Ergebnisse weiterforschen und vielleicht sogar eines Tages in die Zukunft reisen. Das liegt jedoch in weiter Ferne. Zunächst geht es mir einfach darum, zu testen, inwieweit man normale Zeitumkehrer sicher und effektiv für größere Sprünge nutzen kann. Vielen Dank. Hermine Granger sah auf und in eine ganze Menge unbeeindruckter Gesichter. Nun, sie hatte gewusst, was sie tat, als sie beschlossen hatte, ihr Projekt dem Ausschuss für Fördermittel vorzustellen. Die saßen jede Woche in diesem Raum und hörten einer Nase weisen 22-Jährigen nach der anderen zu, wie sie ihre völlig utopischen Projekte präsentierten. Hermine lächerte sie freundlich an. Natürlich unterschied sie sich nicht groß von all den anderen jungen Forschern, die vor der Tür saßen und darauf warteten, von ihren Ideen zu erzählen. Nun, bis auf die Tatsache, dass ihr Projekt eine reale Grundlage und das Potenzial hatte, alles zu verändern. Hermine sah auf die Uhr, die über den Köpfen der Ausschussmitglieder vor sich hintickte. Sie hatte noch drei Minuten Zeit und nicht vor, die ungenutzt verstreichen zu lassen. Sie hatte nicht vor zwei Jahren eine Stelle im Ministerium abgelehnt und seitdem unermüdlich an dieser Theorie gearbeitet, um heute ohne einen zweiten Blick nach Hause geschickt zu werden. Haben sie noch Fragen? Ihre Stimme halte durch den kleinen Hörsaal. Nichts geschah. Dann hob sich hinten eine Hand. Sie wollen also versuchen, die Zeitsprünge, die mit den Zeitumkehrern gemacht werden können, zu vergrößern? fragte ein untersetzter Zauberer mit Spitzhut und Ziegenbart. Hermine nickte. Und einen Weg finden, wie man damit auch zurückspringen kann, sodass man nicht Wochen, Monate oder Jahre zweimal durchleben muss, ergänzte sie. Der Zauberer sah sie nachdenklich an. Sie sind sich der hohen Risiken bewusst? fragte er danach. Hermine nickte erneut. Ich bin mir bewusst, dass es im Verlauf der Testphase passieren kann, dass Mitglieder meines Teams ungeplant durch die Zeit reisen oder dass wir versehentlich Personen aus der Vergangenheit zu uns holen, berichtete sie. Meine Kollegen und ich haben zahlreiche Sicherheitsverfahren ausgearbeitet, damit das nicht passiert. Für den Fall, dass doch etwas schief geht, gibt es diverse Protokolle, wie mit den Situationen umzugehen ist. Sie werden verstehen, dass für den Fall, dass wir ihnen Mittel zur Verfügung stellen, wir uns vorbehalten, die Verfahren und Protokolle zu beurteilen und gegebenenfalls anzupassen, meldete sich nun eine ältere Hexe mit einer riesigen Menge weißer Haare zu Wort. Selbstverständlich, versicherte Hermine ihr schnell. Der Vorsitzende des Ausschusses räusperte sich. Wir werden ihr Projekt beurteilen und für einen Zuschuss in Erwägung ziehen, erklärte er und setzte einen Stempel in seine Akte. Seine Stimme klang geleiert und man merkte ihm an, dass er diesen Satz heute schon einige Male gesagt hatte. Bitte lassen Sie uns eine Abschrift Ihrer Unterlagen hier, damit wir sie noch einmal begutachten können. Hermine nickte erleichtert und trat vom Podest hinunter, um ihre Unterlagen anzugeben. Es war zwar noch keine Zusage, aber ihr Projekt war auch nicht sofort abgelehnt worden. Das war doch schon mal gut. Sie legte ihren Schwung Papiere vor den Vorsitzenden, der das mit einem Nicken zur Kenntnis nahm. Vielen Dank, Sie dürfen gehen, murmelte er. Nächster. Hermine war schon auf halbem Weg zur Tür, als hinter ihr jemand rief. Miss Granger, erlauben Sie noch eine Frage? Sie drehte sich um und sah, dass der untersetzte Zauberer von vorhin aufgestanden war. Sie sah ihn aufmerksam an. Wie haben Sie vor, mit dem Risiko umzugehen, Paralleluniversen zu kreieren oder Materie mit einem von ihnen auszutauschen? fragte er. Hermine lächelte schmallippig. Seit Jahrtausenden versuchen Zauberer wie Muggel bereits, die Existenz von Parallelwelten zu beweisen, sagte sie. Sie fanden nichts. Sie sah den Zauberer direkt in die Augen. Mit Verlaub, es gibt keine Paralleluniversen. Kapitel 1 Fünf Jahre später Hermine blinzelte. Wo war sie? Sie atmete ein und nahm einen Geruch wahr, der ihr viel zu vertraut war. Na gut, sie war also mal wieder im Sankt Mungus. Das hatte man wohl davon, wenn man mit hochexplosiver Magie experimentierte. Sie stöhnte leise. Es war viel zu hell. Schnell schloss sie ihre Augen wieder. Hoffentlich war nicht wieder alles kaputt gegangen. Hoffentlich war Stibborns nicht wieder in 1957. Es hätte sie sowieso schon Monate gekostet, alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber nein, ihr idiotischer bester Freund musste ja auch noch zu nah am Experiment stehen. Sie hätte leise in sich hineingelacht, wenn sie nicht noch halb bewusstlos gewesen wäre. Sie versuchte noch einmal, ihre Augen zu öffnen und ächzte leise. Diesmal war sie es wohl gewesen, die zu nahe gestanden hatte. Sie versuchte, die vorangegangenen Ereignisse zu rekonstruieren. Sie hatten einen Minimuff ins Jahr 1930 und zurücktransportieren wollen. Der Hinweg war gut gelaufen. Die Kommunikation mit Robbins, der sich vor drei Jahren bereit erklärt hatte, dauerhaft in der Vergangenheit zu leben, war stabil. Auf dem Rückweg war offenbar etwas schief gelaufen. Hermine grummelte unzufrieden. Sie wusste auch ganz genau was. Die Einstellungen an ihrer Konstruktion waren nicht richtig gewesen. Sie war hingegangen, um den Fehler zu korrigieren. Robbins, der Idiot, musste seinen Teil des Experiments zu früh gestartet haben. Sie erinnerte sich an einen orangenen Blitz und dann… Nun, offenbar hatten ihre Kollegen sie ins Krankenhaus gebracht. Hermine fühlte in sich hinein und versuchte herauszufinden, wo sie verletzt war. Sie erkannte das kribbelige Gefühl auf großen Teilen ihrer Haut, das der Dekompostionszauber beim Heilen von Verbrennungen hinterließ. Und ihr Schädel brummte. Hermine? fragte eine besorgte männliche Stimme neben ihr. Sie runzete ein bisschen die Stirn. War das Dippens? Er musste es sein, sonst kannte sie kaum jemand bei ihrem Vornamen. Harry oder Ron würden es ja wohl kaum sein. Die waren mittlerweile schon dran gewöhnt, dass sie regelmäßig hier landete, und so bekam sie, wenn sie nicht länger als zwei Tage hier war, meist nur einen sehr amüsierten, kurzen Brief von ihnen. Mhm, krummelte sie als Universalantwort, so wem auch immer, der da in ihrem Bett saß. Derjenige griff jetzt nach ihrer Hand, was Hermine ein bisschen irritierte. Niemand, den sie kannte, würde ihre Hand halten, nur weil sie mit ein paar Verbrennungen im Krankenhaus war. Oh, gut, du bist wach, sagte die Person. Hermine konnte die Stimme nicht zuordnen. Wer zur Hölle war das? Was? Erlaubte sich Dippens vielleicht einen Scherz mit ihr? Oder… In Hermines Kopf schrillten alle Alarmglocken. War sie diesmal versehentlich in der Zeit gereist? Nein, das konnte nicht sein, in der Vergangenheit kannte niemand ihren Namen. Andererseits trug sie auf Arbeit immer ihren Ausweis bei sich. Könnte es also sein? Welches Datum ist heute? krächtste sie. Die Hand, die sanft über ihre Strich, sehr beunruhigend wirklich, stockte. Welches… welches Datum? fragte der fremde Mann, hörbar beunruhigt. Sie nickte und versuchte erneut, die Augen zu öffnen, vergeblich. Er räusperte sich. 26. Juli 2006. Hermine atmete erleichtert auf. Das stimmte also. Jetzt musste sie nur noch herausfinden, wer der Unbekannte war, der in ihrem Krankenbett saß und ihre Hand streichelte. Ich hole mal lieber einen Heiler, okay? fragte er jetzt verunsichert und Hermine nickte. Das war vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Er verließ den Raum und sie konzentrierte sich darauf, ihre Augen zu öffnen. Vermutlich hatte sie eine Gehirnerschütterung gehabt. Der Heilzauber dafür löste bei ihr jedes Mal Kopfschmerzen und starke Bewegungsträgheit aus. Schließlich schaffte sie es doch. Der Raum sah genauso aus wie jeder andere im St. Mungus, in dem sie schon gelandet war. Also beschloss sie, ihre Augen wieder zu schließen. Nach einigen Minuten hörte sie draußen Schritte und die Tür öffnete sich. Hermine schlug die Augen wieder auf, was ihr schon bedeutend leichter fiel als beim ersten Mal. Eine ihr unbekannte, fröhliche Heilerin betrat den Raum, den Blick auf ihr Klemmbrett gerichtet. Hinter ihr war ein Hermine-Vage bekannter, blonder Mann. Sie vermutete, dass es der Fremde von eben war. Das war ja mal gar nicht gruselig. So, Mrs. Malfoy, erklärte die Heilerin, wie geht es Ihnen denn? Hermine verschluckte sich an ihrer eigenen Spucke. Mrs. Malfoy? Was zur Hölle ging hier vor? Der Mann eilte sofort zu ihrem Bett zurück und half ihr, sich aufzusetzen. Hermines Augen weiteten sich, denn jetzt, beim zweiten Hinsehen und mit dem heißen Tipp der Heilerin, erkannte sie ihren ehemaligen Schulkameraden doch. Ruckartig entzog sie sich seinem Griff. Mein Name ist Miss Granger, erklärte sie, zum Glück mit fester Stimme. Ich bin nicht verheiratet. Ich kenne diesen Mann nicht. Die Heilerin senkte überrascht ihr Klemmbrett und sah zwischen den beiden hin und her. Hermine sah zu Malfoy, der aussah wie ein begossener Pudel. Hermine, sagte er dann. Ich bin Strako. Sie starrte ihn immer noch mit dem besten Todesblick an, den sie kannte. Wir sind seit drei Jahren verheiratet, fügte er an und sah aus, als würde er jeden Moment anfangen zu weinen. Hermine hatte kein Mitleid. Ihr sind was? spottete sie. Malfoy, ich hab dich seit acht Jahren nicht gesehen. Mr. und Mrs. Malfoy unterbrach die Heilerin ihren Streit mit strenger Stimme. Miss Granger, korrigierte sie sich auf Hermines wütenden Blick hin. Sie hatten eine ziemlich starke Kopfverletzung, möglicherweise haben ihre Erinnerungen darunter gelitten. Hermine dachte kurz über die Möglichkeit nach. Aber ihr fehlten ja keine Erinnerungen, sie hatte ja nur die falschen offenbar. Was konnte bloß bei diesem Experiment schiefgelaufen sein, dass sich ihre Erinnerungen ausgetauscht hatten? Es sei denn... Hermines Augen weiterten sich ein wenig. Bei Merlins grün gepunktetem Lieblingsumhang, hätte sie beinahe laut gesagt, aber sie verkniffert sich gerade noch. Vielleicht waren es gar nicht ihre Erinnerungen, die ausgetauscht waren, sondern sie selbst. Verdammte Paralleluniversen! Möglicherweise gab es sie also doch. Es war natürlich nur eine Theorie, aber vielleicht... Vielleicht hatte sie bei diesem Unfall mit sich selbst aus einem anderen Universum den Platz getauscht. Genug Raumzeitmagie wäre dabei sicher freigesetzt worden. Also ein Paralleluniversum. Das war ja mal was Neues. Ein Paralleluniversum, in dem Hermine Granger offenbar mit Draco Malfoy verheiratet war. Wie zur Hölle war das passiert? Okay, okay, Hermine, sagte sie zu sich selbst. Was machen wir jetzt? Sie konnte ja schlecht behaupten, dass wir aus einem Paralleluniversum kam. Dann würde sie schneller in der Irrenanstalt landen, als sie einen Zeitumkehrer auseinandernehmen konnte. Sie atmete tief durch. Dann würde sie wohl mit der Ich-habe-mein-Gedächtnis-verloren-Story arbeiten und eigenständig versuchen, hier wieder rauszukommen. Vielleicht arbeitete diese Hermine Granger ja ebenfalls mit Zeitumkehrern und hatte ein Labor, mit dem sie zurücktauschen konnte. All das würde sie erst herausfinden müssen. Vielleicht war es also gar nicht schlecht, jemanden zu haben, der ihr bereitwillig alles über diese Welt erklärte. Sie musterte Malfoy, der sie noch immer besorgt ansah, und seufzte innerlich. Hätte es nicht jeder andere sein können? Okay, sagte sie leise zur Heilerin. Vielleicht, vielleicht habe ich Probleme, mich zu erinnern? Die Heilerin nickte. Es gibt eine ganze Reihe von Zaubern, die wir probieren können, um ihre Erinnerungen wiederherzustellen, erklärte sie. Hermine wollte schon ergeben nicken, als Malfoy sich sichtlich versteifte. Gibt es, gibt es keine andere Möglichkeit? fragte er zögerlich und seine Augen zuckten zu Hermine hinüber. Die runzelte überrascht die Stirn. Nun, sie würde sich nicht beschweren, wenn sie den Zaubern entkäme, die möglicherweise noch an ihren tatsächlichen Erinnerungen herumfuschen würden. Aber welchen Grund könnte er haben, normale Heilzauber abzulehnen? Die Heilerin wirkte ebenso überrascht wie Hermine. Nun, sie können es ganz konservativ versuchen, schlug sie vor. Nehmen sie sie mit nach Hause, bringen sie sie an bekannte Orte und schauen sie, ob die Erinnerungen von selbst zurückkommen. Sie sah einen Moment zwischen den beiden hin und her. Ich würde ihnen etwas Zeit geben, das zu besprechen, sagte sie dann und bedachte Hermine mit einem prüfenden Blick. Die sah hinüber zu Malfoy. Er raufte sich verzweifelt die Haare, dann versuchte er sichtlich, sich zu sammeln und straffte die Schultern. Er sah Hermine direkt in die Augen. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich hier bleibe? fragte er dann. Hermine war überrascht. Die Frage war berechtigt, schließlich war er für sie noch immer im Grunde ein Fremder. Aber für ihn war er offenbar ihr Ehemann und von daher hatte sie so, wie sie Malfoy in Erinnerung hatte, erwartet, dass er einfach bleiben würde. Ich kann auch gehen. Ich weiß nicht, wenn ich jemand anderem Bescheid sagen soll. Story oder Ginny oder Ron? Nein, alles gut. Und er brach ihn Hermine. Bleib, bitte. Sie versuchte etwas gegen ihre aufgestellten Nackenhaare zu tun, aber da war kein Reinkommen. Draco Malfoy löste bei ihr einen Fluchtinstinkt aus. Sie versuchte, sich einzureden, dass ihr alternatives Ich ihn ja offenbar mochte, er sich also durchaus geändert haben konnte. Oder vielleicht war er hier jemand ganz anderes? Rein logisch wäre es durchaus denkbar, aber Logik hält nicht viel gegen. Aber Logik tat nicht viel gegen das Kribbeln in ihrem Nacken. Trotzdem, wenn sie wollte, dass ihre Tarnung funktionierte, und das musste sie, zumindest bis sie mehr wusste, wer weiß, vielleicht waren Paralleluniversen hier etwas ganz Normales und sie würde gar keine Probleme haben, aber das wusste sie eben nicht. Dann würde sie mit ihm auskommen müssen, mit ihm nach Hause gehen und zusammen wohnen und ihn glauben lassen, dass sie die Frau war, mit der er verheiratet war, nur eben ohne Erinnerungen. Ich würde sie gerne noch eine Nacht hier behalten, einfach zur Sicherheit, und morgen früh können sie dann gehen. Die Heilerin schenkte ihnen noch einen letzten nachdenklichen Blick und wartete, bis Hermine genickt hatte, bevor sie den Raum verließ. Hermine rückte ihr Kopfkissen zurecht, sodass sie aufrecht und bequem sitzen konnte. Irgendetwas sagte ihr, dass sie ein sehr interessantes Gespräch vor sich hatte. Malfoy nahm wieder auf dem Stuhl Platz, auf dem er, wie Hermine vermutete, vorhin gesessen hatte. Er rückte allerdings sofort einige Zentimeter zurück, um etwas Abstand zwischen sie zu bringen. Eine weitere, sehr aufmerksame Geste, die Hermine überraschte. Was ist mit mir passiert? fragte sie, als ich unangenehmes Schweigen zwischen ihnen auszubreiten drohte. Malfoy biss sich auf die Unterlippe. Du bist bei uns zu Hause die Treppe heruntergefallen, berichtete er leise. Ich weiß nicht genau, wieso, ich war im Büro. Ich hab dich gefunden, als ich nach Hause kam. Es ist, du hast ziemlich seltsame Verbrennungen gehabt, bei denen sich keiner so recht erklären konnte, wo sie herkommen. Sie haben in deinem Körper eine merkwürdige Art Magie entdeckt, die aber allen völlig unbekannt ist. Hermine hörte aufmerksam zu und nickte. Sie vermutete, dass es bei dieser Magie um die restliche Raumzeitmagie handelte, die von ihrem Universentausch noch übrig war. Sie war vermutlich auch für die Verbrennungen verantwortlich. Ich erinnere mich nicht mehr, log sie, wobei es ja nicht ganz gelogen war. Sie wusste tatsächlich nicht, was die arme Hermine dieses Universums gemacht hatte, bevor sie ohne Vorwarnung aus ihrem Körper hinausgerissen und mit ihrem Alternativen selbst getauscht worden war. Malfoy schwieg betreten. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? fragte er dann. Hermine ächzte leise. Gute Frage für ihn, schlechte Frage für sie. Was sollte sie ihm sagen? Worin waren ihre Universen gleich? Worin unterschieden sie sich? War sie hier auch in Gryffindor gewesen? Hatte es einen Krieg gegeben? War sie in die Forschung gegangen oder hatte sie in dieser Welt vielleicht doch im Ministerium eine Ausbildung begonnen? Ich weiß nicht so genau, erklärte sie also vage. Da sind Schnipsel von Ereignissen. Ich kann sie nicht so recht zuordnen. Ja, das war eine gute Lösung. Darauf konnte sie ihre Coverstory aufbauen. Er holte einmal tief Luft und atmete zittrig ein und aus. Hermine hatte ein bisschen Mitleid mit ihm. Aus seiner Eingebung heraus griff sie nach seiner Hand. Er ließ sie überrascht gewähren. Wir schaffen das schon, murmelte sie leise. Ich schaffe das schon, korrigierte sie sich in Gedanken. Aber auf der anderen Seite arbeiteten sicher schon alle an einer Lösung des Problems. Sie hatten Stippens aus 1957 zurückgeholt. Sie würden auch Hermine wieder nach Hause bringen. Und sie würde von hier aus alles tun, um sie dabei zu unterstützen. Er lächelte schwach. Ich weiß, sagte er leise. Wir haben schon ganz andere Sachen geschafft. In seinen Augen lag eine Art Trauer, die Hermine in ihrem Leben noch nicht allzu oft gesehen hatte und diese auch nicht ganz zuordnen konnte. Sie versuchte, ihr Gesicht möglichst neutral zu halten und nicht zu zeigen, dass sie keine Ahnung hatte, wovon er sprach. Trotzdem schien er es zu merken und etwas in seinen Augen brach. Er schluckte und holte noch einmal tief Luft. Hermine sah auf die Uhr, die an der Wand hing. Die Besuchszeit war fast um. Sie hatte ihn eigentlich fragen wollen, warum er der Heilmagie so ablehnend gegenüberstand, aber ihr Gefühl sagte ihr, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für diese Frage war. Er folgte ihrem Blick und sei dann unsicher zu ihr zurück. Geh nach Hause, Draco, redete sie ihm gut zu und sein Vorname schmeckte seltsam auf ihrer Zunge. Ich komme schon zurecht. Er zögerte kurz, dann nickte er und stand auf. Ich hole dich morgen früh ab, versprach er. Sie lächelte. Einen Moment stand er unentschlossen im Raum, dann beugte er sich vor und drückte ihr einen sanften Kuss auf die Stirn. Ihre Augen weiteten sich überrascht, aber ihr Herz klopfte wie wild. Draco Malfoy hatte sie geküsst. Es war nicht unangenehm. Sowieso musste Hermine zugeben, dass dieser Draco Malfoy bei diesem ersten Eindruck wie eine Person wirkte, mit der sie gut auskommen könnte. Vielleicht war das ja der Unterschied zwischen ihren Universen. Sie hatte den Idioten Malfoy bekommen und ihr Gegenstück einen höflichen jungen Mann? Bis morgen verabschiedete er sich und ging zur Tür. Hermine lächelte. Bis morgen gab sie zurück. Und was sich vorhin noch wie ein Damoklesschwert angehört hatte, klang jetzt nach etwas, worauf sie sich ernsthaft freuen konnte. Zweites Kapitel Am nächsten Morgen stand Malfoy pünktlich um zehn bei Hermine vor der Tür. Die hatte soeben ihre Entlassungspapiere unterschrieben, mit Hermine Malfoy, das hatte sich vielleicht seltsam angefühlt, und die Kleidung angezogen, die ihr scheinbarer Ehemann ihr gestern mitgebracht hatte. Sie fühlte sich seltsam an, obwohl sie passte. Hermine Malfoy hatte einen drastisch anderen Kleidungsstil als Hermine Granger und als Hermine in den Spiegel sah, blickte ihr eine Fremde entgegen. Die Haare dieser Hermine waren bedeutend kürzer als ihre eigenen, denn während sie sie noch immer lang trug und sich nicht darum scherte, in welche Richtung sie heute wieder abstanden, hatte Miss Malfoy einen halblangen Bobschnitt. Es sah nicht schlecht aus, aber sehr erwachsen. Wie der gesamte Stil ihres Gegenstücks. Nun, sie war auch 26 und seit drei Jahren verheiratet, also schätzte Hermine, dass das ein durchgehendes Muster war. Sie selbst fühlte sich nicht wie 26, sondern eher wie immer noch 19. Sie forschte an ihren Zeitumkehrern, war viel unterwegs, lebte in einer stets chaotischen WG mit Stirpens und Rosa, einem Mädchen, das sie beide nicht leiden konnten, aber als Forscher verdiente man eben nicht viel, also musste es reichen, und hätte bei dem Gedanken, sich einen Ehemann zu suchen, bis gestern laut gelacht. Hermine Malfoy wirkte auf sie wie das genaue Gegenteil. Ihre Frisur und ihr Kleidungsstil schrien geradezu, »Ich bin zwar 26, aber ich verhalte mich wie 36.« Sie trug einen schmalen Goldring am Finger, lebte in einem Haus, das mindestens so groß war, dass es eine Treppe hatte, die man runterfallen konnte, und ihre rebellische Phase schien es gewesen zu sein, Draco Malfoy zu heiraten. »Bereit, nach Hause zu gehen?«, fragte Malfoy mit einem kleinen Lächeln. Hermine nickte. Sie war immer noch ziemlich unsicher, wie sie sich in seiner Gegenwart verhalten sollte. Immerhin schien er nichts mit dem Draco Malfoy gemeinsam zu haben, an den sie sich aus ihrer Schulzeit erinnerte, von daher beschloss sie, einfach so zu tun, als wäre er jemand anderes, den sie noch nie zuvor getroffen hatte. Was ja auch im Grunde stimmte. Sie hatte diesen Draco Malfoy noch nie getroffen. Vielleicht war er ja ein super Kerl, der noch nie einer Fliege etwas zu Leide getan hatte. Dann verdiente er es auf jeden Fall nicht, so behandelt zu werden, wie sie ihren Malfoy in dieser Situation behandeln würde. »Jep«, sagte sie also, und folgte ihm aus dem Zimmer hinaus und durch die vertrauten Gänge des Krankenhauses. Er ging geradezu im Stechschritt, als wollte er keine Sekunde länger hier verbringen wollen als nötig, und sie beeilte sich, ihm zu folgen. Hier drin und auch draußen, als sie das Hospital verließen, sah zumindest alles so aus, wie sie es in Erinnerung hatte, und in Hermine keimte die Hoffnung, dass dieses Universum und ihr eigenes doch gar nicht so unterschiedlich waren. Kaum dass sie draußen waren, entspannte Malfoy sich merklich. Sie liefen durch die Straßen von London, und Hermine fragte sich, wo sich ihr Haus wohl befand. »Wo wohnen wir?«, fragte sie also. Er startete sie vor einem Moment an, und es schien, als müsse er sich kurz an den Gedanken gewöhnen, dass seine eigene Frau nicht wusste, wo ihr gemeinsames Zuhause war. »Zu Fuß ungefähr fünf Minuten von hier«, sagte er dann, und nannte einen Straßennamen, der Hermine gänzlich unbekannt vorkam. Wieder liefen sie eine Weile schweigend nebeneinander her. »Warum musst du nicht arbeiten?«, wollte sie dann wissen. Er lächelte, und für einen Augenblick lag so viel Liebe darin, dass sie ein bisschen überwältigt war. »Ich habe mir freigenommen bis zum Wochenende«, meinte er dann, als sei das selbstverständlich. »Was es vielleicht auch war, wenn die Ehefrau gerade die Treppe hinunter gefallen war und ihr Gedächtnis verloren hatte.« Sie wollte noch weitere Fragen stellen, aber sie kam sich seltsam vor, ihn damit zu bombardieren. Er lief neben ihr, die Hände in den Hosentaschen, ihre kleine Reisetasche über der Schulter und sah sie von der Seite an. »Du kannst mich alles fragen, was du möchtest«, meinte er dann mit einem beinahe schüchternen Lächeln, als hätte er ihre Gedanken gelesen. »Ich werde mir Mühe geben, dir zu antworten.« Sie konnte nicht anders, als ihm ein kleines Lächeln zu schenken. »Ich glaube nicht, dass du dir bewusst bist, was du mir da gerade versprochen hast«, wagte sie einen Scherz. Er lachte leise. »Hermine, ich bin seit fünf Jahren mit dir zusammen«, erinnerte er sie. »Glaub mir, ich weiß, worauf ich mich einlasse.« Sie zuckte kurz mit den Schultern. »Okay«, sagte sie dann. »Was arbeitest du?« »Ich arbeite im Ministerium, in der Abteilung für magische Strafverfolgung«, antwortete er und lenkte ihre Schritte von der Hauptstraße hinunter in eine kleine Seitengasse. »Ich habe dort mit 19 eine Ausbildung begonnen, zeitgleich mit dir.« »Also haben wir uns da kennengelernt?« Hermine hielt gespannt die Luft an. »Jetzt wurde es wirklich spannend. Theoretisch müssten sie doch hier auch beide in Hogwarts gewesen sein, oder?« Malfoy lachte in sich hinein. »Naja, wie man es nimmt«, er wog seinen Kopf hin und her. »Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr?« Er sah sie hoffnungsvoll an. Hermine beschloss, ein kleines Risiko einzugehen. »Doch, so bruchstückhaft«, sagte sie. »Du in Slytherin, ich in Gryffindor. Ich mit Harry befreundet und du nicht so.« Sie sah ihn an und ein strahlendes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Hermine konnte nicht anders, als zu bemerken, dass er wirklich gut aussah. »Ganz genau«, er nickte. »Hey, schau mal, da kommt doch schon ein bisschen was zurück.« Es schmerzte Hermine in der Brust, zu sehen, wie große Hoffnungen er sich machte, aber sie hielt ihren Kopf aufrecht. Sie schlenderten die Straße hinunter und er sah sie gespannt an. Es gab ihr das Gefühl, dass sie direkt auf ihr Haus zuliefen und dass er hoffte, dass sie es erkennen würde. Aber sie hatte natürlich keine Ahnung, welches das Richtige war. »Da ist eine dunkle Erinnerung, dich ins Gesicht geschlagen zu haben«, versuchte sie ihn also abzulenken. »Ist das real oder war das nur Wunschdenken?« Sein Gesicht hältte sich ein bisschen auf. Offenbar hatten beide Hermines zumindest denselben Humor, mit dem sie punkten konnte. Er rieb sich verlegen mit der Hand über den Nacken. »Nein, das ist… das ist real«, gab er zu. Hermine war zufrieden. »Ich hatte es allerdings wirklich verdient.« Hermine nickte zustimmend. Er blieb auf einmal stehen. Sie sah sich irritiert um. Er sah sie irritiert an. Gleichzeitig traf sie die Erkenntnis und Hermine deutete auf ein schmales, hellblaues Haus, vor dessen Gartentor sie standen. »Ich bin gerade direkt an unserem Haus vorbeigelaufen, oder?« fragte sie leise. Er nickte betreten. Sie sah noch einmal an der Fassade hoch und runter. Es sah wirklich schön aus. Sie fragte sich, wie viel die beiden wohl verdienten, um es sich leisten zu können. Vielleicht, vermutlich, war da auch noch ein Teil vom Melfschen Vermögen drin. Mit einer kleinen Verbeugung bedeutete er ihr, durch das Tor in den Vorgarten zu treten. Sie stieg die drei Stufen zur Haustür auf und wartete, dass er kam und aufschloss. Stattdessen hielt er ihr einen Schlüsselbund hin. Zögernd griff sie danach und steckte den Schlüssel, den er separat gehalten hatte, ins Schloss. Es war ein seltsames Gefühl, eine Haustür aufzuschließen. Für gewöhnlich tat sie das immer mit Alohomora, oder sie apparierte direkt in die Wohnung hinein. Sie betraten einen schlichten Flur, trotzdem blieb Hermine der Mund offen stehen. Die Wände waren voller Fotos, von ihr und Malfoy, manchmal mit Harry, Ron und Jeannie, auf einigen erkannte sie Sabine und Nod aus ihrem Jahrgang, viele Fotos waren auch nur von ihr und einer ihr fremden Frau. Unwillkürlich deutete sie auf eines davon. Wer ist das? fragte sie. Malfoy entglitten alle Gesichtszüge. Das ist Dory, antwortete er leise. Astoria Bishop, deine beste Freundin. Hermine rutschte das Herz in die Hose. Sie hatte eine weibliche beste Freundin und es war nicht Jeannie. Jeannie war ihre beste Freundin für immer und ewig. Was ist mit Jeannie und Harry und Ron? fragte sie leise. Sie konnte sich kein Universum vorstellen, in dem sie die drei ersetzen würde. Malfoy zuckte mit den Schultern. Was soll mit ihnen sein? fragte er. Harry ist in Hogwarts, Jeannie immer mit ihrer Quidditch-Mannschaft unterwegs und Ron hat alle Hände voll zu tun mit dem Scherzartikelladen. Hermine runzete die Stirn. Ja, der Laden war viel Arbeit, aber er und George teilten sich das immer gut untereinander auf und so war es im Grunde okay. Was ist mit dem Laden? fragte sie also. Gregor zog verwundert die Augenbrauen zusammen. Das, was immer ist, sagte er dann. Es ist immer noch schwer, ihn ohne die beiden zu schmeißen. Ohne? Die beiden? Hermines Augen weiteten sich. Könnte es sein, dass hier... Malfors Augen verdunkelten sich. Sie sind im Krieg gefallen, erinnerte er sie leise. Weißt du nicht mehr? Sie starrte ihn an. Nein, wollte sie sagen. Weiß ich nicht, weil George doch lebt. Er ist verheiratet. Er hatte einen Sohn. Oh, machte sie dann betroffen, denn irgendeine Antwort musste sie ja geben. Nun, immerhin wusste sie jetzt, dass der Krieg auch hier stattgefunden hatte. Sie wollte gar nicht darüber nachdenken, wer hier vielleicht noch gefallen war und wer vielleicht nicht. Sie wandte sich wieder in den Fotos zu. Also habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Freunden aus Hogwarts? fragte sie enttäuscht. Doch, klar. Versicherte ihr eilig und deutete auf ein Bild, auf dem sie mit Harry, Ginny und Ron eine riesige Hochzeitstorte anschnitt. Du warst sogar Trauzeugin auf Harrys und Ginny's Hochzeit. Du bist noch immer gut mit ihnen befreundet, aber ihr seht euch eben selten. Story wohnt nebenan, ihr macht immer zusammen die Wäsche im Garten, du hilfst dir mit dem kleinen Scorpius. Nun, nicht mehr so viel seid. Er unterbrach sich selbst. Seid was? Hermine ging langsam durch den Flur, betrachtete die Fotos, auf denen sie zu sehen war, aber mit fremden Leuten an unbekannten Orten, lachend über einen Witz, den sie nie kennen würde. Malfoy antwortete nicht. Stattdessen ging er an ihr vorbei in einen weiteren Raum. Hermine folgte ihm und fand ihn in einer geräumigen Küche. Die Küche, dein Ein und Alles, präsentierte er lächelnd. Dein Heiligtum. Hermines Augen weiteten sich überrascht. Ich kann kochen, entfuhr es ihr. Das war ja lächerlich. Sie war bekannt für ihre Fähigkeit, alles Essbare zu vernichten, in dessen Nähe sie kam. Malfoy's Augen weiteten sich ungläubig. Du liebst kochen, erklärte er. Du verbringst fast jeden Nachmittag damit und am Wochenende backst du immer. Hermine ließ sich entsetzt auf einen der Stühle am kleinen Esstisch fallen. Ihr Gegenstück war eine Vorstadthausfrau. Eine von diesen weißen Frauen mittleren Alters, nur dass sie weder weiß noch mittleren Alters war, die jeden Donnerstag mexikanisch aßen, an unzähligen Küchenbörsaren teilnahm, zu Hause war und auf die Kinder aufpasste, die sie nicht hatte. Noch nicht, vermutlich. Es liebte, den Abwasch zu machen und für ihren hart arbeitenden Ehemann den Haushalt zu schmeißen. Malfoy sah sie besorgt an. Alles okay? fragte er. Sie seufzte. Ja, sagte sie dann. Es ist nur ein bisschen viel. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, damit mit 26 verheiratet und glücklicher Hausfrau zu sein, das ist alles, gestand sie dann und hoffte, er würde davon nicht beleidigt sein. Stattdessen lächelte er. Komm, ich zeig dir was, schlug er vor. Sie sah ihn zögernd an, dann auf seine ausgestreckte Hand. Er bewegte auffordernd seine Finger. Vorsichtig legte sie ihre Hand in seine und ließ sich von ihm hochziehen. Er führte sie zu einer weißgestrichenen Doppeltür, öffnete sie und schob sie bestimmt hinein. Ihre Augen weiteten sich. Es war wie in einem Traum. Die Wände voll mit Decken hohen Bücherregalen, dazwischen eine kleine Sitzecke mit abgewetzten Möbeln um einen Kamin. Es war ein gigantischer Gegensatz zu etwas klinisch wirkenden Küche und sie fühlte sich gleich bedeutend wohler. Sie drehte sich um und blickte in sein breit lächelndes Gesicht. Als du diesen Raum damals eingerichtet hast, hast du gescherzt, dass es schade ist, dass du ihn nie selbst völlig ahnungslos betreten würdest, erzählte er. Hermine glaubte ihm das aufs Wort, das hätte sie sich selbst auch gedacht, wenn sie dieses Zimmer so entworfen hätte. Er deutete auf eine kleine Sitzecke um einen niedrigen Glastisch. Hier sitzen wir abends immer zusammen, sagte er. Probehalber ließ sich Hermine in einen der arg abgenutzten Sessel fallen. Die Federn quietschen leise, aber er war wahnsinnig bequem. Was machen wir? Fragte sie. Er zuckte mit den Schultern und setzte sich auf das Sofa, bevor er mit dem Schwung seines Zauberstabs das Feuer entzündete. Unwürkürlich tastete Hermine nach ihrem eigenen, den sie in ihrer Tasche trug. Sie hatte ihn noch nicht benutzt, wusste aber auch nicht, ob es funktionieren würde. Würde ihr Stab wissen, dass sie nicht sie selbst war? Wenn ja, dann würde das ihre Rückreise bedeutend verkomplizieren. Oft lesen wir beide, jeder für sich, berichtete Malfoy. Hermine war überrascht, sie hatte nicht gewusst, dass er gerne las. Vielleicht war das ja eine Gemeinsamkeit von ihnen. Du liest meist Dachliteratur und wenn du eine Information findest, die du besonders spannend findest, dann liest du mir den Absatz vor. Hermine nickte, das machte sie selbst auch. Meist war Stippons, ihr unfreiwilliger Zuhörer. Ich lese viel Poesie, aber ich rezitiere auch gelegentlich einige Verse laut, wenn sie mir besonders gut gefallen. Hermine versuchte ihr Bild von Draco Malfoy, dem arroganten Reinblut-Quidditch-Spieler, der sich gerne über misslungene Zaubertränke lustig machte und es witzig fand, verlorene Erstklässler in die falsche Richtung zu schicken, mit dem Draco Malfoy von hier unter einen Hut zu bekommen, der Poesie las und sich geduldig anhörte, wie sie über ihre Sachbücher redete. Es war schwierig. Würdest du, setzte sie nach einigen Minuten Stille an, zögerte dann jedoch. Er sah sie aufmerksam an, also entschloss sie sich, die Frage doch zu stellen. Würdest du mir erzählen, wie wir zusammengekommen sind? Er blinzelte, dann nickte er. Woran erinnerst du dich noch? fragte er nach kurzem Überlegen, was uns betrifft. Wir waren zusammen in der Schule, mochten uns aber nicht, zählte sie auf. Dann war der Krieg und dann… Sie brach ab. Sie nahm sich vor, gleich morgen als erstes alles über den Krieg nachzulesen. Sie musste wissen, ob er hier genauso verlaufen war, wie in ihrer Welt. Draco nickte. Wir haben uns im Krieg nur zweimal kurz gesehen, weil du mit Harry und Ron unterwegs warst, Thor Kruxel zu sammeln, erzählte er, und sie nickte zustimmt. Beim ersten Mal wart ihr gefangen genommen und wurdet bei uns im Mainor untergebracht. Ich erinnere mich, sagte Hermine und ließ ihren Blick durchs Zimmer schweifen. Dann haben wir uns erst in Hogwarts wieder getroffen, wo Harry dir im Raum der Wünsche das Leben gerettet hat. Es war ein Schuss ins Blaue, aber zu ihrer Erleichterung nickte Malfoy zustimmend. Es schien erleichtert, dass ihre Erinnerungen langsam zurückkamen. Genau, du hast dann das letzte Schuljahr nachgeholt, während ich ein paar Monate lang um die Welt gereist bin, berichtete er weiter. Ich weiß noch, dass ich das Schuljahr wiederholt habe, meinte Hermine. Soweit stimmten die Welten offenbar noch im Wesentlichen überein. Natürlich konnte sie nicht für Malfoy sprechen. Aber dann ist da nichts mehr. Malfoy lächelte traurig. Aber hey, das ist doch immerhin ein Fortschritt. Dann haben wir zumindest den Punkt gefunden, bis zu dem du dich noch erinnerst. Das ist ein guter Anfang. Er klang nicht ganz so überzeugend wie seine Worte, aber Hermine beschloss, das nicht zu kommentieren. Sie musste ihm allerdings zustimmen, dass sie ziemlich nahe dem Punkt zu sein schien, an dem ihre Lebensgeschichte und die von Hermine Malfoy auseinandergingen. Du hattest damals irgendwelche wilden Ideen zu einem Forschungsprojekt mit Zeitumkehrern, aber als man dir einen Ausbildungsplatz in der Abteilung für magische Strafverfolgung angeboten hat, hast du dich dagegen entschieden, dieser Forschung nachzugehen, erzählte Malfoy und Hermine hätte jubeln können. Das war der entscheidende Punkt. Natürlich konnte sie nicht sicher sein, dass es die einzige Stelle war, an der sich die Universen unterschieden, aber es war für sie selbst ein wichtiger. Also, also habe ich zusammen mit dir und Harry diese Ausbildung gemacht, fragte sie, denn sie wusste, dass Harry ebenfalls dort arbeitete. Malfoy wirkte irritiert. Nein, da hast du was durcheinander geworfen, warnte er ein. Wir beide haben diese Ausbildung angefangen, aber Harry ist direkt nach dem Krieg ins Studium für Verteidigung gegen die dunklen Künste gegangen und seit vier Jahren Professor in Hogwarts. Hermine riss überrascht die Augen auf. Harry ist Lehrer geworden? fragte sie schockiert. Nicht Aurore? Draco lachte leise. Lass ihn das bloß nicht hören, er regt sich immer tierisch auf, wenn jemand exakt diese Worte zu ihm sagt, warnte er sie. Hermine verschränkte die Arme. Er hat mit dem Gedanken gespielt, aber sich dann dagegen entschieden, weil er nicht sein Leben lang Krieg spielen wollte. Er sagte, davon hatte er genug. Also ist er jetzt Lehrer, die Schüler lieben ihn. Hermine versuchte, sich Harry als Lehrer vorzustellen. Es fiel ihr überraschend leicht, weil sie gedanklich sofort wieder im fünften Jahr im Raum der Wünsche landete. Und jetzt, wo sie darüber nachdachte, Harry wirkte in ihrem Universum nicht besonders glücklich mit seinem Job. Vielleicht sollte sie ihm einen Karrierewechsel vorschlagen, wenn sie zurückkam. Also, wir haben zusammen die Ausbildung begonnen, brachte sie das Gespräch wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Malfoy nickte. Ja, und von da an war es recht langweilig. Am Anfang hast du ein bisschen rumgezickt, ich ein auf Macho gemacht, wir hatten einen höllen Konkurrenzkampf um die besseren Noten. Dann hat uns irgendwann ein Ausbilder vorgeschlagen, dass wir unser Potenzial verdoppeln könnten, wenn wir miteinander statt gegeneinander arbeiten würden. Wir haben es ausprobiert, es hat funktioniert. Dann sind wir irgendwann auf ein Date gegangen, dann auf ein zweites. Nach zwei Jahren Beziehung habe ich dir auf unserer Abschlussfeier der Ausbildung einen Antrag gemacht, du hast ja gesagt, wir haben geheiratet und ein Haus gekauft. Er mimte mit den Händen ein Feuerwerk. Ende der Geschichte. Hermine dachte darüber nach. Das klang gar nicht mal so wenig plausibel. Der Draco Malfoy, der ihr hier gegenüber saß, war ein netter Kerl. Sie konnte sich gut vorstellen, dass sie sich, nachdem sie einmal ihren Kopf aus den Vorurteilen gezogen hatte, Hals über Kopf in ihn verliebt hatte. Er war gut aussehend, intelligent, las offenbar gerne und viel und schien ihren Humor zu teilen. Im Grunde genau ihr Typ. Sie unterdrückte ein Gähnen und sah auf die wunderschöne Standuhr, die in der Ecke vor sich hintickte. Es war gerade mal zwölf Uhr mittags, aber sie hatte in der Nacht nicht viel geschlafen, die Unruhe darüber, in einem Paralleluniversum zu sein, hatte sie wachgehalten, außerdem ihr Brainstorming, wie sie möglichst schnell wieder hier rauskommen könnte. Wenn du willst, kannst du dich einfach nochmal für eine Stunde hinlegen, schlug Malfoy vor. Sie dachte darüber nach. Ich würde dann einen schnellen Einkauf machen. Sie nickte ergeben. Sie würde im Leben nicht bis heute Abend durchhalten, zumal ihr die Heilzauber noch immer in den Knochen steckten. Sie erhoben sich und Malfoy zeigte ihr den Weg nach oben, zum Schlafzimmer und Bad. Etwas unschlüssig stand er im Türrahmen ihres gemeinsamen Raumes. Wenn du willst, kann ich im Gästezimmer schlafen, solange du deine Erinnerung noch nicht wieder hast. spute er an. Ich meine, wenn du dich wirklich nur noch an mich aus Schulzeiten erinnerst, kann ich mir vorstellen, dass du dir ungern ein Bett mit mir teilen willst. Er grinste etwas schief, aber sie konnte sehen, dass es ein bisschen gequält wirkte. Sie nickte erleichtert. Ja, dieser Malfoy war deutlich erträglicher als der, den sie kannte, aber das hieß nicht, dass sie neben ihm schlafen wollte. Allerdings. Nein, ich gehe ins Gästezimmer, entschied sie. Er setzte zum Protest an, aber sie schnitt ihm das Wort ab. Ich erinnere mich ohnehin nicht an dieses Haus, erinnerte sie ihn. Für mich spielt es keine Rolle, ob ich in unserem Bett liege, und es fühlt sich an wie ein Fremdes oder ob es das Gästebett ist. Kein Grund, dass wir beide in ungewohnten Räumen schlafen. Vor einem Moment dachte sie, er würde diskutieren, aber dann gab er nach und nickte. Sie ging ins Schlafzimmer und griff sich das Bettzeug von der Bettseite, die er eben als ihre benannt hatte. Bevor sie die Tür des Gästezimmers hinter sich schloss, sah sie ihn noch einmal an. Er stand auf dem Flur und sah ein bisschen aus wie ein verlorenes Kind auf einem Bahnhof. Es tut mir leid, sagte sie leise, dass ich mich an nichts erinnere. Es ist hart für mich, aber für dich auch. Also sag mir, wenn ich irgendwas tun kann, um es dir ein bisschen leichter zu machen, okay? Er atmete etwas zittrig ein und nickte. Rudig aus, sagte er, und in diesem Satz klang mehr Zuneigung mit, als Hermine je für möglich gehalten hatte. Womit hatte ihr Gegenstück nur ihn als Ehemann verdient. Sie schloss die Tür hinter sich und lehnte sich dagegen. Sie musste dringend einen Weg zurückfinden, einfach damit dieser Draco Malfoy seine Hermine zurückbekam. Im Moment hielt er seine positive Maske gut aufrecht, aber Hermine konnte sich nur ausmalen, wie viel Trauer, Frustration und Wut er dahinter verbarg, über den de facto Verlust seiner Frau, die er offensichtlich wahnsinnig liebte. Hermine konnte nicht anders, als ein bisschen neidisch, auf sich selbst zu sein. Ich fiel in die Augen zu und sie kuschelte sich in ihrer Bettdecke, die nicht ihre war und die nach Weichspülerroch, obwohl Hermine in ihrem Leben noch keinen Weichspüler benutzt hatte, weil er total nutzlos war. Hermine erwachte nach drei Stunden und war zunächst völlig orientierungslos, bis sie wieder einfiel, wo sie sich befand. Zu ihrer Frustration musste sie feststellen, dass ihre Kopfschmerzen und auch der leichte Schwindel nicht besser geworden waren. Nebenwirkungen von den Heilzaubern konnten das nicht mehr sein, also nahm sie an, dass es etwas mit dem Transfer zu tun hatte. Seufzend schwang sie ihre Beine aus dem Bett und sammelte sich noch einen Moment, bevor sie aufstand und auf den Flur trat. Es war still im Haus, aber von unten aus der Küche hörte sie leise Stimmen. Offenbar war Malfoy nicht allein. Vorsichtig ging Hermine die Treppe hinunter und betrat die Küche. Am Esstisch saß Malfoy zusammen mit einer dunkelhaarigen Frau in seinem und Hermines Alter. Sie beide sahen auf, als sie den Raum betrat, und das Gesicht der Frau hält sich auf. Es war Astoria Greengrass, die auf vielen der Fotos im Flur gewesen war. Hermine erinnerte sich jetzt, wo sie vor ihr saß, auch an das unscheinbare Mädchen aus dem Jahrgang unter ihnen. Oder waren es zwei gewesen? Wie auch immer, anscheinend hieß sie mittlerweile Astoria Bishop und wohnte nebenan. Ich schlaf, Mütze, begrüßte sie sie mit einem freundlichen Blitzen in den Augen. Hermine brachte tatsächlich ein Lächeln zustande. Hallo, antwortete sie, auch wenn es etwas hohl klang. Ihre Augen huschten zu Malfoy, der sie gespannt ansah. Hermine wurde klar, dass er vermutlich gehofft hatte, dass der Anblick ihrer angeblich besten Freundin eine spontane Erinnerung hervorrufen würde. Hermines schlechtes Gewissen wuchs, denn natürlich war das nicht der Fall. Sie kannte Astoria nicht, auch wenn die Fotos im Flur etwas anderes sagten. Zum Glück schien Astoria nicht so niedergeschlagen wie Malfoy, oder sie tat zumindest sehr überzeugend so, und sie stand auf, umrundete den Tisch und streckte Hermine die Hand entgegen. Ich bin Astoria, sagte sie, ganz so, als sei es völlig normal, sich seiner besten Freundin vorzustellen. Hermine konnte trotzdem nicht umhin, etwas erleichtert zu sein. Du nennst mich meistens Story. Hermine griff stumm ihre ausgestreckte Hand. Was sollte sie auch sagen? Das Lächeln von Astoria wurde ein bisschen kleiner. Möchtest du einen Kaffee? bot sie an und deutete auf eine dampfende Kanne, die auf dem Tisch stand und die Hermine bisher gar nicht aufgefallen war. Hermine schüttelte den Kopf und blinzelte, um die schwarzen Flecken in ihrer Sicht zu vertreiben. Sie vertrug keinen Kaffee, das hatte sie schon vor Jahren festgestellt. Stippens trank das Zeug, als würde er Geld dafür bekommen, mit Milch, etwas über der Hälfte und zwei Stück Zucker und außerdem einem Löffel billigen Kakaopulver, als ob das Gebräu noch nicht süß genug wäre. Aber Hermine hielt sich an Tee und heiße Schokolade. Einige Momente standen die beiden Frauen sich gegenüber und keine sagte etwas. Dann setzten sie sich beide an den Tisch, wo sich die drei Anwesenden anschwiegen, dass Malfoy irgendwann offenbar die unangenehme Stille nicht mehr aushielt und sich räumte. Aber er wusste anscheinend auch nicht, was er sagen sollte, also räusperte er sich noch einmal und sah etwas hilflos zur Astoria hinüber. Hermine beschloss, sich aus der Situation zurückzuziehen, sodass die beiden wieder zu ihrem Gespräch von vorhin zurückkehren konnten. Stattdessen stand sie wieder auf. Ich würde ein bisschen in den Büchern stüpern, wenn das okay ist, sagte sie und deutete in Richtung Wohnzimmer. Herausfinden, wie die ganzen Infos sie in meinem Kopf herumschweren aneinanderpassen. Malfoy nickte, offensichtlich erleichtert. Hermine floh geradezu ins andere Zimmer. Einige Minuten später ging es ihr schon deutlich besser. Nicht körperlich, diese furchtbaren Kopfschmerzen und der Schwindel waren immer noch da, aber sie traute sich nicht, ihren Zauberstab zu benutzen. Wer wusste schon, was passieren konnte, vielleicht bewirken die Zaubersprüche hier etwas ganz anderes. Nein, körperlich ging es ihr noch immer ziemlich mies. Aber sie hatte sich zumindest ein halbwegs gutes Bild machen können, wie die Zeitlinie hier abgelaufen war. Der Krieg schien ziemlich genauso verlaufen zu sein wie in ihrer Welt und auch alles, was sie aus der Harry-Potter-Biografie, die der Harry dieser Welt offenbar selbst für Hermine kommentiert hatte, was ziemlich amüsant gewesen war, herausbekommen hatte, stimmte mit dem überein, woran sie sich erinnerte. Sie griff nach einem Zauberkunst-Lehrbuch, das genauso zerlesen war wie ihr eigenes Zuhause. Gerade hatte sie die ersten Seiten quer gelesen, da hörte sie, wie die Wohnzimmertür aufging. Sie sah auf, Malfoy stand im Türrahmen und musterte sie. Und? fragte er leise. Sie schlug das Buch zu und zuckte mit den Schultern. Ich glaube, dass ich mich an alles erinnere, was geschah, bis ich mit der Schule fertig war, erklärte sie, auch wenn mir da manchmal kleine Details fehlen, aber danach ist einfach nichts. Er nickte und sah so hilflos aus, dass sich Hermine das Herz zusammenzog. Sie legte das Buch zur Seite und klopfte neben sich aufs Sofa. Etwas zögerlich durchquerte er den Raum und setzte sich neben sie. Ich habe mir überlegt, dass wir morgen ein bisschen durch die Stadt gehen, schlug er vor. Ich zeige dir ein paar Orte, die du magst, und vielleicht… Er sah sie hoffnungsvoll an. Sie schloss kurz die Augen und versuchte, sich nicht ganz so schlecht zu fühlen, als sie sagte, ja, vielleicht… Sie ließ ihren Blick durch den Raum schweifen, um ihn nicht ansehen zu müssen. Er blieb an der Harry-Potter-Biografie hängen, die auf dem Tisch lag, wo sie sie vorhin durchgeblättert hatte. Auf dem Cover war ein großes Bild von ihm, wie er in die Kamera winkte. Seine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen, und wenn er den Kopf richtig drehte, dann spiegelte sich die Sonne in seiner Brille. Eine Welle der Sehnsucht überrollte Hermine. Seit sie hier angekommen war, war sie viel zu überwältigt von allem Neuen gewesen, um an die Menschen zu denken, die jetzt außerhalb ihrer Reichweite waren. Aber jetzt, nach 24 Stunden, traf sie dieser Gedanke hart. Harry fuhr sich auf dem Cover durch die Haare, und Hermine wollte nichts lieber, als zu ihm zu gehen und ihn in den Arm zu nehmen. Aber sie war hier, und selbst wenn sie Harry fände, würde er sie nicht kennen, zumindest nicht sie. Schnell wandte sie ihren Blick ab, aber auf einmal erinnerte sie alles in diesem Raum an ihre Freunde. Der rötliche Teppich hatte an der einen Stelle genau dieselbe Farbe wie Rons Haar, und das Buch, was da im Regal stand, war das Lieblingsbuch von Ginny, und die Tasse, die auf dem Tisch stand, erinnerte sie wieder an Stippons dämlichen Kaffee, und draußen lief eine ältere Frau vorbei, die überhaupt nicht aussah wie Molly Weasley, aber Merlin, Hermine wollte nichts lieber, als dass sie es täte. Sie wollte in ihr Labor zurück, oder in ihre WG zu Stippons und zu blöden Rosa mit ihren lackierten Fingernägeln, oder in den Fuchsbau, oder in Harrys und Ginny's Reihenhaus, das so hässlich senfgelb gestrichen war. Sie wollte nach Hause. Erst als Malfoy sie vorsichtig am Arm berührte und in eine Umarmung zog, bemerkte sie, dass sie angefangen hatte zu weinen. Hermine Granger weinte nicht. Höchstens mal aus Erschöpfung, wenn sie drei Nächte in Folge durchgearbeitet hatte. Sonst nie. Aber hier war alles furchtbar, und sie vermisste alles, und diese verdammten Kopfschmerzen wollten einfach nicht weggehen, und es tat einfach gut, von jemandem gehalten zu werden. Also ließ sie es zu und kuschelte sich an Malfoy, danach Kaffee und irgendeinem Parfumroch, was sie nicht kannte, aber was keiner der Männer, die sie kannte, je benutzen würde. Schließlich war sie ja offenbar mit ihm verheiratet, also war das sicher okay. Es wurde Wochenende. Story kam noch zweimal hinüber, um nach dem Rechten zu sehen, aber Hermine musste zugeben, dass sie mit ihr recht wenig anfangen konnte. Sie konnte sehen, dass Story vermutlich die beste Freundin von Hermine Malfoy war, sie war fröhlich und erwachsen und wahrscheinlich eine großartige Person, um gemeinsam einkaufen zu gehen oder zusammen zu backen. Aber Hermine hasste einkaufen, und sie konnte nicht backen, und darum fand sie ihre beste Freundin zwar nett, aber etwa auf dieselbe Art und Weise, wie sie Fleur Weasley nett fand. Prima, wenn man gemeinsam im Fuchsbau im Garten saß und ein lockeres Gespräch führen wollte, aber so anders als sie selbst, dass sie sich nicht vorstellen konnte, etwas anderes mit ihr zu tun. Während Story noch am Donnerstag entspannt gewirkt hatte, ganz so, als würde es sie überhaupt nicht belasten, dass ihre Freundin sie nicht erkannte, schwand diese Fassade zunehmend. Vielleicht fiel es Hermine auch leichter, sie zu durchschauen, aber auf jeden Fall wurde recht schnell deutlich, dass auch sie ziemlich bestürzt von den Ereignissen war. Malfoy, oder Draco, wie Hermine versuchte ihn zu nennen, stürzte sich völlig in das, was die Heilerin gesagt hatte und was er am Donnerstagabend gesagt hatte. Er zeigte Hermine ihre Lieblingsbücher, von denen sie einige kannte, aber die meisten nicht, nahm sie mit nach draußen, an all die Orte, an denen er und seine Frau schon auf Dates gewesen waren, kochte mit Stories Hilfe ihr Lieblingsessen, ein vegetarisches Curry, das Hermine noch nie gegessen hatte, aber von dem sie sofort beschloss, dass nur, weil es nicht bisher ihre Leibspeise gewesen war, es sie ja trotzdem werden konnte, und zeigte ihr zahlreiche Fotos und Briefe. Letzteres war Hermine besonders unangenehm, schließlich las sie fremde Briefe. Es schmerzte ihr in der Seele, dass er die ganze Zeit darauf wartete, dass sie sich wieder an alles erinnern und wieder die Frau sein würde, die erkannte, und sie fühlte sich furchtbar schuldig, zu wissen, dass sie ihm das nie erfüllen würde können. Nun, zumindest nicht, bis sie einen Weg fand, die Plätze zurückzutauschen. Sie hoffte, dass wirklich nur sie und eine weitere Version getauscht hatten und sie nicht noch weitere Alternativuniversen die Sache verkomplizieren würden. Es juckte ihr in den Fingern, endlich mit den Berechnungen anzufangen, und so war sie geradezu erleichtert, als er am Sonntagabend beim Essen sagte, ich muss ab morgen wieder arbeiten. Er stocherte in seinen Nudeln herum, es war in den letzten Tagen mehr als deutlich geworden, dass immer Miss Malfoy gekocht hatte, und sah sie entschuldigend an. Sie gab sich Mühe, nicht allzu glücklich auszusehen. Wenn er nicht hier war, konnte sie endlich anfangen, daran zu arbeiten, wieder in ihr eigenes Universum zurückzukehren. Kein Problem, erklärte sie und drehte einige Nudeln auf ihre Gabel. Draco beobachtete sie nachdenklich. Ich finde schon einen Weg, mich zu beschäftigen. Ich muss morgen nur zuerst in St. Mungus, um mir eine längere Krankschreibung zu holen. Sie steckte sich die Nudeln in den Mund. Draco entlitten alle Gesichtszüge. Ähm, er räusperte sich, das ist nicht nötig. Du, du bist noch zwei Wochen von der Arbeit befreit. Hermine sah ihn überrascht an und schluckte, bevor sie sagte, ich hab gar nicht gemerkt, dass sie mich schon einen Schein ausgestellt haben. Er sah sie eine Weile an und schob mit seiner Gabel die restlichen Nudeln auf seinem Teller hin und her. Du bist, warst schon krankgeschrieben, bevor du gestürzt bist, sagte er dann leise. Du hattest vor einer Woche bereits einen Unfall auf Arbeit, nachdem du für drei Wochen befreit wurdest. Hermine musterte ihn einige Augenblicke. Sie kannte ihn zwar erst seit einigen Tagen, aber es reichte, um zu wissen, dass sie ihr nicht die ganze Wahrheit sagte. Zwei Unfälle in so kurzer Zeit? fragte sie also beeindruckt. Na, ich bin ja ein Glückspilz. Sie lachte ironisch, aber er stimmte nicht ein. Was ist passiert? Er zuckte mit den Schultern und schob seinen halbgefüllten Teller von sich weg. Nichts Dramatisches eigentlich, erklärte er, und es klang, als hätte er es einstudiert. Wir hatten Duelltraining, das müssen wir einmal im halben Jahr machen, gehört zum Standard. Ein Zauber schlug quer und du warst in seiner Bahn. Es war nichts Schlimmes, nur eine kleine Brandwunde, nichts, was nicht jeder Heiler wieder hinbekommen würde. Aber der Heiler, der sich darum gekümmert hat, war total unfähig, also lief etwas schief. Daher kam also vermutlich das seltsame Kribbeln in ihrem Körper, welches nicht besser werden wollte. Hermine atmete erleichtert auf, das hatte ihr schon Sorgen bereitet. Die Kopfschmerzen wurden langsam besser, aber ihr war noch immer ziemlich oft schwindelig und irgendwie war das Körpergefühl nicht richtig. Andererseits war es ja auch nicht ihr Körper, also vielleicht lag es auch einfach daran. Wolltest du deshalb nicht, dass die Heiler versuchen, mein Gedächtnis wiederherzustellen? fragte sie neugierig. Er nickte. Ich wollte nur nicht, dass wieder etwas Schlimmes passiert, murmelte er. Dann stand er abrupt auf und brachte das Geschirr dazu, sich selbst abzudecken. Hermine blieb am Tisch sitzen. Seine Antwort brachte Licht ins Dunkel, aber sie wurde das Gefühl nicht los, dass er nicht alles gesagt hatte. Andererseits ging es sie ja im Grunde auch nichts an, oder? Schließlich war es nicht sie gewesen, die von diesem Zauber getroffen worden war. Sie seufzte, stellte ihre Neugier hinten an und beschloss, erst einmal nicht weiter nachzubohren. Kapitel 4 Der Montag kam, Draco ging zur Arbeit und Hermine begann mit ihrer. Sie verbrachte große Teile ihrer Zeit in der Bibliothek und las alles, was sie zum Thema Zeitumkehrer finden konnte. Leider war das Feld eine ziemliche Enttäuschung. In ihrem Universum hatte sich auch kaum jemand für Zeitreisen interessiert, bis sie ihr Projekt vorgestellt hatte und mal locker 80% aller Publikationen zu dem Thema waren von jemandem aus ihrem Team geschrieben worden. Hier hatte es das Projekt nie gegeben und offenbar hatte das Team ohne sie nicht zueinander gefunden. Ihr gesamtes Forschungsinstitut existierte nicht. Das schmeichelte ihr natürlich ein bisschen, aber vor allem brachte es sie dazu, rastlos auf- und abzulaufen, weil sie keine Ahnung hatte, wie sie mal eben schnell sechs Jahre Forschung eines 14-Mann-starken Teams ersetzen sollte. Das kleine Notizbuch, das sie sich gekauft hatte, füllte sich in rasendem Tempo mit allen Bruchstücken, die ihr noch aus dem Kopf einfielen. Zaubersprüche, Schemata, Gleichungen. Sie zeichnete und rechnete und versuchte, die Lücken zu füllen. Nach drei Tagen gab sie auf. Ihr fehlte ein wichtiger Teil der Forschung, den sie dringend brauchte, weil es ihre Grundlage zur Funktion der Zeitumkehrer war und den sie nicht selbst rekonstruieren konnte, weil es nicht ihr Fachgebiet war und sie diese Thesen weder aufgestellt noch bewiesen hatte. Sie brauchte Hilfe. Sie brauchte Stippens. Es war ihr immer noch unangenehm, ins Schlafzimmer zu gehen, weshalb sie sich einige von Mrs. Malfoys Kleidungsstücken herausgenommen hatte, die sie nur mittelfurchtbar fand. In eine Jeansjacke von ihr hatte sie sich jedoch geradezu verliebt. Es war das einzige Kleidungsstück, was nicht entweder Mutter mittleren Alters schrie oder direkt aus einem Zauberer-Modekatalog von 1637 zu kommen schien. Und die zog sie sich jetzt über, bevor sie das Haus verließ. Mittlerweile hatte sie den Zauberstab einige Male benutzt und er fühlte sich seltsam an, tat aber seinen Zweck. Sie befürchtete nur, dass sie mit einem Stab, der essentiell ein Fremder war, auf keinen Fall die hochpräzisen Zauberwürde ausführen können, die sie brauchen würde, um irgendwann in ihr eigenes Universum zurückzukehren. Aber für den Alltag reichte es. Sie führte einen Suchzauber aus, um sicherzugehen, dass Story ihr nicht auf der anderen Seite der Hecke auflauerte. Vorgestern hatte sie die Wäsche aufgehängt und sie dann in ein einstündiges Gespräch verwickelt, sodass Hermine nur die Hälfte der Dinge geschafft hatte, die sie sich vorgenommen hatte. Eine solche Verzögerung wollte sie auf jeden Fall vermeiden und sie wollte auch nicht erklären müssen, wieso sie jeden Tag in die Stadt ging und was sie dort machte. Aber Story war nicht im Garten und so machte sich Hermine eilig auf den Weg zum nächsten öffentlichen Kamin. Sie hoffte und betete, dass Dibbons noch bei seiner Mutter wohnte. Daheim hatte sie ihn vor zwei Jahren überredet, endlich auszuziehen. Vielleicht war ihr hier niemand zuvor gekommen. Außerdem hoffte sie, dass er sich hier auch für Zeitumkehre interessierte. Das hatte er nämlich schon, bevor sie sich kennengelernt hatten. Sie erreichte die Adresse, an die sie sich vermutlich sogar noch erinnern würde, wenn sie tatsächlich ihr Gedächtnis verloren hätte, und drückte auf die Türklingel. Nichts geschah. Hermine trat nervös von einem Fuß auf den nächsten. War niemand da, oder hatte Dibbons nur wieder eine seiner paranoiden Phasen, in denen er die Tür nicht öffnete, weil er fest überzeugt war, dass ein Axtmörder hinter ihm her war? Zu seiner Verteidigung. Er war mal versehentlich ins Jahr 1867 gereist, wo ihn tatsächlich einer verfolgt hatte. Zu seiner Anklage, er hatte diese Angst schon vorher gehabt. Hermine drückte noch einmal auf die Klingel, und diesmal war sie sich sicher, dass jemand da war, denn sie hörte es im Haus rascheln. Ich bin kein Axtmörder, erklärte sie durch den Briefschlitz. Kurz war es still. Das ist genau das, was ein Axtmörder sagen würde, grummelte dann jemand zurück. Auf Hermines Gesicht breitete sich ein erleichtertes Grinsen aus. Das war Dibbons, den sie kannte. Das stimmt natürlich, gab sie zu. Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Sie beugte sich wieder zum Briefschlitz hinunter und sah hindurch, direkt in riesige, misstrauische, blaugrüne Augen. Hermine Granger? fragte er überrascht. Sie runzelte die Stirn. Er kannte sie? Jep, antwortete sie nur. Darf ich reinkommen? Es ist wirklich wichtig. Er tat für einen Augenblick nichts. Was? Vor vier Jahren weißt du mich einfach ab und lässt mich hängen und jetzt brauchst du meine Hilfe? grummelte er dann und richtete sich auf. Das ist wieder typisch. Hermine erhob sich ebenfalls aus ihrer hockenden Position. Das Schloss schnappte, als er nacheinander alle seine sicher zahlreichen Sicherungen und Schutzzauber aufhob. Was zur Hölle hatte ihr Gegenstück dem armen Stippons angetan? Also, was immer ich gemacht habe, es tut mir leid, erklärte sie während seiner Öffnungsprozesse. Er grummelte nur etwas Unverständliches. Die Tür schnappte auf, jetzt nur noch zurückgehalten von einer altmodischen Türkette. Was willst du? fragte er. Er sah ziemlich genau so aus, wie Hermine ihn in Erinnerung hatte, nur ein bisschen unfreundlicher. Noch unfreundlicher. Forschst du mit Zeitumkehrern? fragte sie zurück. Er schnaubte. Was soll ich sonst machen? spottete er und vergrub seine Hände tief in den Taschen seiner 80er-Jahre-Muggelhose. Gut zu wissen, dass zumindest sein Stil universenunabhängig war. Im Gegensatz zu dir lasse ich nicht eben schnell viel versprechende Forschung liegen, nur weil man mir einen Job im Ministerium anbietet. Nicht, dass man mir je einen angeboten hätte. Hermine ging ein Licht auf und langsam setzte sich in ihrem Hirn ein Puzzle zusammen, was hier passiert war. Offenbar hatte die Hermine dieses Universums ebenfalls mit der Erforschung von Zeitumkehrern begonnen und sie dann aber, im Gegensatz zu ihr selbst, aufgegeben. Und Stilbons Forschung war revolutionär gewesen, aber die echten Durchbrüche hatten sie erst zu zweit geschafft, als sie ihre Ergebnisse kombiniert hatten. Tja, ich habe die Forschung nicht liegen gelassen, sagte sie. Im Gegenteil, aber etwas ist ziemlich schief gelaufen und ich könnte wirklich gut jemanden gebrauchen, der ein bisschen Ahnung hat. Also, lässt du mich rein oder nicht? Widerwillig zog er die Kette zur Seite und sie schlüpfte ins Haus. Sie zog sich die Schuhe und Jacke aus, wie sie es gelernt hatte, und ging dann in die stets chaotische Küche. Er folgte ihr Misstrauisch. Also, du bist Aurorin und so nebenbei forschst du in deinem Wohnzimmer an Zeitreisen? fragte er sarkastisch. Klingt ja aufregend. Hermine verdrehte die Augen. Ich bin keine Aurorin und forsche nicht in meinem Wohnzimmer, sagte sie und verschränkte die Arme. Ich arbeite in einem Labor mit einem Team. Und vor einer Woche wollten wir eine neue Technologie testen und etwas lief schief. Ich stand zu nah und jetzt bin ich hier. Damit hatte sie Steppons Neugier geweckt, und das wusste sie. Er stieß sich vom Türrahmen ab und kam näher. Du bist aus der Zukunft? fragte er begeistert. Von seiner grummeligen Persönlichkeit war nichts mehr zu merken. Stattdessen war jetzt sein begeisterter Forscher-Modus aktiviert. Hermine musste lächeln und schüttelte den Kopf. Ich komme aus einem Paralleluniversum. Lies sie die Bombe platzen. Steppons hielt inne. Seine Mundwinkel sanken wieder nach unten. Paralleluniversum, wiederholte er trocken. Klar. Sie sah ihn abwartend an. Es gibt keine Paralleluniversen, erklärte er. Ich habe dazu mehrere Thesen da, die du lesen kannst. Wenn mir nur der Autor einfallen würde. Ach ja, richtig, das warst du. Hermine verdrehte die Augen. Das würde sie sich vermutlich noch hundertmal anhören dürfen, wenn sie zurückkehrte. Tja, bis vor einer Woche habe ich das auch geglaubt, patzte sie. Und dann stand ich zu nah an einem Experiment und plötzlich wache ich im Krankenhaus auf und statt einer Forscherin für Zeitreisen bin ich eine Aurorin und wohne in einem Vorstadthaus mit meinem Ehemann, den ich nicht kenne. Sie sah Steppons wütend an. Er starrte für einen Moment zurück, dann begangen zu lachen. Nicht leise in sich hinein, sondern schallend. Er konnte gar nicht mehr aufhören. Und Hermine wollte wirklich weiter wütend gucken. Aber Steppons lachte und sie wusste, er war nicht ihr bester Freund Steppons, aber er war Steppons und wenn Steppons lachte, dann war es ihr noch nie gelungen, ernst zu bleiben. Okay, okay, sagte er, als er wieder halbwegs zu Atem kam. Also, du bist in dieser anderen Welt eine tolle Forscherin, die es geschafft hat, eine Maschine zu bauen, die einen versehentlich in ein Paralleluniversum schickt? Und was, du kennst mich? Drüben meine ich... Er ließ sich auf einen Küchenstuhl fallen und Hermine räumte einen Bücherstapel von einem anderen, um es ihm gleich zu tun. Ähm, ja. Sie kratzte sich am Hinterkopf. Ich kenne dich, wir... haben die meisten unserer Publikationen zusammengeschrieben. Wir arbeiten zusammen. Und wir wohnen zusammen. Über sein Gesicht huschte eine kurze Panik. Aber wir sind nicht zusammen, oder? fragte er alarmiert. Hermine verschluckte sich an ihrer eigenen Spucke. Nein, absolut nicht. Wir sind Freunde, du magst Typen, erklärte sie sofort. Dann wurde sie blass. Ähm, du magst doch... Typen hier, oder? Er blinzelte einige Male. Was? fragte er. Ich? Woher? Was? Er sammelte sich kurz. Wieso weißt du das? Hermine lächelte mitleidig. Weil ich aus einem Paralleluniversum komme, wo wir beste Freunde sind und du es mir erzählt hast, erklärte sie noch einmal. Ich, ähm... Du wohnst hier mit deiner Mutter und dein Zimmer ist oben links, aber du würdest lieber oben rechts wohnen, weil das Zimmer einen Balkon hat, aber es gehört einem Bruder und der gibt es nicht her. Du... Du hast als Kind mal Gitarre gespielt, weil du den Mogul Jimi Hendrix mochtest, aber als es nicht sofort geklappt hat, hast du es wieder aufgegeben. Du trinkst deinen Kaffee mit Kakao, was wirklich eklig ist. Du... Schon gut, schon gut, unterbrach er sie. Du bist in irgendeinem verkocksten Universum mit mir befreundet. Ich habe es verstanden. Und jetzt willst du meine Hilfe, wieder zurückzukommen? Habe ich das richtig verstanden? Hermine nickte erleichtert. Ganz genau. Sie zog ihr Notizbuch hervor. Ich habe alle Forschungsergebnisse aufgeschrieben, an die ich mich erinnere. Leider ist es nicht besonders viel. Ich hatte gehofft, dass du hier ein paar der Gleichungen und Thesen aufgestellt hast, die wir auch an meinem Universum genutzt haben. Sie hielt Ende und sah ihn an. Hilfst du mir? Er musterte sie mit verschränkten Armen und kippelte auf den hinteren Beinen seines Stuhls herum. Dann breitete sich ein riesiges Grinsen auf seinem Gesicht aus. Fangen wir an! Kapitel 5 Okay. Also die kleine Schraube muss da hinten ran. Dann einen Salutempus wirken. Dann das kleine Rädchen um 90 Grad drehen. Nein, in die andere Richtung. Genau. Jetzt einen Inredito. Vorsichtig drehte Stibbons das winzige Zahnrad ein kleines Stück und murmelte einen Zauberspruch. Als er fertig war, wischte er sich einige Schweißperlen von der Stirn und richtete sich auf. Es wäre so viel einfacher, wenn du das machen könntest, seufzte er und betrachtete das lächerlich kleine Gerät, was sie aus den Einzelteilen eines Zeitumkehrers gebastelt hatten. Hermine betrachtete es prüfend. Ja, aber blöderweise habe ich keinen funktionierenden Zauberstab und würde mit ziemlicher Sicherheit etwas kaputt machen, antwortete sie, ohne die Augen von den feinen gliedrigen Verbindungen zu nehmen. Sie sahen gut aus. Erleichtert atmete sie auf und drehte sich zu Stibbons um. Glaub mir, mir wäre es auch lieber. Weil ich so unfähig bin? Stibbons grinste, als er sich noch eine Tasse Kaffee einschenkte. Hermine verdrehte die Augen. Du schlägst dich tatsächlich ziemlich gut, sagte sie und fuhr sich durch die Haare. Sie hasste diese Haarlänge. So lang, dass sie nervten, aber nicht lang genug, um sie effektiv zusammenzubinden. Sie hatte große Lust, sie einfach abzuschneiden. Andererseits hoffte sie, dass ihr Gegenstück mit ihrem Körper nichts Drastisches anstellte, also war es nur fair, den Gefallen zu erwidern. Aber diese Fummelei wird definitiv leichter, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Sie griff nach ihrer eigenen Tasse, Himbeer-Tee, und für einige Momente standen sie nebeneinander und betrachteten ihr Werk. Eine Woche war vergangen, seit sie Stibbons aufgesucht hatte und seitdem hatte sie ihn sehr grob in ihre Forschung eingewiesen, von der sie mittlerweile zumindest etwa die Hälfte rekonstruiert hatte. Es reichte, um einen kleinen intertemporalen Kommunikator zu bauen, nun, zumindest theoretisch. Also damit kannst du Kontakt zu deiner Welt aufnehmen? fragte er und deutete auf das Gebilde, was etwa so groß war wie eine Pflaume. Hermine musste lachen. Nein, das ist ein Gerät, an dessen Baupläne ich mich bruchstückhaft erinnere, dessen restlicher Aufbau ich blind geraten habe und mit dem ich, wenn es funktionieren würde, in einem Universum durch die Zeit kommunizieren könnte, erklärte sie. Aber es funktioniert nicht, sonst würde es schweben und deshalb ist es effektiv nur ein Haufen Bauteile. Sie nahm noch einen Schluck von ihrem Tee. Großartig zu wissen, dass eine Woche Arbeit nicht völlig nutzlos war, kommentierte Stibbons das Ganze trocken. Hermine softste. Ich hoffe, dass ich es irgendwie dazu bringen kann, zu funktionieren, indem wir einfach ein bisschen was damit ausprobieren, bis was passiert. Sehr wissenschaftlich, ich weiß. Stibbons lachte leise und zuckte mit den Schultern. Also mich stört es nicht. Ich fand eh früher immer, dass du viel zu pingelig bist, sagte er. Ausprobieren ist genau meins. Und ich habe jetzt schon mehr gelernt, als in den letzten sechs Jahren, obwohl ich nicht einmal die Hälfte von dem verstehe, was du tust. Also nur zu, mach weiter. Hermine musste lächeln, denn das war so Stibbons von ihm und für einige Momente vergaß sie, dass es nicht ihr bester Freund war, der da neben ihr stand. Dann sah sie auf die Uhr. Ich sollte wohl nach Hause gehen, bevor Draco von der Arbeit kommt, erklärte sie. Stibbons nickte. Wenn es anfängt zu schweben, sage ich Bescheid. Er zwinkerte, denn ihnen beiden war klar, dass dieses Gerät in dem Zustand, in dem es war, definitiv nicht anfangen würde zu schweben, wenn man es keinem Wingardium unterzog. Hermine apparierte zurück ins Haus der Malfoys. Wenn sie nicht gerade mit Stibbons an ihrer Rückkehr arbeitete, las sie viel und probierte Dinge aus. Das führte dazu, dass sie mittlerweile wusste, dass alle Zauber, die ihr so einfielen, hier das Gleiche bewirkten wie daheim. Und obwohl sie sich nicht an die filigranen Zauber wagte, die bei den Zeitumkehrern nötig waren, traute sie sich immerhin wieder an die alltäglichen Dinge, die ihr zwar nicht einwandfrei gelangen, aber gut genug. Sie war jedoch nie so froh gewesen, mit 20 gelernt zu haben, ohne Zauberstab zu apparieren. Das Apparieren war für sie dringend nötig, denn anderweitig wäre es ihr gar nicht möglich gewesen, jeden Tag das Haus zu verlassen, ohne Fragen von den Nachbarn, insbesondere Story aufzuwerfen. Zum Glück hatte Malfoy strikte Arbeitszeiten und so war es völlig okay, wenn Hermine ging, nachdem er weg war und zurückkehrte, eine halbe Stunde, bevor er nach Hause kam. Sie wusste nicht so recht, was er dachte, womit sie den Tag verbrachte, aber da er sie nachmittags immer lesend aufwand und Hermine Granger in jedem Universum ein Bücherwurm war, nahm sie an, dass er davon ausging, dass sie das die ganze Zeit tat. Noch immer versuchte er, ihr Gedächtnis zurückzuholen, indem er ihr viele Fotos zeigte und Anekdoten erzählte. Hermine fand es interessant zu erfahren, wie sie und Draco Malfoy sich ineinander verliebt hatten, etwas, was sie für ganz und gar unmöglich gehalten hatte. Das Lustige war, dass er gleichzeitig völlig anders war als der Malfoy, an den sie sich erinnerte und doch exakt gleich. Er war schlagfertig und intelligent, hatte eine eiskalte Fassade, wenn sie in der Stadt unterwegs waren und er wirkte immer ein klein wenig überheblich. Aber er war eben auch witzig, nett, konnte nicht kochen, was er nicht davon abhielt, es doch wieder jeden Tag zu versuchen. Und er war so offensichtlich in seine Frau verliebt, dass es beinahe lächerlich war. Gleichzeitig respektierte er aber auch, dass er für sie ein Fremder war. Er war ein Gentleman und Hermine musste zugeben, dass sie das alles nicht kalt ließ. Sie mochte ihn, sie mochte ihn wirklich gern. Der Abend verlief wie immer. Er kam nach Hause, sie unterhielten sich eine Weile, er kochte, sie aßen und sie lasen noch etwas, bevor sie schlafen gingen. Hermine lag in ihrem Bett und ihr Kopf war voll von Gedanken. Irgendetwas fehlte, ein wichtiges Puzzlestück, damit der temporale Kommunikator funktionierte. Sie wusste, dass sie es wusste. Sie hatte diese Pläne hundertmal gesehen, aber sie hatte seit Jahren keine mehr gebaut, denn Stebons, ihr Stebons, hatte ihn perfektioniert und er hatte seinen Dienst getan. Sie hatte die Kommunikatoren in den letzten Jahren täglich benutzt, aber das hieß ja nicht, dass sie jedes Detail über seinen Aufbau wusste. Frustriert wälzte sie sich hin und her. Falls, nein, wenn sie zurückkehrte, würde sie für alle Mitarbeiter einen Kurs organisieren. Jeder von ihnen müsste doch einen Kommunikator bauen können, oder? Wieso war nicht schon viel früher jemand auf die Idee gekommen? Ach ja, weil der einzige von ihnen, der bisher in einem Experiment verloren gegangen war, Stebons selbst gewesen war. Hermine knipste ihre Nachttisschlampe wieder an. Sie konnte ohnehin nicht schlafen, da konnte sie auch die Skizzen noch einmal anschauen und hoffen, dass ihr noch etwas einfiel, ein kleines Detail oder irgendetwas, was sie und Stebons morgen weiterbringen würde. Sie griff unter ihre Matratze, wo sie ihr Notizbuch aufbewahrte. Es war nicht da. Sie stand auf und hob sie hoch, schüttelte die Bettdecke, aber es blieb verschwunden. In einem Moment der Panik dachte sie, sie hätte es verloren, müsste wieder von vorn beginnen. Dann erinnerte sie sich, dass sie heute recht knapp vor Draco nach Hause gekommen war und das Buch noch in ihrer Handtasche war, die sie unten im Wohnzimmer hatte liegen lassen. Kurz überlegte sie es, einfach dort zu lassen, das Licht zu löschen und schlafen zu gehen, aber sie war hellwach und wurde das Gefühl nicht los, einen Durchbruch zu schaffen, wenn sie jetzt noch einmal das Buch durchblätterte. Also stand sie auf, schlüpfte in Hermine Malfoys fürchterliche, aber sehr kuschelige rosa Plüschhausschuhe und wickelte sich in den dünnen Morgenmantel, den sie im Bad gefunden hatte und den sie in einem Laden höchstens fotografiert hätte, um sich später mit Ginny über den Modegeschmack anderer Leute lustig zu machen. Möglichst leise schlich sie über den Flur und die Treppe nach unten. Im Schlafzimmer war es dunkel und still, Draco schlief also vermutlich schon. Sie erreichte das dunkle Wohnzimmer problemlos und fand ihre Tasche mit dem Notizbuch. Eilig schlug sie es auf und blätterte darin, bevor sie auf dem chaotischen Couchtisch nach einem Bleistift tastete, von dem sie wusste, dass er dort irgendwo lag und hektische Ergänzungen in den Skizzen eintrug. Ein leises Ha! entfuhr ihr und sie versank völlig in ihren Korrekturen. Die Handtasche sank zu Boden und sie auf das Sofa, wo eine Idee zur nächsten führte und die Vorstellung eines funktionierenden Kommunikators immer realistischer wurde. Hermine erwachte von dem Geruch von Kaffee und einem sanften Rütteln an ihrer Schulter. Sie blinzelte und sah direkt in Dracos besorgtes Gesicht. Guten Morgen, murmelte sie und sah sich um. Sie war im Wohnzimmer. Verdammt, sie war noch immer im Wohnzimmer. Was bedeutete, dass sie über ihre Arbeit eingeschlafen war? Was bedeutete? Sie richtete sich abrupt auf und tastete um sich nach dem Notizbuch suchend. Suchst du das hier? fragte Draco und griff nach dem Heft, das geschlossen auf dem Wohnzimmertisch gelegen hatte. Eine Welle der Panik überrollte Hermine. Er hatte die Notizen gelesen. Du hast darauf gelegen, ich habe es zur Seite genommen. Hermine nahm die Teetasse an, die er ihr entgegenhielt, bevor er sich mit seiner eigenen Kaffeetasse in einen Sessel setzte und sie prüfend ansah. Ist alles in Ordnung? fragte er. Hermine rappelte sich auf und trank einen Schluck Tee. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass es das erste Mal war, dass sie ihm in Schlafklamotten begegnete. Obwohl er sie natürlich schon sicher hundertmal in dieser oder ähnlicher Aufmachung gesehen hatte, schoss ihr das Blut in die Wangen. Ja, antwortete sie. Er sah sie neugierig und ein bisschen beunruhigt an. Hermine wusste, dass sie ihn nicht am langen Arm verhungern lassen konnte. Sie musste ihm irgendetwas sagen, irgendeine Art Erklärung dafür, dass sie im Wohnzimmer eingeschlafen war, über einem Notizbuch voll von etwas, was für ihn überhaupt keinen Sinn ergab. Kurz überlegte sie, ihm einfach die Wahrheit zu sagen. Es ist nur, redete er weiter, als sie nichts sagte. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Die Sache ist zwei Wochen her und du erinnerst dich immer noch an nichts, was nach unserem Schulabschluss passiert ist. Und du bist anders als vorher. Und du machst dir offensichtlich Notizen, die keinen Sinn ergeben. Ich meine, ich habe eben kurz einen Blick darauf geworfen. Er seufzte und sein Tonfall wurde mitfühlend. Hermine, einige von den Zaubersprüchen, die du da aufgeschrieben hast, gibt es nicht. Ich, ich habe einfach Angst, dass du, er zögerte. Vielleicht sollten wir doch noch einmal einen Heiler aufsuchen. Hermine starrte ihn erschrocken an. So war das nicht geplant gewesen. Sie war nicht blöd, sie konnte sehr wohl zwischen den Zeilen lesen. Er dachte, sie war verrückt und er wollte sie wieder ins Krankenhaus stecken. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar dauerhaft. Und Hermine hatte keine Ahnung, wie sich Zauber, die ihre Erinnerungen wiederherstellen sollten, auf ihre tatsächlichen Erinnerungen auswirken würden. Zumal sie ja auch im St. Mungus keine Chance hätte, weiter an ihrer Rückkehr zu arbeiten. Es wäre ein Teufelskreis, aus dem sie nicht mehr herauskommen würde. Das dürfte auf gar keinen Fall passieren. Irgendetwas sagte ihr, dass es seine Meinung über ihren Geisteszustand nicht verbessern würde, wenn sie ihm jetzt erzählen würde, dass sie gar nicht seine Hermine war. Sie rutschte auf dem Sofa ein Stück in seine Richtung und legte eine Hand auf seine. Draco, murmelte sie sanft. Er sah sie an und in seinen Augen lag so viel Verletzung, dass es Hermine körperlich wehtat, als sie weitersprach. Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr erinnere. Ich gebe mir alle Mühe, dass sich das ändert. Es ist für mich genauso frustrierend wie für dich und ich wünschte, es wäre anders. Aber so ist es eben und wir müssen uns damit abfinden, dass es so lange dauert, wie es dauert. Sie griff nach dem Notizbuch und schlug es auf. Erinnerst du dich daran, dass ich, bevor ich im Ministerium angefangen habe, mit Zeitumkehrern forschen wollte? Er nickte und betrachtete einige ihrer Zeichnungen und Skizzen. Aber du hast damit aufgehört, erinnerte er sie, schon vor sieben Jahren. Er blätterte durch die Seiten mit verständnislosem Blick. Hermine lächelte, glücklich über die perfekte Ausrede, die ihr gerade eingefallen war. Tja, aber genau da hören meine Erinnerungen auf, sagte sie leise. Also ist es für mich, als hätte ich diese Forschung nie aufgegeben. In seinen Augen begann etwas zu leuchten, als er verstand. Also versuchst du, darüber einen Weg zu finden, deine Erinnerungen wiederzubekommen? fragte er. Hermine sah ihn kurz irritiert an. Ihr Plan war eigentlich gewesen, ihm zu erzählen, dass sie die Forschung einfach nicht aus ihrem Kopf bekam und sie deshalb aufschreiben wollte. Aber wenn er ihr schon so eine Vorlage gab, dann konnte sie die ja auch nutzen, oder? Ja, sagte sie also. Ich weiß, du vertraust den Heiler nicht, seit dieser Sache, die passiert ist. Ein undefinierbarer Gesichtsausdruck huschte über Dracos Züge. Und ich weiß, du versuchst alles, um mir zu helfen, mich wieder zu erinnern. Das hier ist mein Weg, zu versuchen, dass alles wieder so wird, wie immer. Und das war ja nicht einmal gelogen. Draco sah sie an, sah ihr direkt in die Augen und Hermine versuchte mit aller Kraft nicht daran zu denken, wie atemberaubend seine waren. Er lehnte sich nach vorne und drückte ihr einen sanften Kuss auf die Wange. Hermines Herz flatterte, dann setzte es kurz aus. Sie warf alle Vorsicht über Bord und ließ sich von ihm umarmen, verdrängte, dass er verheiratet war, und zwar technisch gesehen nicht mit ihr. Aber er war warm und er roch gut und er brauchte die Umarmung ebenso wie sie. Kapitel 6 Das Wochenende verging schleichend. Es juckte Hermine in den Fingern, weiter zu forschen, sich wieder mit Stippons zu treffen und ihre neuen Ideen auszuprobieren. Aber Draco war zu Hause und somit war es für sie unmöglich, das Haus zu verlassen. Zwar war sie erleichtert, dass er ihr die Geschichte mit der Forschung geglaubt hatte, aber sie nahm an, dass es wohl doch etwas zu weit gehen würde, ihm jetzt auch noch zu erklären, warum sie sich mit Leuten traf, die sie eigentlich nicht oder zumindest nicht so gut kennen sollte. Also war sie zu Hause und las. Sie versuchte noch immer herauszufinden, woher die Kopfschmerzen und der Schwindel kamen, die zwar nachließen, aber die sie immer noch ab und zu hatte. Außerdem wollte sie möglichst viel über diese Welt rekonstruieren, damit sie im Gespräch nicht irgendwann falsche Fakten nannte und sich damit entweder verriet oder ins Irrenhaus verfrachtet wurde. Bisher war sie in keinem der beiden Fälle wirklich weit gekommen, was vermutlich daran lag, dass sie weder ein Buch mit dem Titel »Die typische Symptome nach einem Weltwechsel und wie man sie behandelt« gefunden hatte, noch eines Namens »Top 10 Unterschiede zwischen diesem Universum und dem nächsten«. Oh Wunder. Zwischendurch nahm Draco sie mit in ein Museum, welches seine Hermine liebte und Hermine hätte nie gedacht, dass moderne Muggelkunst etwas für sie wäre, aber sie musste zugeben, dass sie ihr gefiel. Story kam zum Kaffee am Sonntagnachmittag und mangels anderer Themen fragte Hermine sie nach ihrem Sohn, Scorpius, der gerade zwei geworden war und ausgesprochen niedlich aussah, wenn er durch den Vorgarten rannte und Fußball spielte. Für eine stolze Vorstart-Mama, deren einziger Job es war, sich um Haus und Kind zu kümmern, hielt sich Story überraschend kurz, was sie Hermine bedeutend sympathischer machte. Sie hatte schon halb damit gerechnet, sich jetzt zwei Stunden lang anhören zu dürfen, wie toll es war, dass ihr Scorpi-Line schon sein eigenes Spielzeug aufräumen konnte. Aber stattdessen berichtete Story nur knapp davon, dass er gestern einen ihrer schönsten Teller kaputt gemacht hatte und dass er letztens mit seiner Kindermagie die Katze zum Schweben gebracht hatte, die seitdem einen großen Bogen um ihn machte, bevor sie das Thema wechselte. Abends kochten sie gemeinsam ein mittelmäßig gutes Curry, bevor der Kopf von Blaze Sabini im Kaminfeuer erschien und aus dem fernen New York um ein Gespräch mit seinem besten Freund bat. Hermine schnappte sich ihr Buch und zog sich nach oben zurück, um die beiden in Ruhe zu lassen. Eine halbe Stunde später hatte sie das Buch durchgelesen, was vor allem daran lag, dass sie wieder erwartend zwischendurch 200 Seiten übersprungen hatte, da sie eins zu eins ein Abdruck eines anderen Werkes waren, das sie vor zwei Tagen gelesen hatte, und sie hatte Durst, also beschloss sie, noch einmal nach unten zu gehen und beide Probleme zu lösen. Sie betrat die Küche und schenkte sich ein Glas Wasser ein. Aus dem Wohnzimmer drangen dumpfe Geräusche. Sie hatte sich gefragt, ob Draco wohl noch telefonierte, aber es machte den Anschein. Sie sah sich in der Küche um, ob sie vielleicht hier etwas zum Lesen finden würde, sodass sie ihn nicht stören müssen würde. Tatsächlich lag auf dem Tisch direkt neben der Tür zum Wohnzimmer ein Katalog. Es war nicht ihr Lieblingsgenre, aber es würde sie zumindest beschäftigen. Sie durchquerte die Küche und griff danach, als aus dem Wohnzimmer ein Geräusch zu hören war, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Unterdrücktes Schluchzen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, Blaze. Vor drei Wochen waren wir so glücklich. Es lief einfach alles perfekt und dann... Das Schniefen wurde lauter und Hermine verstand nicht mehr, was er sagte. Ohne weiter darüber nachzudenken, drückte sie ihr Ohr gegen die Tür. Nein, ich habe ihr nicht erzählt, was passiert ist, sagte Draco gerade. Sie hat genug mit sich zu tun, da muss sie nicht auch noch damit fertig werden. Es ist nur... Ich habe es aber noch nicht ganz begriffen, dass es... Er unterbrach sich selbst mit einem Schluchzen. Es fühlt sich einfach an, als wäre sie auch nicht mehr da und ich bin ganz allein. Und ich kann ihr das nicht sagen, weil es nicht fair ist, weil sie ja auch nichts dafür kann. Aber es ist, als wäre sie nicht mehr meine Hermine. Gerade jetzt, wo ich sie so sehr brauche. Seine Stimme brach zusammen und Hermine konnte nur Fetzen verstehen, als Blaze aus dem Kamin heraus versuchte, ihn zu trösten. Sie lehnte sich gegen die Wand und atmete tief durch, um die Tränen zu bekämpfen, die jetzt unerfallsam ihren eigenen Hals hinaufkrochen. Sie war beeindruckt gewesen, wie gut er sich unter Kontrolle hatte und sie schämte sich furchtbar, dass sie nicht daran gedacht hatte, dass er vermutlich in gewisser Weise um seine Frau trauerte, wenn sie nicht in der Nähe war. Einige Minuten stand sie einfach so da, dann schlug im Wohnzimmer die alte Standuhr neunmal. Sie hörte Blaze leise fluchen und sich dann hundertmal entschuldigen, dass er Draco ausgerechnet in dieser Situation verlassen musste. Der versicherte ihm ebenso oft, dass es überhaupt kein Problem war und dass er froh war, dass sie überhaupt miteinander gesprochen hatten. Hermine hörte das vertraute Geräusch von verlöschendem Flohpulverfeuer. Für einige Sekunden war es still, dann hörte sie die Federn des Sessels quietschen und unterdrücktes Weinen. Es klang so verzweifelt, dass es ihr in der Seele wehtat, tatenlos zuzuhören. Also öffnete sie vorsichtig die Tür und schlüpfte hinein. Er saß auf dem Sessel und hatte die Knie an die Brust gezogen. Er sah verletzlicher aus, als Hermine ihn je gesehen hatte und sie fragte sich, wie sie eben jemals die Maske des eiskalten Slytherin-Prinzen hatte abnehmen können. Seine Haare standen in alle Richtungen, sein Hemd am Morgen noch frisch gebügelt, war voller Falten und feuchter Flecke um den Kragen herum und seine Augen waren rot und verquollen. Als er sie sah, versuchte er sich in eine aufrechte Haltung zu bringen und wischte sich unwirsch mit dem Arm über die Augen. Sie setzte sich neben den Sessel auf den Teppich und legte ihre Hand beruhigend auf seine. Hey, sagte sie leise, es ist okay. Er schniefte etwas und winkte dann mit seinem Zauberstab ein Taschentuch zu sich hinüber. Tut mir leid, murmelte er, nachdem er sich die Nase geputzt und grob über die Augen gewischt hatte. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das mitbekommst. Hermine schenkte ihm ein kleines Lächeln. Du versuchst seit zwei Wochen alles, um meine Erinnerungen zurückzuholen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du selbst auch mal einen Moment brauchst, um mit der ganzen Sache fertig zu werden, versuchte sie ihm gut zuzureden. Irgendetwas gab ihr das Gefühl, dass ihr Gegenstück wesentlich besser darin war, Leute zu trösten, aber sie würde es zumindest versuchen. Er nickte. Da hast du vermutlich recht, aber ich mache sowas trotzdem lieber mit mir selber aus. Du kennst mich doch. Ein Schatten huschte über sein Gesicht. Oder, naja, eigentlich kennst du mich nicht. Er fuhr sich verzweifelt durch die Haare und lehnte sich müde im Sessel zurück. In diesem Moment sah er so erschöpft aus, so verzweifelt, und Hermine traf eine Sekundenentscheidung. Sie konnte nicht weiter lügen. Dieser Mann liebte seine Frau über alles und er verdiente es zu wissen, was mit ihr geschehen war. Und wenn er sie dann immer noch ins St. Mungus stecken wollte, dann würde sie wohl untertauchen müssen. Sie griff nach seiner Hand. Ich muss dir was sagen, erklärte sie fest, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Er sah sie überrascht an. Was? fragte er alarmiert und richtete sie auf. Hermine holte Tiefluft. Die Wahrheit. Er blinzelte, zog seine Hand aus ihrer. Die Wahrheit? wiederholte er dann. Was soll das heißen? Hermine stand auf und setzte sich auf das Sofa. Das heißt, dass ich dir gegenüber die letzten beiden Wochen nicht ganz ehrlich gewesen bin, sagte sie. Ich hoffe, du lässt mich erklären und hältst mich nicht für verrückt. Er sah sie misstrauisch an, sagte aber nichts. Stattdessen verschränkte er die Arme und sah sie erwartungsvoll an. Ich bin nicht Hermine Malfoy, sagte sie. Er nickte. Ich weiß, antwortete er. Ich weiß, dass du das denkst, weil du dich nicht daran erinnern kannst. Hermine seufzte. Mit meiner Erinnerung ist alles in Ordnung, widersprach sie. Aber ich bin nicht die Frau, die du seit sieben Jahren kennst und die du geheiratet hast. Eine steile Sorgenfalte erschien auf seiner Stirn und er setzte an, etwas zu sagen, aber sie hob die Hand, um ihn davon abzuhalten. Vielleicht ist es besser, wenn du mich erst ausreden lässt und dann all das sagst, was du zweifelsohne sagen wollen wirst, schlug sie vor. Er sah sie skeptisch an und für einen Moment sah es so aus, als wolle er widersprechen. Dann seufzte er und machte eine auffordernde Handbewegung. Hermine sah ihn prüfend an und begann dann zu berichten. Mein Name ist Hermine Granger und bis ich 20 war, verlief mein Leben ziemlich genauso, wie du dich erinnerst. Aber im Gegensatz zu der Hermine, die du kennst, habe ich das Ausbildungsangebot des Ministeriums abgelehnt und stattdessen die Forschung mit den Zeitumkehrern weiterverfolgt. Das hat auch ziemlich gut funktioniert, bis vor zwei Wochen, als ein Unfall dazu geführt hat, dass ich in einem anderen Universum gelandet bin. Hier. Draco sah sie ungläubig an und öffnete einige Male den Mund, um etwas zu sagen, wusste aber offenbar nicht, was. Anderes Universum? fragte er dann schließlich. Hermine nickte. Er lachte ungläubig. Ich meine, du musst zugeben, dass das ziemlich verrückt klingt. Hermine nickte und seufzte. Ich weiß, stimmte sie zu, was auch der Grund ist, warum ich dir bisher nichts gesagt habe. Ich hatte gehofft, so schnell wie möglich einen Weg zu finden, zurück nach Hause zu kommen. Dafür sind auch die Notizen, die du gestern gesehen hast. Er sah immer noch nicht so richtig überzeugt aus, was Hermine ihm aber nicht wirklich übel nehmen konnte. Nach einigen Minuten zuckte er mit den Schultern. Okay, sagte er dann. Nehmen wir an, ich glaube dir, was ich nicht wirklich tue, aber egal. Nehmen wir es an. Was hast du mit meiner Frau angestellt? Hermine überlegte kurz. Ich weiß es nicht, gestand sie dann. Ich kann nur spekulieren. Ich nehme an, wir haben durch meinen Unfall die Plätze getauscht, also ist mein Bewusstsein in ihrem Körper gelandet und ihres in meinem. Sie beobachtete Draco, der ihr aufmerksam und etwas besorgt, zuzuhören schien. Sollte es so sein, dann wird mein Team ziemlich schnell festgestellt haben, dass etwas nicht stimmt und ich traue ihnen auch zu, die gleichen Schlüsse zu ziehen wie ich hier. In dem Fall vermute ich, dass Dibbons mein Kollege die gleichen Protokolle angewendet hat, die wir für versehentliche Zeitreisende entworfen haben. Und was wären das für Protokolle? fragte Draco nicht, ohne ein gewisses Amusement. Hermine musste zugeben, dass das für ihn vermutlich alles sehr absurd klang. Mann erklärt ihr die Situation bestmöglich, sorgt dafür, dass sie gut untergebracht ist und dass sie möglichst wenig Kontakt zu der Zeit bzw. in diesem Fall der Welt hat, in die sie nicht gehört. Sie schenkte Draco ein beruhigendes Lächeln. Es geht ihr gut und ein 13-köpfiges Team arbeitet vermutlich gerade jede Sekunde daran, dass wir schnellstmöglich zurücktauschen können. Das schien ihn ein bisschen zu entspannen, auch wenn er immer noch nicht zu glauben schien, dass, was sie sagte, der Wahrheit entsprach. Hermine schwieg und beschloss, ihm ein paar Minuten zu geben, das alles zu verarbeiten. Woher weiß ich, dass du nicht einfach nur wirklich deine Erinnerungen verloren hast und jetzt verrückt wirst, fragte er dann. Hermine lachte leise und kratzte sich am Hinterkopf. Eigentlich gar nicht, gestand sie. Ich meine, ich könnte dir meine Forschung zeigen und dir beweisen, dass die Zaubersprüche, die deiner Meinung nach nicht existieren, doch etwas bewirken. Allerdings bräuchte ich dafür meinen eigenen Zauberstab, denn leider ist der deiner Frau nicht meiner und macht dementsprechend nur bedingt, was ich will. Draco schwieg. Dann stand er auf. Hermine sah ihn an. Ich würde da gerne darüber nachdenken, wenn das für dich okay ist, sagte er. Hermine nickte und erhob sich ebenfalls. Ich, darf ich diese Nacht noch hierbleiben, fragte sie. Ich verspreche, ich gehe morgen früh. Er sah sie überrascht an. Warum willst du gehen, fragte er dann irritiert. Hermine runzelte die Stirn. Ich bin eine Fremde, die zwei Wochen lang ungebeten in deinem Haus gelebt hat. Ich kann absolut verstehen, wenn du nicht willst, dass ich das weiterhin tue, sagte sie. Er verschränkte die Arme. Und wohin willst du gehen, fragte er. Hermine überlegte kurz, dann zuckte sie mit den Schultern. Er nickte. Dachte ich mir. Er kam auf sie zu und legte eine Hand an ihren Oberarm. Hermine sah auf, überrascht von der Berührung. Falls du doch meine Frau bist und nur verwirrt, würde ich es mir nie verzeihen, wenn ich dich einfach auf die Straße setzen würde. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann sollte ich dich ebenfalls im Auge behalten, denn wenn du es schaffst, zurückzutauschen, dann wüsste ich gern, wo meine Hermine gerade ist. Er lächelte etwas schief. Außerdem bist du in jedem Fall Hermine Granger. Und Hermine Granger, welcher auch immer es ist, ist in diesem Haus immer willkommen. Hermine nahm an, dass man ihr die Erleichterung ansehen konnte, als er sie in eine kurze Umarmung zog, bevor er ihr noch einen prüfenden Blick zuwarf und dann das Wohnzimmer verließ. In deinem Universum kennst du mich da überhaupt? fragte Draco am nächsten Morgen beim Frühstück. Hermine sah vom Tagespropheten auf, den sie gelesen hatte, um dem unangenehmen Schweigen aus dem Weg zu gehen. Hast du also beschlossen, mir zu glauben? gab sie eine Frage zurück, statt seine zu beantworten. Er zog damit in Schultern. Ich sehe nicht wirklich eine Alternative, antwortete er. Eigentlich nicht wirklich, aber falls du doch die Wahrheit sagst, dann klingt das für mich nicht so, als würde ich meine Frau jemals wiedersehen, wenn ich dich jetzt in St. Mungus sperre, also... Hermine musste grinsen. Vollkommen unereignet sich also, stichelte sie und erbrachte beinahe ein Lächeln zustande, bevor er wieder besorgt schaute und an seiner Kaffeetasse herumspiete. Ich denke, du kannst nachvollziehen, dass ich möchte, dass sie schnellstmöglich wieder hierher zurückkehrt, sagte er leise. Es geht ihr ohnehin schon nicht gut und das ist sicher nicht leicht für sie. Hermine fiel schlagartig der erste Unfall von Hermine Malfoy wieder ein, natürlich machte er sich Sorgen. Sie griff über den Tisch nach seiner Hand und drückte sie sanft. Wir bekommen das schon wieder hin, versprach sie ihm. Ich will genauso dringen, dass wir zurücktauschen wie du und wir sind auf einem guten Weg, glaub mir. Er atmete tief durch und nickte. Ich weiß, murmelte er und fuhr sich durch die Haare. Ist es verrückt, dass ich wirklich kurz davor bin, dir das alles abzukaufen? fragte er dann. Hermine musste lachen. Ist es verrückt, dass du deiner Frau, die letztens die Treppe hinuntergefallen ist und ihre Erinnerungen verloren hat, glaubst, dass sie eigentlich gar nicht eine Frau ist, sondern eine andere Version von sich selbst aus einem Paralleluniversum? fragte sie und zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, sag du es mir. Jetzt musste er auch leise lachen. Vielleicht werde ich ja auch selbst verrückt, fragte er dann. Hermine schmunzelte und zuckte mit den Schultern. Er nahm noch einen Schluck von seinem Kaffee. Du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Hermine zuck die Stirn kraus. Welche Frage? Ob du mich in deinem Universum kennst, wiederholte er. Hermine zögerte. Schon, gab sie dann zu, aber eben nur aus der Schule. Also, ich hab dich, oder naja, nicht dich, aber du weißt schon, Draco Malfoy aus meiner Welt, den hab ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Er schien zu überlegen, dann fiel ein Schatten über sein Gesicht. Oh, machte er leise. Dann kennst du mich quasi nur als verzogenen, arroganten Slytherin, hm? Hermine schnitt eine Grimasse. Naja, sagen wir mal so, versuchte sie diplomatisch zu formulieren. Ich war ein bisschen schockiert von der Vorstellung, mit dir in irgendeinem Universum verheiratet zu sein. Sie faltete den Tagespropheten zusammen und legte ihn auf den Tisch. Draco lachte in sich hinein. Das kann ich mir vorstellen. Er kratzte sich verlegen am Hinterkopf. Du hast es aber ziemlich schnell geschafft, meine Meinung über dich zu ändern, warf Hermine schnell ein. Ich bin selbst überrascht, aber du bist tatsächlich ein Mensch, mit dem ich gut auskommen könnte. Es freut mich, das zu hören. Draco stand auf und schwang seinen Zauberstab, sodass der Tisch begann, sich selbst abzudecken. Hermine erhob sich ebenfalls. Gemeinsam sahen sie zu, wie sich die Sachen wegsortierten, ordneten hier und da doch noch etwas um und sammelten ihr Zeug zusammen. Hermine hatte Draco mittlerweile auch eingeweiht, dass sie nicht den ganzen Tag zu Hause herumsahß, was ihn wie erwartet nach dem gestrigen Geständnis wenig überraschte. Sie dissaborierten zeitgleich. Stippens öffnete mit einem lässigen Schwung seines Zauberstabs die Haustür, sodass Hermine eintreten konnte. Auf dem Tisch dampfte ein Himbeertee für sie und er fummelte an dem kleinen Kommunikator herum. Hermine sah ihm dabei zu, während sie ihre Tasche auf einen nur halb vollgestellten Küchenstuhl fallen ließ. Na, erfolgreich? fragte sie, als er es nach zehn Minuten auf den Tisch legte. Er machte eine wegwerfende Handbewegung. Ich hätte genauso gut eine Schüssel Flohpulver daran vorbeitragen können, murmelte er. Bitte sag mir, dass du etwas gefunden hast. Hermine lächelte geheimnisvoll und holte ihr Buch hervor. Ich hatte am Wochenende tatsächlich noch einige Ideen, erklärte sie. Die gute Nachricht ist, dass es mit einigen Verbesserungen tatsächlich funktionieren könnte. Sie blätterte eifrig in ihren Notizen. Stippons sah ihr über die Schulter. Und die schlechte? fragte er dann skeptisch. Hermine lächelte etwas verkniffen. Wir müssen es noch einmal komplett auseinandernehmen. Am späten Nachmittag hatten sie tatsächlich die meisten Zauber rückgängig gemacht und einen großen Teil der Rädchen und Schrauben gelöst. Außerdem war Stippons jetzt voll im Bilde über die Situation im Hause Malfoy und Hermine wusste alles über den attraktiven jungen Mann, der nebenan eingezogen war, der immer Rosen für seine Großmutter kaufte und der Stippons immer grüßte, wenn sie sich trafen, wobei er immer ein bisschen rot wurde, was total süß war. Später als sonst apparierte sie nach Hause zurück und war zum ersten Mal nach Draco dort, der sich nach ihren Fortschritten erkundigte, bevor sie wieder in ihren allabendlichen Trott verfielen. So vergingen die nächsten Tage. Draco ging zur Arbeit und Hermine und Stippons bauten den Kommunikator vollständig auseinander und begangen dann, die neuen Erkenntnisse zu integrieren. Am Freitagmorgen fragte Draco beinahe schüchtern, ob er nach Feierabend, was bereits Mittag war, mal schauen dürfe, was sie so tat. Und da Stippons so oder so die ganze Zeit schon neugierig war, den Mann kennenzulernen, mit dem Hermine unfreiwillig verheiratet war, hatte sie ihn kurzum eingeladen, zu Stippons zu kommen, wenn er fertig war. Deshalb klingelte es gegen halb zwei mittags an der Tür. Stippons und Hermine sahen sich etwas zweifelnd an. Hermine hielt zwei kleine Teile fest, die sich keine Millimeter bewegen durften, während Stippons den Zauberstab zwischen die Zähne geklemmt mit einer kleinen Nadel in einem winzigen Schlüsselloch herumstocherte, um einen Draht an die richtige Stelle zu bekommen. Seine andere Hand hielt eine kleine Klappe offen. In einer Aktion, die Hermine gleichzeitig sehr faszinierend und ein bisschen eklig fand, drehte Stippons den Zauberstab in seinen Mund und bewegte seinen Kopf, sodass er die richtige Bewegung ausführte, um Draco ins Haus zu lassen. Da ist man froh, ungesagte Zauber gelernt zu haben, was? kommentierte Hermine das Ganze. Stippons verdrehte die Augen und machte eine auffordernde Kopfbewegung in Richtung des Kommunikators. Hermine lehnte sich nach vorne, um zu sehen, was er tat. Genau, jetzt er trat in diese kleine Öse da drüben und dann kann ich loslassen, wies sie ihn an. Draco war offenbar ihrer Stimme gefolgt und stand im Türrahmen. Er beobachtete interessiert, wie die beiden an dem kleinen Gerät herumfummelten. Stippons brauchte fast zwei Minuten, um den Draht richtig einzufädeln, dann atmeten er und Hermine synchron tief aus und ließen von dem Kommunikator ab. Hi, begrüßte Hermine ihren Zuschauer, der schwer beeindruckt aussah. Hallo, grüßte er zurück, die Augen noch immer auf das kleine Gerät gerichtet. Das sieht kompliziert aus. Ach, es geht schon, sagte Hermine gleichzeitig, als Stippons murmelte, ist es auch. Sie sahen sich an und Hermine schmunzelte. Es hängt wohl ein bisschen davon ab, wie gut man sich damit auskennt, räumte sie ein. Sie sah Stippons aufwandern an, der ihren Blick fragend erwiderte. Hermine sah demonstrativ zu Drago hinüber, woraufhin Stippons endlich einzufallen schien, dass es ja außerhalb seiner grummeligen Blase etwas gab, das sich Höflichkeit nannte. Er streckte die Hand aus. Stippons, nuschelte er in seine nicht vorhandenen Bart. Willkommen oder so. Hermine war schwer beeindruckt und musste sich das Lachen verkneifen. Die sozialen Fähigkeiten ihres besten Freundes waren wohl tatsächlich eine universelle Konstante. Drago ergriff die Hand. Drago Malfoy, sagte er. Danke für die Einladung. Stippons brummte nur etwas undefinierbares, was gleichzeitig eine Zustimmung, ein genervter Kommentar oder eine Beleidigung hätte sein können und stapfte hinüber zum Tisch, wo er wortlos die Kaffeekanne und den Wasserkessel hochhielt. Drago sei etwas unsicher zu Hermine. Möchtest du Kaffee oder Tee? übersetzte sie mit einem kleinen Augenverdrehen. Stippons legte Auffahrt in den Kopf schräg. Kaffee, entschied Drago wenig überraschend. Danke. Stippons holte eine Tasse aus dem Schrank und stellte sie auf den Tisch. Dann durchquerte er wieder den Raum und beugte sich über Hermines und seine Skizzen. Drago stand ein bisschen planlos im Zimmer, also beschloss Hermine, ihn aus seiner Starre zu lösen und winkte ihn zum Tisch, wo sie ihm Kaffee in die Tasse goss. Ist er auch aus deinem Universum? wisperte er. Hermine schüttelte den Kopf. Nein, sagte sie. Er ist von hier, aber er arbeitet mit Zeitumkehrern, also brauche ich seine Hilfe. Sie drückte Drago die Tasse in die Hand, die er dankend annahm. Aber du kennst ihn von deiner Seite, oder was? fragte er. Hermine nickte. Drüben ist er mein bester Freund. Wir wohnen zusammen und arbeiten zusammen, erzählte sie. Drago sah bei seiner Schulter. Warum kann er mich nicht leiden? fragte er dann noch ein bisschen leiser als vorher. Hermine musste lachen. Stippons kann niemanden leiden, informierte sie ihn. Es sei denn, er entscheidet sich bewusst dafür oder trinkt zu viel. Oder du redest mit ihm über seine Arbeit. Sie zuckte mit den Schultern. Er ist ein bisschen seltsam. Aber er ist eben ein Wissenschaftler, da darf man das wohl. Arbeiten wir jetzt weiter oder nicht? fragte Stippons laut von der anderen Seite des Raums. Hermine und Drago tauschten ein Grinsen, dann stellten sie ihre Tassen ab und gesähten sich zu ihm. Im Verlauf des Nachmittags bauten Hermine und Stippons einige kleine Teile ein und Drago wurde grob in ihren Plan, Kontakt zu Hermines Welt aufzunehmen, eingeweiht. Gegen Abend machten sie sich gemeinsam auf den Weg nach Hause. Wir könnten laufen, schlug Drago vor. Ich meine, es ist Sommer und das Wetter ist gut. Da hinten ist ein Stand mit Kürpispasteten. Was meinst du? Hermine sah ihn überrascht an. Zu einem abendlichen Spaziergang? fragte sie erstaunt. Meinetwegen gern. Sie steuerten auf den Straßenverkauf zu und bestellten sich das Essen. Ich hätte dich nicht für jemanden gehalten, der Pasteten von einem magischen Imbissstand am Burrow Market ist, bemerkte sie, als sie durch die Straßen schlenderten. Drago lachte leise in sich hinein. Lass mich raten, sagte er dann. In deiner Vorstellung bin ich jemand, für den eine Mahlzeit unterhalb eines Gourmet-Restaurants absolut undenkbar ist. Hermine seufzte schuldbewusst. Vielleicht, erwiderte sie ausweichend, mein Drago-Malfall kann dir auf jeden Fall dankbar sein, wenn ich ihm irgendwann noch einmal begegne. Es würde ihn sicher von den Socken hauen, wenn ich so mit ihm reden würde, wie ich jetzt mit dir rede. Sie zuckte mit den Schultern. Aber irgendwie käme ich mir auch ziemlich schäbig vor, ihn unhöflich zu behandeln, jetzt, wo ich weiß, dass er vermutlich gar kein schlechter Kerl ist. Drago kämpfte ein bisschen mit seiner Pastete, während er ihr zugehört hatte. Als er damit fertig war, reinigte er seine Finger mit einem schnellen Zauber, bevor er sie in seine Hosentaschen vergrub. Sie schlenderten durch einen Park, in dem Hermine noch nie gewesen war. Erzähl mir mehr von deiner Welt, bat er dann. Hermine sah ihn überrascht an. Was interessiert dich denn? fragte sie. Er zuckte mit den Schultern. Die Unterschiede von allem, meinte er. Und du, ich finde die Vorstellung seltsam, dass du vermutlich die Hermine Granger bist, die meine Frau hätte sein können, in einem anderen Leben. Und ich bin neugierig, wer diese Frau ist. Hermine überlegte kurz. Du hast zum Beispiel erzählt, dass du mit Stippons zusammenwohnst, schlug ihr ihr dann einen Anfangspunkt vor. Hermine nickte. Naja, als Forscher verdient man nicht so gut wie als Ministeriumsangestellter. Und da wir das meiste von unserer Ausrüstung auch selbst kaufen müssen, ist eben nicht viel übrig am Ende, begangen sie zu erzählen. Also wohnen Stippons und ich zusammen mit noch einer weiteren Person. Rosa, sie ist, Hermine suchte nach einem passenden Wort. Anders als wir, aber es geht. Draco schmunzerte. Ich verstehe, sagte er. Also wohnt ihr aus pragmatischen Gründen zusammen. Du hast also keinen Partner? Hermine musste grinsen, daher wehte also der Wind. Wieso? fragte sie scherzhaft. Eifersüchtig? Draco verdrehte die Augen. Neugierig, stellte er klar. Hermine schmunzerte. Also? Nein, sagte sie. Ich war nach dem Krieg kurz mit Ron zusammen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Vor allem, weil ich ja erst noch einmal zur Schule gegangen bin und mich dann voll auf die Forschung konzentriert habe. Und dann, dann war da noch diese kurze Geschichte mit Ella, einer Arbeitskollegin, aber auch das ging nicht lange. Sie zuckte mit den Schultern. Also nein, keine Partner. Wobei mich das auch nicht wirklich gestört hat, bisher. Sie verstummte und spürte Dracos Blick auf sich. Bisher? fragte er nach. Hermine blieb stehen, er folgte ihrem Beispiel. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Darf ich ehrlich mit dir sein? fragte sie. Er zog überrascht die Augenbrauen hoch. Selbstverständlich, sagte er. Hermine zögerte. Hier zu sein, in eurem Haus, in eurem Leben, meinte sie leise. Ich, ich bin ein bisschen traurig, das in meinem Universum verpasst zu haben, gestand sie. Versteh mich nicht falsch, ich bin gerne Forscherin, ich liebe alle Freiheiten, die ich habe und ich würde das alles um nichts in der Welt gegen euer Vorstadthaus und den Job im Ministerium eintauschen wollen. Aber ich habe gemerkt, wie du mich angeschaut hast, bevor du wusstest, dass ich nicht sie bin und ich beneide sie ein bisschen. Sie verstummte und sah zu Boden. Draco schwieg. Tut mir leid, murmelte sie. Eine sanfte Hand berührte sie vorsichtig an der Schulter. Sie sah auf. Draco sah sie direkt an und Hermine überrollte eine plötzliche Welle der Scham, sich ihm so anvertraut zu haben. Was sollte er schon tun? Es war ja nicht seine Schuld. Komm, sagte er ruhig und schob sie sanft an, sodass sie sich wieder in Bewegung setzen. Gehen wir nach Hause. Senkrecht Universum, Kapitel 8 Das Wochenende verlief zunächst wie gewohnt. Hermine und Draco verbrachten den Samstag gemeinsam, auch wenn er sie jetzt nicht mehr dazu zu bringen, versuchte, sich an Dinge zu erinnern, die sie unmöglich wissen konnte. Stattdessen zeigte er ihr einige Dinge aus seinem Leben, einfach um sie ihr zu zeigen. Und Hermine stellte fest, dass sie Gefallen an Dingen fand, die ihr Gegenstück mochte, die sie aber von sich aus nie ausprobiert hätte. Am Sonntag flote Draco ins Malfoy Manor. Wie er Hermine mitteilte, kam seine Frau mittlerweile ganz gut mit seinen Eltern aus und es hatte sich so eingebürgert, dass sie einen Sonntag im Monat bei ihnen zum Café eingeladen waren. Hermine jedoch hatte noch allzu lebhafte Erinnerungen an das Haus und deshalb beschlossen, in London zu bleiben. Mr. und Mrs. Malfoy hatten dafür größtes Verständnis gezeigt, da sie, ebenso wie alle Nachbarn und Freunde, immer noch glaubten, dass ihre Schwiegertochter ihre Erinnerungen verloren hatte. Dracos Mutter hatte sogar vorgeschlagen, dass sie es in diesem Monat ausfallen lassen konnten, damit Draco Hermine nicht allein zu Hause lassen musste und hatte das auch von sich aus kurz in Erwägung gezogen. Aber Hermine hatte ihn überredet, den Besuch dennoch durchzuführen. Das Wohnzimmer, die Bibliothek, die ihr Gegenstück eingerichtet hatte, gab ihr genug Lesestoff, um weit mehr als einen einzigen Sonntag, ohne ihn hier zu verbringen. Also machte Draco sich gegen Mittag auf den Weg zu seinen Eltern und Hermine betrachtete die Bücherregale, zog hier und da ein Berg heraus und las den Klappentext, bevor es sie sich für ein Buch über orientalische Magie entschied. Ihr Blick wanderte nach draußen. Es war ein herrlicher Sommertag und sie zögerte nur kurz, bevor sie beschloss, sich in den Garten zu setzen. Hinter der Küche gelangte man auf eine ebenerdige Terrasse, auf der einige Gartenstühle sowie ein Tisch gestellt worden waren. Dahinter erstreckte sich ein kurzes Stück Rasen und einige ordentlich gepflegte Blumenbeete. Hermine hob eine Augenbraue. Sie konnte sich Draco nicht wirklich beim Gärtnern vorstellen. Andererseits war es schwer zu glauben, dass sie selbst in irgendeinem Universum eine positive Wirkung auf Pflanzen haben könnte. Sie war in Kräuterkunde immer ganz gut gewesen und hatte das Fach auch interessant gefunden. Aber wenn es darum ging, eine Pflanze tatsächlich am Leben zu halten, versagte sie gnadenlos. Wie auch immer das Ehepaar Malfoy es tat, der Garten sah auf jeden Fall genauso perfekt aus wie alles andere in ihrem Leben. Vielleicht, überlegte Hermine, als sie es sich auf einem der Gartenstühle bequem machte, kümmerte sich auch Story mit um die Pflanzen. Ihr Garten war, von dem der Malfoy ist nur durch eine schnurgerade Reihe Buchsbäume getrennt, die allerdings alle einen ausreichenden Abstand voneinander hatten, dass man problemlos zwischen den beiden Gärten hin und her wechseln konnte. Ganz im Gegensatz zur jeweils anderen Seite der Gärten, wo beidseitig ein stabiler Holzzaun emporragte. Es wirkte also eher so, als wäre es ein großer Garten und nicht zwei kleine. Hermine schüttelte leicht amüsiert den Kopf. Die Malfoys erfüllten wirklich jedes Klischee eines Vorstadtehepaars, das ihr einfiel. Sie rutschte noch ein Stück tiefer in den Gartenstuhl und öffnete ihr Buch. Hermine hatte gerade das erste Kapitel gelesen, als es neben ihr raschelte. Sie sah auf und entdeckte Story, die soeben die Hintertür ihres Gartens geöffnet hatte. Sofort war ihr riesiger Hund in den Garten gestürmt, dicht gefolgt vom anderthalbjährigen Skorpius. Hermine beobachtete den kleinen Jungen, der noch ziemlich wackelig auf den Beinen war, was ihn aber nicht davon abhielt, dem Hund hinterherzulaufen und zu versuchen, seinen wedelnden Schwanz zu fassen zu bekommen. Ein kleines Lächeln schlich sich auf ihr Gesicht. Die beiden sind schon niedlich, was? fragte Story und kam zwischen den Buchsbäumen hindurch auf die Malfoysche Terrasse. Hermine legte ihr Buch zur Seite und bedeutete ihr, sich zu setzen. Auf jeden Fall, bestätigte sie. Story setzte sich auf einen der freien Stühle und sah hinüber zu Hund und Kind. Ein paar Minuten sahen die beiden Frauen dem Spiel zu, dann fragte Hermine aus einer Eingebung heraus, Haben Drake und ich je über Kinder nachgedacht? Über Storys Augen legte sich kurz ein Schatten. Schon, sagte sie dann, aber es klang ein wenig hohl. Oder hatte sich Hermine das nur eingebildet? Es hat nur noch nicht geklappt bisher. Hermine überlegte, kurz weiter nachzubohren, entschied sich dann aber dagegen. Es wurde wieder still zwischen ihnen und Hermine fiel wieder ein, wieso sie Story normalerweise mied. Sie hatten einfach kaum gemeinsame Gesprächsthemen. Sie überlegte, wie unhöflich es wäre, ihr Buch wieder in die Hand zu nehmen und beschloss, dass es das wert war, um die unangenehme Stille zu überbrücken. Sie griff danach. Story sah sie wieder an und legte den Kopf schräg, um den Titel lesen zu können. Dann lachte sie leise. Versuchst du es also mal wieder? schmunzelte sie. Hermine hob überrascht die Augenbrauen. Versuche ich was? fragte sie. Storys Grinsen wurde eine Spur weniger, aber verschwunden war es noch lange nicht. Sie deutete auf das Buch. Du hast, seit ich dich kenne, schon bestimmt fünfmal angefangen, dieses Buch zu lesen, erzählte sie. Du fängst immer an und bist Feuer und Flamme. Du findest es wahnsinnig spannend. Du kommst bis zum dritten Kapitel und dann wird es öde. Der Schreibstil wird schlechter und die Themen weniger interessant. Jedes Mal bist du überzeugt, dass du es trotzdem lesen wirst, aber spätestens in Kapitel 6 gibst du immer auf, weil es unzusammenhängend ist und du mit deiner Zeit Wichtigeres anfangen kannst. Ihr Lächeln wurde wieder breiter. Wer weiß, vielleicht schaffst du es ja jetzt mit einer neuen Perspektive. Sie zuckte mit den Schultern. Hermine betrachtete das Buch. Sie fand es ziemlich interessant, aber sie war ja auch erst in Kapitel 2. Warum fange ich immer wieder an? fragte sie dann neugierig. Es kam selten vor, dass sie Bücher weglegte, aber wenn, dann tat sie es endgültig. Sie kämpfte immer hart, uninteressante Bücher dennoch durchzulesen, aber wenn sie aufgab, dann für immer. Bücher bekamen bei ihr keine zweite Chancen. Es irritierte sie, dass ihr Gegenstück so darauf fixiert war, es durchzulesen. Story lächelte und zuckte mit den Schultern. Draco liebt es. Es ist ein absolutes Lieblingsbuch, erklärte sie. Hermine hob verwundert die Augenbrauen. Bisher hatte sie ihren Mann immer nur Poesie lesen sehen, während die Sachliteratur generell eher Hermine Malfoy zu interessieren schien. Story schien ihre Verwirrung bemerkt zu haben und die Grinsen wurde breiter. Keine Ahnung, ihr wart vor ein paar Jahren zusammen in Urlaub in Ägypten und er fand die antiken Zauber wahnsinnig interessant, hat sich da richtig reingesteigert. Du konntest dich da nur so mittelmäßig für begeistern, aber immer wenn du wieder das Bedürfnis hast, deine Gedanken besser zu verstehen, fängst du wieder an, das Buch zu lesen. Hermine musste unwillkürlich lächeln. Das wiederum war etwas, was sie sich gut vorstellen konnte zu tun. Das Lieblingsbuch von jemandem lesen, um ihn besser zu verstehen. Sie betrachtete den Einband. Vielleicht habe ich instinktiv nach diesem Buch gegriffen, aus genau dem Grund, sagte sie dann, mehr zu sich selbst als zu Story. Ich verstehe nicht wirklich. Ich verstehe allgemein nicht viel von alledem hier, gestand sie. Eine schmale Hand legte sich vorsichtig auf ihre. Sie sah auf und direkt in Storys mitfühlende Augen. Das wird schon wieder, meinte sie leise, aber bestimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Hermine sah sie überrascht an. Wie kannst du das so genau wissen, fragte sie interessiert. Story lächelte leicht. Wenn deine Erinnerungen nicht wiederkommen, dann müsst ihr beide einfach neu lernen, miteinander zu leben. Er ist Hals über Kopf, wenn dich verliebt. Und wenn ich mit dich so anschaue, dann erinnert mich das sehr an eine ganz bestimmte junge Frau, die vor sechs Jahren verzweifelt auf meiner Couch saß, weil sie sich in einen gewissen Arbeitskollegen verliebt hatte und nicht wusste, was sie jetzt machen soll, berichtete sie. Hermine entzog ihr ruckartig die Hand. Wie meinst du das, fragte sie erschrocken. Story richtete sich auf. Du schaust ihn genauso an wie vor sechs Jahren, erklärte sie lächelnd, offenbar blind für Hermines Panik bei dem Thema. Das ist doch gut, Hermine. Er ist ein Mann. Es ist okay, dich in ihn zu verlieben. Aus dem anderen Garten ertönte jetzt ein Krachen und dann das laute Heulen eines Kindes, gefolgt von mäßig aufgeregten Bällen. Story sah über ihre Schulter. Geh nach deinem Kind schauen, sagte Hermine und stand auf. Story warf ihr einen entschuldigenden Blick zu und eilte hinüber aufs Nachbargrundstück. Hermine schnappte sich das Buch und ging so schnell wie möglich ins Haus. Im Wohnzimmer pfefferte sie das Buch aufs Sofa, zum ersten Mal in ihrem Leben nicht darauf achten, ob es jetzt Eselohren bekam oder nicht. Rastlos lief sie zwischen der Küche und dem Wohnzimmer hin und her. Hatte Story recht? War sie dabei, sich in Draco Malfoy zu verlieben? Ausgerechnet in Draco Malfoy? Und dann noch nicht mal ihren Draco Malfoy, sondern einen anderen, der verdammt nochmal verheiratet war? Sie konnte sich doch nicht in einen verheirateten Mann verlieben. Vor allem nicht in einen verheirateten Mann aus einem Paralleluniversum. Nein, 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 das durfte nicht sein. Es durfte nicht sein. Aber nur weil etwas nicht sein durfte, hieß das ja nicht, dass es nicht trotzdem war. Hermine fuhr sich durch die so furchtbar ungünstig geschnittenen Haare. War sie wirklich in Draco Malfoy verliebt? Sie wusste es nicht. Sie war erst zweimal verliebt gewesen, oder sie hatte es zumindest damals gedacht. Und in beiden Fällen hatte sie mehrere ihrer Freunde gehabt, die sie beraten hatten, was sie tun konnte. Aber sie hatte niemanden, den sie in diesem Fall fragen konnte. Story schied aus, Stibbons hatte die Einfühlsamkeit einer Wassermelone und sonst gab es niemanden in dieser verdammten Welt, den sie kannte. Hermine kugelte sich auf dem Sofa zusammen und hörte auf, gegen die Tränen anzukämpfen, die unerfallsam ihren Hals hochkrochen. Sie wollte Ginny. Sie wollte ihre beste Freundin, mit der sie über alles reden konnte und die sie zwar mit Sicherheit für ihre Situation ausgelacht hätte, aber die ihr dann mit Rat und Tat zur Seite stehen würde, um die Suppe wieder auszulöffeln, die sich Hermine da eingebrockt hatte. Sie wollte Ginny oder Harry oder Frankie aus dem Institut, mit der sie immer Mittag aß und die ihr regelmäßig von den Katastrophen vorjammerte, die in ihrer Ehe passierten. Sie wollte Ginny oder Harry oder Frankie oder Ron. Sie wollte nach Hause. Sie wollte Draco. Sie presste ihr Gesicht in eines der Kissen, die genauso rochen wie alles hier in diesem Haus, in dieser Welt. Wann war dieser Albtraum endlich vorbei? Senkrecht Universum, Kapitel 9 Du bist sehr still. Hermine sah auf. Stippons sah sie nicht an, fummelte stattdessen weiter an dem kleinen, immer noch nutzlosen Kommunikator herum. Sie hob überrascht eine Augenbraue. Sonst beschwerst du dich immer, wenn ich rede, erwiderte sie skeptisch. Stippons seufzte und schaute sie jetzt doch an. Und es stört mich ja auch immer, wenn du es machst. Ich brauch zum Arbeiten Ruhe und ich glaub, das weißt du ganz genau. Aber du brauchst keine Ruhe. Du redest immer vor dich hin, wenn du rechnest und erzählst mir alles Mögliche, murmelte er. Aber seit dem Wochenende nicht mehr und es irritiert mich. Hermine musste widerwillen schmunzeln. Heißt das, ich soll wieder reden? fragte sie schelmisch. Er grummelte etwas Unverständliches und nahm seinen Zauberstab wieder fester in die Hand. Oder wolltest du mich etwa tatsächlich fragen, ob bei mir alles okay ist? Er hielt wieder inne und nickte dann. Dass ich das noch erleben darf, sagte Hermine leise. Stippons erkundigt sich nach der Gefühlslage anderer Leute. Stippons ließ den Kommunikator sinken. Das habe ich überhaupt nicht, verteidigte er sich und sein antisoziales Image. Du bist nur sehr nachdenklich und ich bin deshalb irritiert. Das ist nichts zwischenmenschliches, sondern reiner Eigennutz. Hermine nickte wissend, aber sie konnte nicht aufhören zu grinsen. Es ist nur zwischenmenschliches, sagte sie dann, und ich kenne dich gut genug, dass ich weiß, dass du es jetzt schon bereust, mich gefragt zu haben. Sie sah, wie ein erleichtertes Grinsen über sein Gesicht huschte. Aber danke, dass du gefragt hast, ergänzte sie noch und sie meinte das auch so. Seit sie zwölf war und eigentlich auch schon davor, hatte sie immer jemanden gehabt, zu dem sie gehen konnte, wenn sie ein Problem hatte. Jetzt plötzlich hatte sie niemanden. Aber die Tatsache, dass dieser Stippuns, der sie eigentlich überhaupt nicht kannte, seine riesige Abneigung gegen menschliche Interaktion überwunden hatte, um sicher zu gehen, dass sie okay war, verursachte ein warmes Gefühl in ihrer Brust und es ging ihr ein kleines bisschen besser, auch wenn sich an ihrer Vertrackensituation im Grunde nichts geändert hatte. Sie verfehlen wieder in Schweigen und Hermine vertiefte sich in ihren Berechnungen. Irgendwo musste ein kleiner Fehler stecken, aber ehe sie inzwischen den Seiten voller Berechnungen zu temporalen Verzerrungen, Druckunterschieden und Gravitation sowie Wechselwirkungsdiagrammen unterschiedlicher Zauber finden würde, würden vermutlich noch einige Stunden vergehen. Immerhin hatte sie ihre Pläne so weit vertieft, dass sie, wenn diese Gleichung aufgehen würde, ziemlich sicher Erfolg mit dem temporalen Kommunikator haben würden. Und das würde bedeuten, dass sie mit allen kommunizieren können würde, die das ebenfalls in diesem Universum auf den subtemporalen Frequenzen versuchten. Und da es hier niemanden gab, der das tat, außer vielleicht Stippons aus der Zukunft, aber der würde sich ja wiederum an sie erinnern und sie deshalb vermeiden, würde sie jede Spur dort zu den Leuten aus ihrem eigenen Universum zurückführen, die mit ihren Instrumenten und ihrem nahezu vollständigen Team ziemlich sicher den Kommunikationswall zwischen den Universen bereits durchbrochen hatten. Zumindest war sich Hermine recht sicher, dass das mit der Restenergie von ihrem Transfer und der Hermine aus diesem Universum, die vermutlich ebenfalls eine eindeutige energetische Kennzeichnung trug, gar nicht mal so undenkbar war. Unterm Strich also war sich Hermine ziemlich sicher, dass die Lösung dieser Gleichung dazu führen würde, dass sie ihrer Heimreise einen ganzen Schritt näher kam. Es war nur eine Frage von Was war das? Hermine knifft die Augen zusammen und beugte sich mehr über ihr Notizbuch. War das eine? Das war definitiv eine falsch eingesetzte Zwischengleichung. Auf einmal flog ihr Bleistift geradezu übers Papier, sie schachtelte eine Gleichung in die andere, setzte die Werte ein, die sie schon hundertmal benutzt hatte, fasste zusammen, differenzierte und kürzte, was das Zeug gilt. Langsam gewann sie einen Überblick über die verschiedenen Dimensionen und auf einmal hatte sie ein Ergebnis. Auf einmal stand da ein Wert, den sie nutzen konnte. Unten an den Rand der Seite gequetscht stand ein Ergebnis und Hermine wusste, dass die Gleichung richtig gewesen war. Das hier war ihre Lösung, ihr Ticket nach Hause. Ich hab's, sagte sie heiser und räusperte sich. Ich hab es gelöst, Sippons, ich hab es gelöst. Er legte den Kommunikator zur Seite und sah sie ungläubig an. Wirklich? fragte er ungläubig. Sie nickte begeistert und schob ihm das Notizbuch hinüber. Er überflog kurz die Rechnungen, aber Hermine vermutete, dass sowohl ihre aufgeregte Sauklaue als auch die Hälfte der Gleichungen verhindern würden, dass er ernsthaft durchsah, was sie da getan hatte. Was er aber sehen konnte, war ein Ergebnis, und zwar eines, das man verwenden konnte. Für einige Sekunden waren sie beide in einer Schockstarre, dann griff Sippons wieder nach dem Kommunikator. Sag mir, was ich machen muss, orderte er knapp. Hermine blinzelte noch einmal, versuchte zu verarbeiten, was gerade passiert war und was gleich passieren würde. Während sie die Kommunikatoreinstellungen und Zaubersprüche ansagte, die Sippons umgehend ausführte, ratterte es in ihrem Gehirn. Wer würde wohl am anderen Ende sein? Wer würde ihren Ruf hören? Es war Donnerstag nachmittags, da waren außer ihr in der Regel nur Sippons, Frankie und Natalie da. So wie sie das Team einschätzte, war Natalie die Einzige, die geduldig genug war, Funkdienst zu spielen und neben dem stillen Kommunikator zu sitzen. Normalerweise hatte sie recht wenig mit ihr zu tun, weil sie sich auf sehr unterschiedlichen Gebieten spezialisiert hatten, aber aktuell freute sich Hermine wie nie zuvor, gleich ihre Stimme zu hören. Und die Klappe auf 0,7 Millimeter, beendete sie ihre Anweisungen. Sippons schob das kleine Metallteil vorsichtig an die richtige Stelle, schloss dann den Mechanismus und setzte ihn vorsichtig auf den Tisch. Beide hieten die Luft an, als er zitterte und sich dann langsam, aber stetig in die Luft erhob. Mit einem leisen Klicken fuhren alle Zahnräder an die richtige Stelle und nach einer halben Minute nervenzerreißender Stille hörte Hermine zum ersten Mal seit Wochen endlich wieder das vertraute Knacken eines temporalen Kommunikators, der bereit war, nach Frequenzen zu suchen. Hermine hätte heulen können vor Freude, aber sie atmete nur einmal zittrig ein und aus und kramte dann in ihrem Kopf nach der richtigen Frequenz, die sie Sippons ansagte. Fast ehrfürchtig schwang er seinen Zauberstab, das Rattern der Rädchen erstarb. Hermine hielt erneut die Luft an, als es leise knackte. Dann geschah nichts. Sie runzerte die Stirn. Das kleine Gerät erzitterte, dann sank es wieder auf den Tisch zurück und verstummte gänzlich. Jetzt hätte Hermine wieder heulen können, aber diesmal vor Enttäuschung. Es hatte so viel versprechend gewirkt und die Gleichung war richtig gewesen, da war sie sich sicher. Hatten sie einen Fehler bei den Einstellungen gemacht? Wortlos begangen sie, sie alle zu überprüfen, aber sie stimmten auf den Zehntel Millimeter auf ein Drittel des Zahns eines Zahnrads genau. Sippons hatte, wie in jedem Universum, ausgezeichnete Arbeit geleistet. Hermine sank auf einen Stuhl. Bisher hatte sie immer zumindest eine ungefähre Ahnung gehabt, wo der Fehler liegen konnte, aber jetzt? Jetzt war sie völlig ratlos. Sie spürte die Tränen in ihren Augen brennen und stand ruckartig wieder auf, schnaipte sich ihre Jacke. Wir sehen uns morgen, presste sie hervor und Sippons nickte nur. Sonst verfluchte Hermine seine Wortkarkheit oft, aber jetzt gerade war sie unglaublich dankbar dafür. Sie griff nach ihrem Notizbuch und wollte es einstecken, dann überlegte sie es sich anders. Kann ich das hier lassen bis morgen? Fragte sie. Ich brauche, glaube ich, etwas Abstand davon. Sippons nickte erneut und Hermine zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht. Mit einem letzten kurzen Blick auf das Buch verließ sie das Haus. Draco fand sie am Abend, als er nach Hause kam. Schon am Morgen war er merkwürdig schweigsam gewesen, aber Hermine hatte es darauf geschoben, dass er vielleicht schlecht geschlafen hatte. Und in ihrer eigenen Verzweiflung darüber, dass sie sich möglicherweise in den letzten Mann verliebt hatte, in den sie sich hätte verlieben können, war sie ganz dankbar gewesen, dass er auch nicht bemüht gewesen war, ein Gespräch zu beginnen. Jetzt aber waren ihre Probleme von vor einigen Stunden angesichts des erneuten Fehlschlags weit in den Hintergrund gerückt und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als mit ihm zu reden und davon abgelenkt zu werden, dass sie möglicherweise für immer hier festsaß. Deshalb fiel es ihr jetzt umso mehr auf, dass er kaum etwas sagte. Er saß am Küchentisch und las in einigen Akten, auch wenn die Häufigkeit, mit der er umblätterte, darauf schließen ließ, dass er nicht wirklich gedanklich dabei war. Hermine beobachtete ihn, während sie Gemüse schnippelte und in einer Pfanne anbriet. Sie hatten sich darauf geeinigt, dass sie immer abwechslend kochten und so langsam wurden ihre Mahlzeiten nicht mehr nur essbar, sondern tatsächlich genießbar und gelegentlich sogar lecker. Alles okay? fragte sie leise, als sie schließlich am Tisch saßen und er in seinem Reis und Gemüse nur herumstocherte, statt wirklich zu essen. Er sah hoch und sie an und vielleicht war es nur das Licht, aber seine Augen glitzerten verdächtig. Hermine wurde von einer Welle an Mitgefühl überrollt und legte ihr eigenes Besteck weg, um den Tisch zu umrunden und sich neben ihn zu setzen. Es tut mir leid, murmelte er und versuchte sichtlich, die Fassung zu bewahren. Es ist nur, heute ist kein guter Tag. Hermine nickte nur. Willst du darüber reden? bot sie an. Ich weiß, ich bin nicht sie, aber keine Ahnung, vielleicht tut es dir trotzdem gut. Er atmete zittrig ein und für einen Augenblick war sie überzeugt, dass er es wegwischen würde und wieder zum stets gefassten Draco Malfoy werden würde. Aber er tat nichts dergleichen. Heute ist unser Hochzeitstag, sagte er dann leise und ich, ich vermisse sie einfach sehr. Ich mag dich wirklich gern, aber du bist nicht sie und du machst es für mich nicht einfacher, weil ich sie überall sehe und ich will nichts mehr, als mit ihr zu reden. Und an den meisten Tagen geht es, aber ab und zu überrollt es mich einfach wieder, was passiert ist und ich weiß, sie ist irgendwo da draußen und es geht ihr genauso und anstatt das gemeinsam durchzustehen, ist diese ganze vertragte Geschichte passiert und er holte Tiefluft. Es ist furchtbar, dass ihr die Plätze getauscht habt, aber es ist noch viel schlimmer, weil es ausgerechnet jetzt passiert ist. Hermine verstand nur die Hälfte von dem, was er sagte, weil sie immer noch nicht wusste, was genau passiert war. Sie wusste, dass Hermine Malfoy einen Unfall bei den Duellübungen gehabt hatte und dass sie deshalb im St. Mungus gewesen war, wo ein unerfahrener Heiler alles viel schlimmer gemacht hatte. Aber sie wusste immer noch nicht, was dort passiert war, das so ins Leben der Malfoys eingeschnitten hatte. Sie war neugierig, klar, aber sie wusste, dass das hier nicht der richtige Zeitpunkt war, nachzubohren, also gab sie sich Mühe, sich ihre Verwirrung und Neugierde nicht anmerken zu lassen. Draco stand ruckartig auf. Es tut mir leid, sagte er und straffte die Schultern. Ich sollte das nicht bei dir abladen. Ich weiß nicht, was mit mich gefahren ist. Hermine stand ebenfalls auf. Du musst dich nicht entschuldigen, sagte sie. Ich verstehe, dass das für dich auch nicht einfach ist. Ich tue alles, was ich kann, dass wir so schnell wie möglich zurücktauschen. Sie beschloss, ihm zu verschweigen, wie wenig realistisch das im Augenblick schien. Er nickte. Ich werde oben noch etwas arbeiten, erklärte er dann und raffte seine Akten zusammen. In der Eile rutschte ihm eine davon aus der Hand und fiel zu Boden. Das meiste war eingeheftet, aber ein paar kleine lose Zettel segelten hinunter. Hermine bückte sich, um ihm zu helfen, sie wieder einzusammeln. Als sie nach dem Letzten greifen wollte, sagte Draco laut, Stopp! Hermine hielt inne. Das, was dort lag, nur wenige Zentimeter von ihrer Hand entfernt, sah aus wie ein Foto. Es lag mit der Rückseite nach oben, sodass sie keine Ahnung hatte, was darauf zu sehen war. Sie sah hoch zu Draco, der alarmiert zwischen ihrer Hand und dem Bild hin und her sah. Hermine zögerte, dann griff sie doch danach. Draco schien ein wenig in sich zusammenzusacken. Ohne den Blick von seinem Gesicht zu nehmen, drehte sie das Bild um. Dann sah sie hinunter und rünstelte die Stirn. Es war schwarz-weiß, wie alle magischen Fotos, und bewegte sich nur recht wenig. Sie brauchte einige Sekunden, um zu erkennen, was darauf zu sehen war, aber dann ließ sie es vor Schreck beinahe wiederfallen. Es war ein Ultraschallbild. Hermine starrte es an. Sie hatte schon einige dieser Bilder gesehen, logisch, Ginny und Harry. Ginny und Harry waren schon zweimal Eltern geworden und auch die anderen Weasleys hatten jede Gelegenheit genutzt, stolz ihre Ultraschallbilder herumzuzeigen, die mittlerweile auch in der magischen Welt angekommen waren. Diese Art Foto war für sie immer mit freudiger Aufregung verbunden gewesen, denn das war ein Mensch, ein Mensch, der in wenigen Monaten auf die Welt kommen würde. Aber als sie jetzt das Bild ansah, sackte in ihr alles zusammen. Denn Draco würde kein fremdes Ultraschallbild mit sich herumtragen und im Hause Malfoy spielte kein kleines Kind. Und Hermine war nicht schwanger. Das ließ nur einen Schluss zu, der auch vom Ausdruck auf Dracos Gesicht unterstützt wurde. Hermine hatte die Metapher vom gebrochenen Herzen noch nie so gut verstanden wie in diesem Augenblick. Fast konnte sie spüren, wie es in ihrer Brust knackte, als sich in ihrem Kopf alles zusammensetzte. Wir haben schon ganz andere Sachen geschafft. Ich ruhte Dracos Stimme in ihrem Kopf. Du hilfst ihr mit ihrem Sohn Skorpius. Nicht mehr so viel seid. Ich habe immer noch nicht so ganz begriffen, dass es... Es fühlt sich einfach an, als wäre sie auch nicht mehr da und ich bin ganz alleine. Haben Draco und ich mal über Kinder nachgedacht? Schorn, es hat nur noch nicht geklappt bisher. Hermine wurde abrupt wieder in die Gegenwart zurückgerissen, als Draco ihr vorsichtig das Bild entzog und es wieder in seiner Mappe steckte. Er sagte nichts, aber die Stille hing im Raum wie dichter Nebel. Hermine schloss für einen Moment die Augen. Als sie sie wieder öffnete, war Draco verschwunden und sie hörte dumpfe Schritte auf der Treppe nach oben. Senkrecht-Universum Kapitel 10 Es war 5.30 Uhr am nächsten Morgen, als ein dumpfes Hämmern an der Haustür Hermine und Draco aus dem Schlafriss. Sie trafen sich auf dem Flur, beide in Schlafklamotten und noch nicht ganz wach, tauschten einen verwirrten Blick und eilten dann die Treppe hinunter. Draco löste die Schutzzauber von ihrer Haustür und öffnete sie einen Spalt breit. Hermine spähte über seine Schulter, um herauszufinden, wer in dieser Herrgottsfrühe bei anderen Leuten auf der Türmatte stand. Es war Stippens in voller verrückter Wissenschaftler-Montur. Er trug seinen Umhang über seiner Schlafanzughose und einem zerknitterten Hemd, die Haare standen in alle Richtungen ab und hinter seinem Ohr steckte eine Schreibfeder, was vermutlich die Tintenflecken erklärte, die an seine Wange geschmiert waren. In der Hand hielt er Hermines Notizbuch. Ich hab deinen Fehler gefunden, rief er ohne Zeit mit einer Begrüßung zu verschwenden. Zugegeben, ich kenne die meisten Formeln nicht und viele Ansätze ergeben keinen Sinn, aber der Rest ist einfache Mathematik und Zauberkunst und ich hab deine ganzen Rechnungen nachvollzogen und durchgerechnet und ich habe, denke ich, die Stelle gefunden, an der es falsch ist. Er drückte sich an einem sehr verwirrten Draco vorbei, für den es offenbar viel zu früh am Morgen war, um die Worte Mathematik und Zauberkunst in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Stippens schob sich ins Haus und hielt Hermine ihr Notizbuch unter die Nase. Bei den meisten Sachen, die du eingesetzt hast, musste ich nachschauen, ob sie richtig sind, Naturkonstanten und alles. Respekt, dass du das alles auswendig weißt übrigens. Aber hier, das stimmt nicht. Er zeigte auf eine Zahl, die er eingekringelt hatte. Hermine runzelte die Stirn. Es waren ihre Berechnungen zur Gravitation und ihrem Einfluss auf die transtemporale Kommunikation. Sein Finger zeigte auf eine Zahl, die sie in den letzten sechs Jahren öfter geschrieben hatte, als sie zählen konnte. Was stimmt nicht mit einer Fallbeschleunigung von 9,81 Metern pro Quadratsekunde, fragte sie überrascht. Stippens grinste. Genau das habe ich mir gedacht, rief er begeistert. Das Ding ist, die mittlere Fallbeschleunigung auf der Erde ist 9,86 Meter pro Quadratsekunde, zumindest in diesem Universum. Hermine klappte der Mund auf. Sie hatte mit vielem gerechnet, hatte alles Mögliche nachgeschlagen, was in einem Paralleluniversum anders sein könnte, aber sie war nicht auf die Idee gekommen, dass eine Naturkonstante hier einen anderen Wert haben könnte. Das würde möglicherweise auch erklären, warum sie in den ersten Tagen so große Schwierigkeiten mit ihren Bewegungen gehabt hatte, um es wirklich, wirklich einfach auszudrücken. Die Schwerkraft war höher. Sie begann, in den Rechnungen herum zu korrigieren, Stippens schlugte die ganze Zeit über ihre Schulter, Draco hatte die Haustür geschlossen und war in die Küche gegangen, vermutlich, um sich einen Kaffee zu kochen. Hermine folgte ihm langsam, Stippens im Schlepptau und ohne die Nase aus dem Notizbuch zu nehmen. Stück für Stück arbeitete sie sich durch die Rechnungen, gab Stippens knappe Anweisungen, bestimmte Dinge mit arithmantischen Zaubern für sie auszurechnen. Sie korrigierte ihr Endergebnis in dem Moment, in dem sie am Küchentisch ankam und Draco drei dampfende Tassen vor ihnen hinstellte. Demonstrativ ließ er sich ihr und Stippens gegenüber auf einen Stuhl fallen und nippte an seinem Kaffee. Würde mir einer von euch erklären, was hier gerade passiert? fragte er dann und unterdrückte ein Gähnen. Hermine lugte in die beiden anderen Tassen und erkannte, dass die eine ebenfalls Kaffee enthielt und die andere Tee. Eine Welle der Zuneigung für ihren Mann durchfuhr sie nun nicht für ihren Mann natürlich, für diesen Mann, für Draco. Sie versuchte den Gedanken zu vertreiben und zog die Teetasse zu sich heran. Wir haben mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Weg gefunden, mit meinem Universum zu kommunizieren, verkündete sie dann. Augenblicklich hältte sich Dracos Gesicht auf. Heißt das ihr Tausch zurück? fragte er überrascht. Hermine zuckte mit den Schultern, sie konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen, aber auf der anderen Seite versetzte es ihr auch einen Stich ins Herz, dass er es offenbar gar nicht erwarten konnte, sie endlich los zu sein. Unter der Voraussetzung, dass mein Team auf der anderen Seite das geschafft hat, was ich hoffe, schon, ja, sagte sie. Draco sah sie ungläubig an. Hermine musterte ihn. Sie war mehrere Wochen hier gewesen, sie konnte sich gut vorstellen, dass er einen Moment brauchte, um wirklich zu realisieren, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Frau bald wiedersehen würde. Hermine hatte es ja selbst kaum begriffen, dass sie möglicherweise bald wieder zu Hause war. Ohne jetzt zu negativ klingen zu wollen, unterbrachstipp uns die beiden in ihren Gedanken. Gestern dachten wir auch schon mal, wir haben es gelöst und dann ging doch alles den Bach runter. Ich wäre also ein bisschen vorsichtiger mit dem Optimismus. Hermine atmete tief durch und nickte. Du hast recht, stimmte sie ihm zu. Er grinste und griff nach der letzten Tasse. Selbstverständlich habe ich recht. Er nippte daran und verzog das Gesicht. War auch kein Wunder, denn obwohl Draco den Kaffee um die Hälfte mit Milch ergänzt hatte, konnte man noch schmecken, dass das Getränk aus bitteren Bohnen gemacht wurde und das war für Hermines besten Freund ein absolutes No-Go und für diesen Stippons offenbar auch. Hermines bester Freund und der Stippons, der ihr gerade gegenüber saß, waren sich so ähnlich, dass sie manchmal vergaß, dass es sich nicht um dieselbe Person handelte. Aber dann, immer wieder, machte sie einen Insiderwitz, den er nicht verstand oder es fehlte eine seiner Angewohnheiten, die Hermine so vertraut waren wie ihre eigenen. Und dann wurde ihr immer wieder schmerzlich bewusst, dass er eben nicht ihr bester Freund war. Sie mochte ihn, keine Frage, aber es war nicht ihr Stippons und er würde es nie schaffen, ihn zu ersetzen. Merlin, Hermine freute sich schon darauf, ihren tatsächlich besten Freund alles zu erzählen, was hier Verrücktes passiert war. Außerdem würde sie mit Ginny einen Mädelsabend machen, bei dem sie sich verhalten würden wie 16. Und sie würde Ron und George in der Winkelgasse besuchen. Und sie würde Harry auf einen Kaffee einladen und mit ihm darüber reden, ob er sich vorstellen könnte, zurück nach Hogwarts zu gehen. Außerdem würde sie in ihrer Wohnung in ihrer Lieblingsjogginghose sitzen und sich darüber aufregen, dass Rosa spanische Liebesballaden hörte und sie würde von ihrem Lieblingsinder Essen bestellen und sich mit Frankie anlegen, die der Meinung war, dass man im Labor nicht essen sollte, womit sie absolut recht hatte. Hast du den Kommunikator mitgebracht? fragte sie an Stippons gerichtet, denn auf einmal juckte es ihr in den Fingern endlich anzufangen. Der trank in einem Zug seinen Kaffee leer, schüttelte sich kurz und nickte dann. Wofür hältst du mich? Für einen Anfänger? Er griff in die Tasche seines Umhangs und tuhte eine kleine Holzbox hervor. Darin, von einem Schutzzauber umgeben, lag das kleine Gebilde aus goldenen Wellen, Zahnrädern und Getrieben. Stippons zückte seinen Zauberstab. Sag mir die Werte an. Hermine griff wieder nach ihrem Heft und erklärte, wie sie es schon gestern getan hatte, Schritt für Schritt und diesmal mit den hoffentlich richtigen Werten, was er zu tun hatte. Draco schaute ihnen aufmerksam und fasziniert dabei zu. Schließlich setzte Stippons das Gerät auf den Küchentisch und wie schon gestern, nur vielleicht noch ein wenig Angespannter, beobachteten sie, wie es begann zu schweben. Hermine kniff die Augen zusammen. Bilde ich mir das ein oder zittert es weniger? fragte sie. Stippons grinste breit. Ich meine, es ist jetzt immerhin auf die richtige Gravitationskonstante kalibriert, sagte er schulterzuckend. Hermine nickte und hoffte, dass das das einzige Problem war, was gestern dazu geführt hatte, dass es nicht funktioniert hatte. Das vertraute rattern begann von vorn und alle hielten gebannt die Luft an, als es knackte. Hermine schloss die Augen. An dieser Stelle war es gestern abgestürzt. Und heute? Und heute? Heute blieb es in der Luft. Sie atmete auf. Es knackte erneut, dann rauschte es ein bisschen. Hermine räusperte sich. Hier ist Hermine Granger, Sicherheitscode 1203 NJ37 Kappa. Kann mich jemand hören? Es war so still im Raum, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Es rauschte noch immer, dann knackte es wieder leise. Kann mich jemand hören? wiederholte Hermine. Hier ist Hermine Granger, Sicherheitscode 1203. Sie wurde von einem besonders lauten Knacken unterbrochen. Hermine? fragte dann jemand. Hermine, bist du das? Hermine und Stippens tauschten einen ungläubigen Blick. Ja, ich bin's, Nadine? Es knackte wieder. Nein, hier ist Frankie, sagte die vom Rauschen verzerrte Stimme, die Hermine mit der richtigen Assoziation jetzt doch erkannte. Frankie, rief sie begeistert. Merlin, ist es gut, deine Stimme zu hören. Sie schluckte die Tränen der Erleichterung herunter, die ihren Hals herauskrabbelten. Und deine erst, kam die Antwort etwas Hermine fiel Stippens spontan um den Hals. Ich meine, wir haben ja eine Hermine hier, aber es ist nicht das Gleiche. Jetzt sprang Draco einen Schritt vor. Wie geht es ihr? drängte er. Hermine, geht es ihr gut? Wieder mussten sie einige Sekunden warten, bis die Antwort kam. Es geht ihr gut. Sie war ein bisschen verwirrt und hatte ziemliche Schwierigkeiten mit der ganzen Situation fertig zu werden, aber Habt ihr also einen Weg gefunden, uns zu tauschen? schaltete Hermine sich wieder ein und diesmal war die Verzögerung länger als je zuvor. Oder zumindest fühlte es sich so an. Wir denken schon, sagte Frankie dann. Es ist allerdings ziemlich rustikal und wird nicht schön und ihr müsst fürchte ich noch etwas basteln, damit es funktioniert. Stippens und Hermine tauschten einen Blick. Kein Problem, versprach Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, entschuldigte sich Frankie. Nadine und ich haben uns so darauf konzentriert, diesen Kommunikator umzuprogrammieren, dass wir überhaupt nicht mitbekommen haben, wie die anderen deine Rückreise ausgeheckt haben. Aber ich habe Stippens schon eine Eule geschickt. Er müsste jeden Moment hier sein, dann kann er euch erklären, wie es funktioniert. Oh, danke, sagte Hermine und sah grinsen zum Stippens gibt, was die beiden Universen zusammenbrechen lässt, krummelte er, aber Hermine konnte die Aufregung darunter hören. Sie mussten tatsächlich nicht lange warten, bis sich Stippens in der Leitung meldete. Und nachdem die Universen nicht zusammengebrochen waren, verstanden sich die beiden wie von Hermine erwartete wunderbar. Also, ihr braucht einen funktionierenden Zeitumkehrer, den ihr mit dem Kommunikator verbindet, damit wir seine Frequenz ablesen können, befahl Stippens aus Hermines Universum. Na, davon hast du genug, oder? Hermine schmunzelte, als sie an die riesige Kollektion dachte, die sich in diesem Universum in Stippens Arbeitszimmer befand. Überhaupt kein Problem. Wunderbar, der Plan ist, genauso zu holen, wie ihr mich damals aus 1957 geholt habt, mit einem großen Knall und einer ordentlichen Portion Glück, erklärte Stippens aus Hermines Universum. Hermine seufzte, das hatte sie fast befürchtet, dann hielt sie inne. Warte, dazu müssen wir eine magische Quantenkammer bauen, oder? fragte sie panisch. Aus dem Kommunikator erklang ein zustimmendes Brummen. Hermine fluchte. Sie hatte keine Ahnung, wie man eine solche Kammer baute. Stippens aus ihrem Universum hatte es ihr hundertmal versucht zu erklären, aber sie verstand einfach nicht, wie es funktionierte. Eine was? fragte Stippens aus diesem Universum verwirrt. Hermine seufzte. Sie wollen eine nicht mehr ganz aktuelle Methode nutzen, uns zurückzutauschen. Dabei wird quasi ein Zeitung herer durch die Zeit teleportiert und alles, was sich darum herum befindet. Damit man nicht ein halbes Haus mitnimmt, muss man drumherum eine sogenannte Quantenkammer bauen, die ein Stück Raum magisch absiegelt und aus der nichts raus oder rein kann, versuchte sie zu erklären. Ich habe keine Ahnung, wie man so etwas baut, ergänzte sie frustriert. Sollte sie wirklich daran scheitern, dass sie nicht genug über das eine Thema wusste, auf dem sie sich als Expertin bezeichnete? Also im Grunde einen spazialtemporalen Isolator? hakte Stippons aus diesem Universum nach. Hermine runzelte die Stirn, aber aus dem Kommunikator erklang ein verzückter Laut. So wollte ich das damals nennen, rief Stippons aus Hermines Universum begeistert. Es ist mir unter der Dusche eingefallen, aber danach hatte ich es vergessen und ich konnte mich nie wieder erinnern. Ein riesiges Grinsen entstand auf Stippons aus diesem Universums Gesicht. Ha, deshalb habe ich mir das damals gleich mit einem Kuli auf den Arm Beko gleichzeitig als Stippons aus Hermines Universum rief Ein Kuli? Stippons! unterbrach Hermine den fröhlichen Austausch. Es wurde still. Kannst du das bauen? Wie auch immer es heißt. Stippons aus diesem Universum schien kurz zu überlegen. Ich denke schon, gib mir zwei Stunden mit mir selbst. Er zwinkerte in Richtung des Kommunikators, obwohl der nur Stimmen übertrug und keine Bilder. Hermine war sich trotzdem sicher, dass Stippons aus ihrem Universum grinste wie ein Honig Kuchen Pferd. Sie atmete zittrig ein und aus. Okay, sagte sie dann, das kann ich tun. Und ich, schaltete sich Draco wieder ins Gespräch. Warte, ist das Draco? rauschte es aus dem Kommunikator. Hallo Mann, der mit Hermine verheiratet ist. Alle drei Personen in diesem Universum entschieden sich, das nicht zu kommentieren. Jemand müsste einen Zeitumkehrer aus meiner Wohnung holen, sagte Stippons aus diesem Universum. Oder auch zwei Jemande. Vielleicht solltet ihr laufen, es ist wunderbares Wetter, schlug er vor. Hermine zog eine Augenbraue nach oben. Ich kann auch kurz rüber apparieren und bin in fünf Minuten wieder da, erinnerte sie ihn. Stippons seufzte. Hermine, ich mag dich einen Isolator baue, dann werde ich wahnsinnig. Er lächelte entschuldigend. Also bitte tu mir den Gefallen und geht zu zweit und zu Fuß. Hermine überlegte zu diskutieren, aber dann gab sie nach und sah zu Drago hinüber. Wir sollten uns vielleicht etwas Richtiges anziehen, schlug er dann vor. Hermine schmunzelte. Das sollten wir. Den Hinweg redeten sie über belanglose Dinge. Es war wie Hermines Rückreise verlaufen würde. Und doch sprach keiner von ihnen die Themen an, die zwischen ihnen standen. Sie erreichten das Haus, Hermine nutzte die zahlreichen Schnüssel, die Stippons ihr überreicht hatte, holte einen Zeitumkehrer und zu Sicherheit noch einen zweiten und dann machten sie sich auf den Rückweg. Hermine musterte Drago von der Seite und versuchte sich vorzustellen, dass sie vermutlich zum in ihrer Brust aus. Sie hätte nie gedacht, dass sie das mal denken würde, aber sie mochte Drago Malfoy und vielleicht liebte sie ihn sogar. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde und trotzdem. Hermine hatte nicht damit gerechnet, sich einmal zu verlieben. Sie hatte eine Beziehung mit Ron geführt und sie hatte eine Beziehung mit Ella geführt. Beide hatten damit geendet, dass sie festgestellt hatte, dass sie mochte, vielleicht sogar liebte, aber sich keine Beziehung mit ihnen vorstellen konnte. Eine romantische Beziehung war nichts, was sie anstrebte, war nichts, was sie brauchte. Vielleicht war das der große Unterschied zwischen ihr und Hermine Malfoy. Und sicher, Hermine hatte sie beneidet, darum, so sehr geliebt zu werden. Aber unterm Strich wusste sie, dass sie eine langfristige Beziehung selbst mit diesem Draco nicht glücklich gemacht hätte. Aber am Ende war es vermutlich das Phänomen, dass man das wollte, was man nicht haben konnte. Unwillkürlich griff sie nach seiner Hand, einfach um auszuprobieren, wie es sich anfühlte. Er sah überrascht auf. Aus einem Impuls heraus sagte Hermine, ich liebe dich. Er blieb stehen und sah sie an. Sie tat es ihm gleich und beeilte sich, ihre Hände zu lösen. Es tut mir leid, ergänzte sie dann. Ich weiß, dass es keine Rolle spielt. Vielleicht nimmst du es einfach als eine Art Kompliment, dass ich Hermine Granger anscheinend in jedem Universum in dich verliebt hätte. Er schwieg für einige weitere Sekunden, dann griff er wieder nach ihrer Hand. Und hoffentlich nimmt es meine Frau als ein Kompliment, dass es mir in jedem Universum genauso gehen würde, sagte er dann leise. Hermine hielt überrascht inne, als sie verstand, was er ihr damit sagte. Sie lächelte traurig. Dich jetzt zu küssen würde vermutlich eine Grenze überschreiten, was? murmelte sie dann. Er nahm seine Hand vorsichtig wieder zu sich. Ich befürchte schon, erklärte er und räusperte sich leise. Hermine, ich mag dich wirklich sehr, aber ich bin immer noch verheiratet. Er spielte an seinem Ehering herum und Hermines Finger fuhren zu der Stelle, wo an ihrer Hand das Gegenstück gewesen war, bevor sie es abgenommen hatte. Sie beide setzten sich wieder in Bewegung. Du bist ein wirklich vernünftiger Mensch, Draco Malfoy, sagte Hermine nach einigen Minuten Stille. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Er lachte leise. Gern geschehen, erwiderte er. Auch wenn ich nicht wirklich eine Wahl hatte, denkst du nicht? Ich meine, wie hoch ist schon die Chance, dass du das Universum wechselst und wir uns treffen? Er zog er mit den Schultern. 1 zu 3,85 mal 10 hoch 48, antwortete Hermine leise. Er sah sie mit offenem Mund an. Das hast du berechnet? fragte er überrascht. Hermine zuckte mit den Schultern und bemühte sich um ein schiefes Lächeln. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich je verlieben würde, gestand sie dann. Ich wollte wissen, wie unwahrscheinlich das Ereignis war, das mir das Gegenteil bewiesen hat. Draco starrte sie für einige Sekunden an, dann senkte er den Blick. Es tut mir leid, sagte er leise. Es tut mir leid, dass ich nicht diese Person für dich sein kann. Hermine lächelte ihn an und stieß ihn aufmunternd in die Seite. Es ist schon okay, versprach sie. Ich glaube ohnehin nicht, dass es gehalten hätte. Ich bin nicht für die Liebe gemacht und um ehrlich zu sein, ist mein Leben ziemlich großartig ohne sie. Aber während ich hier war, hat es sich wunderbar angefühlt und ich danke dir, dass du mir das gegeben hast. Wieder liefen sie eine Weile schweigend, bis sie die Straße erreichten, auf der das Haus der Malfoys stand. Ich werde dich wirklich vermissen, gestand Hermine dann leise. Er blieb erneut stehen, diesmal, um sie in eine feste Umarmung zu ziehen. Ich werde dich auch vermissen, vielleicht suchst du auch nach mir. Drüben, meine ich. Hermine konnte nicht umhin zu grinsen. Ich glaube nicht, dass das deinem Gegenstück gefallen würde, prophezeite sie, als er die Tür öffnete und sie ins Haus traten. Vielleicht überrascht dich mein Gegenstück ja, schlug er vor. Hermine zog die Augenbrauen hoch und dachte kurz darüber nach. Vielleicht würde er das, sagte sie dann. Sie Kommunikator waren zu sehen, aus dem Wohnzimmer jedoch drang eine aufgeregte Stimme und das vertraute Flirren von Magie lag in der Luft. Leise durchquerten sie die Küche und Hermine öffnete die Tür einen Spalt breit. Stippons hüpfte im Raum herum wie ein kleines Kind und murmelte Zaubersprüche. Die gemütliche Sitzecke war an die Regale herangeschoben worden, sodass in der Mitte des Raumes eine recht große freie Fläche entstand. In der Luft hingen diverse hastig beschriebene Bögen Pergament, die auf Stippons Winken um ihn herumflogen, sodass er immer das lesen konnte, was er gerade brauchte. Zentral erhob sich eine Art Käfig aus beinahe unsichtbaren Fäden von Magie. Darin befand sich der Kommunikator, aus dem der andere Stippons zu hören war. Hermine und Draco hörten für einige Minuten zu, während die beiden Stippons gleichermaßen das Projekt und ihre Leben diskutierten. Dann beschlossen sie wortlos, sich zurückzuziehen und zu frühstücken. Es war mittlerweile neun Uhr, sie waren seit über drei Stunden wach und keiner von ihnen hatte bisher etwas gegessen. Noch ein letztes Mal verbrannten Toast für dich, meinte Hermine grinsend, als ihnen der Zauber wie immer misslang. Ab morgen gibt es wieder gutes Essen. Draco musste lachen. Also darauf freue ich mich wirklich, sie wieder in der Küche zu sehen. Er hielt Ende und schloss dann kurz die Augen. Das klingt jetzt wirklich anders, als es gemeint war. Hermine musste lachen. Ich meine, weil sie immer so viel Spaß hat, versuchte er, sich noch zu verteidigen, aber es war um Hermine geschehen. Draco zuckte mit den Schultern. Sie setzten sich mit dem verbrannten Toast und dem Aufschnitt an den Tisch. Hermine hatte es gewagt, Stippons zu fragen, ob er auch etwas essen wollte, aber sie war wie vermutet abgewimmelt worden. Er war dabei, Großes zu vollbringen, da konnte man ihn nicht mit etwas so unwichtigem wie Nahrungsaufnahme belästigen. Meinst du, du wirst irgendwann noch einmal herkommen? fragte Draco, als er sich Marmelade auf seinem Brot strich. In diesem Universum mit einem kontrollierten Versuch. Hermine verzog bedauernd die Mundwinkel. Nicht wirklich, nein, sagte sie und griff nach der Butter. Ich weiß, dieses ganze Zeug und meine Arbeit wirken so, als wären sie recht nah beieinander, aber es ist tatsächlich ein völlig anderer Zweig der Wissenschaft. Ich habe mein Leben den Zeitreisen gewidmet und vielleicht kommt irgendwann jemand daher und widmet seines den Paralleluniversen. Aber das werde nicht ich sein und ich glaube nicht wirklich, dass das noch zu unseren Lebzeiten passieren wird. Draco nickte und gnibbelte an seinem Brot herum. Was ist mit der Technologie, die dein Team für euren Rücktausch entwickelt hat? hakte er danach. Hermine seufzte. Verstand er es wirklich nicht? Sie ist ein Prototyp. Ein Prototyp, der hoffentlich funktioniert, vielleicht aber auch nicht. Einer, dessen Entwicklung mit Sicherheit nicht genehmigt ist, geschweige denn seine Nutzung. Wir haben keine Ahnung, welche Langzeiteinflüsse meine Anwesenheit hier auf mich und auf unsere Universen hat. Sie könnten zusammenbrechen und es wäre unsere Schuld. Wir können nur hoffen, dass es funktioniert. Und egal, wie es ausgeht, wir werden sämtliche hierfür entwickelte Technologie danach zerstören und sie nie wieder bauen, bis irgendwer auftaucht, der das alles ausreichend studiert hat und uns beweisen kann, dass es harmlos ist. Wenn das passiert, solange ich noch am Leben bin, dann verspreche ich dir, dass ich wieder herkommen werde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist wirklich, wirklich gering. Sie sah damit, gelegentlich hier vorbeizuschneien oder ab und zu mal anzurufen. Aber sie verstand auch, dass das von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt aus ein Ding der Unmöglichkeit war. Ihre zwei Universen durften nicht miteinander kommunizieren, es war einfach falsch, verstand er das nicht? Die Wahrscheinlichkeit war auch beim letzten Mal wirklich, wirklich gering, merkte er an. Sie schloss vor einem Moment die Augen, dann nickte sie ergeben. Du hast recht, sagte sie, auch wenn er absolut nicht recht hatte und sie nur nicht weiter diese Diskussion führen wollte. Wir wissen nicht, was passieren wird, das wird die Zeit zeigen. Er lächelte ein schmales Lächeln. Ob ich dich nun wieder sehe oder nicht, meinte er dann und hob seine Tasse ein wenig. Es war mir ein Privileg, dich kennenzulernen. Hermine musste ebenfalls lächeln und erwiderte die Geste, wenn auch nicht ohne ein amüsiertes Blitzen in den Augen. Und mir, erwiderte sie. Sie stießen an und konnten sich beide ein Lachen nicht mehr verkneifen. Sie frühstückten gemeinsam ein letztes Mal und saßen dann noch eine Weile zusammen und tranken Tee, bis irgendwann die Wohnzimmertür aufschwang und Stippons ins Zimmer stürmte. Wir sind jetzt soweit, verkündete er. Hermine und Reko tauschten einen Blick, dann leerte Hermine mit einem Zug ihre Tasse und erhob sich. Schweigend gingen sie hinüber ins Wohnzimmer. Okay, also du gehst in den Isolator, dann verschließen wir ihn von außen. Die andere Hermine steht auf der anderen Seite in einem anderen solchen Teil. Dieser Zeitumkehrer ist mit dem anderen verlinkt und Gleichzeitig jagen wir mit dem Tausch aber auch jegliche aktuell existierende Verbindung zwischen unseren Universen in die Luft. Wenn also etwas schief geht, dann haben wir ein Problem, weil wir einander zwischen unendlich vielen Paralleluniversen nie wiederfinden werden. Hofft also einfach, dass ihr nicht irgendwo unterwegs stecken bleibt. Bis eben war sich Hermine ziemlich sicher gewesen, dass alles gut gehen würde. Sie war nicht naiv, sie war nur optimistisch. Jetzt nicht mehr so sehr. Der Gedanke für immer zwischen irgendwelchen Universen festzustecken gefiel ihr gar nicht. Stippons sah zwischen ihr und Draco und dem Käfig hin und her. Wann immer du bereit bist, erklärte er dann. Hermine zwang sich ein Lächeln aufs Gesicht und drehte sich zu Draco um. Viel Glück, sagte sie und drückte ihm Oberstab. Es war wirklich nett, kennenzulernen, Stippons, sagte sie, und ich hoffe, du hast noch viel Erfolg mit deiner Forschung. Er grinste. Vielleicht steige ich ja um und erforsche Parallelwelten, scherzte er. Hermine musste lachen. Nie im Leben würde er die Zeitumkehrer aufgeben und das wussten sie beide. Mit einem leisen Zischen verschloss sich die Kammer und schlagartig war die Welt dunkel aus. Das schloss sowohl Licht als auch Schall mit ein. Sie dachte an Hermine Malfoy, die jetzt im Labor in genau derselben Kiste stand wie sie selbst. Hermine schloss die Augen und lauschte auf das Surren des Zeitumkehrers und das Knacken des Kommunikators. Hermine, bist du soweit? fragte Stippons Stimme aus dem Kommunikator. Hermine holte Tiefluft. Auf meiner Seite ist alles Start klar, gab sie das okay. Sehr gut, bei uns auch. Start in drei, zwei, eins. Hermine konnte sich nicht an die Hinreise erinnern, was vermutlich daran lag, dass sie erst von einem Experiment verbrannt worden und im nächsten Moment eine Treppe hinunter gefallen war. Oder vielleicht, weil es gänzlich unspektakulär war. Es rauschte ein bisschen, aber wenn man in einer Kiste ist, in der es dunkel hat man nicht wirklich eine Möglichkeit zu erkennen, wie lange man noch in der einen Kiste ist oder wann schon in der anderen. Nach einer Zeit, die Hermine absolut nicht einschätzen konnte, vernahm sie wie von weiter ferne Jubelrufe. Sie fragte sich, ob sie gerade Hermine Malfoys Ankunft vernommen hatte, aber sicher würde sie sich da vermutlich nie sein können. Dann öffnete sich endlich die Tür und schlagartig wurde der Isolator wieder vollkommen durchsichtig. Hermine blickte in die Gesichter aller ihrer Kollegen und ganz hinten standen sogar Harry, Ginny und Ron. Erleichterung durchströmte sie, als sie in die strahlenden Gesichter winkte und versuchte sie alle gleichzeitig anzuschauen. Endlich war sie zu Hause. Das ist noch nicht das Ende. Kapitel 11 Wenn man gesagt hätte, dass Draco Malfoys Leben völlig normal verlaufen wäre, dann wäre das eine Lüge gewesen. Hätte man jedoch behauptet, es bestünde aus einer Aneinanderreihung von ungewöhnlichen Ereignissen, dann hätte man ebenso falsch gelegen. Sicher, da war eine Kindheit im Hause Malfoy, eine unruhige Zeit in Hogwarts und ein Krieg. Aber im August 2006 fühlte sich Draco nicht wirklich so, als hätte er ein ungewöhnliches Leben. Im Gegenteil, es war vollkommen normal. Bis es an seiner Tür klingelte. Er war gerade dabei, einige Unterlagen zu sortieren, die schmale Lesebrille, die er sehr zu seinem Ärgernis tatsächlich brauchte, war bis auf seine Nasenspitze hinuntergerutscht und seine Haare vermutlich etwas zerzaust. Nicht, dass er in den Spiegel geschaut hätte, als er gedankenverloren zur Haustür lief, die Augen noch auf einen Brief gerichtet, den er eigentlich gerade beantworten wollte. Im Kopf formulierte er schon die ersten Zeilen, während er die Tür öffnete. Er sah von seinen Unterlagen auf und blinzelte überrascht. Hallo? Fragte er mehr, als er sagte, denn die offensichtlich sehr nervöse junge Frau auf seiner Türschwelle war doch jemand, mit dem er nicht gerechnet hätte. Draco, sagte sie und klang merkwürdig erleichtert. Dann schien ihr etwas einzufallen und sie korrigierte sich. Malfoy, entschuldige ich. Sie zögerte, wusste offenbar nicht so recht, was sie sagen sollte. Draco schob die Pergamentstücke in seinen Händen zusammen und richtete sich etwas auf. Hermine Granger, sagte er überrascht, mit dir hatte ich nicht gerechnet. Draco dachte von sich selbst oft, dass er sich sehr verändert hatte in den letzten Jahren. Er war nicht mehr der Junge aus der Schule, er war Erwachsener geworden und wenn er sich selbst im Spiegel betrachtete, dann fand er, dass man das auch sah. Hermine Granger hingegen sah immer noch genauso aus wie am Ende ihrer Schulzeit. Es wirkte ein bisschen, als wäre ihr erwachsenes Ich wieder in den Körper der 18-Jährigen gefallen und hätte verzweifelt versucht, den jugendlichen Kleiderschrank und die langen, unbändigen Locken in einen erwachsenen Stil zu verwandeln. Es irritierte Draco, dass sich der Stil, den sie haben wollte, so offensichtlich von dem Unterschied, den sie zu haben schien. Und dazu kam diese furchtbare Nervosität, an die er sich nur aus den Prüfungszeiten erinnern konnte und die damals schon alle in den Wahnsinn getrieben hatte. Draco konnte nicht umhin, ein wenig neugierig zu sein, was die immer noch nach Worten suchende ehemalige Schulkameradin auf seiner Türschwelle tat. Kurz dachte er an die Berge von Arbeit, die sich auf seinem Schreibtisch türmten und daran, dass er am Wochenende definitiv keine Zeit haben würde, sich damit auseinanderzusetzen. Dann schob er den Gedanken daran entschlossen weg und trat ein Stück zurück, die Tür weiter aufhaltend. Was hältst du von einem Tee? fragte er. Hermine Granger. Draco fand es ein bisschen lächerlich, mit ihrem vollen Namen über sie nachzudenken, aber während er sich nicht dazu bringen konnte, zum abschätzigen Granger zurückzukehren, war Hermine auch hinter einer Grenze, die er ungern überschreiten wollte. Zögerte noch kurz, dann trat sie ein. Während sie Draco in die Küche folgte, sah sie sich mit großen Augen um. Bei einigen Einrichtungsgegenständen schien sie zu lächeln, über andere runzelte sie die Stirn. Es war amüsant zu beobachten und erinnerte ihn ein wenig an seine gute Freundin Pansy, als sie zum ersten Mal nach seinem Umzug hier gewesen war. Sie hatte ebenfalls alles kritisch beäugt und bei allen Gegenständen überlegt, ob sie sie aus dem alten Haus kannte oder ob er sie neu gekauft hatte. Nur dass Hermine Granger das Ganze schweigend tat, während Pansys erster Rundgang von einem laufenden Kommentar begleitet gewesen war. Mit einem Schwung seines Zauberstabs brachte er das Teewasser auf den Weg und bereitete dann zwei Tassen vor. Ist der Geeling okay? fragte er und wartete kurz auf ihr Nicken bevor er den Tee in die Tassen füllte und das Wasser aufgoss. Hermine Granger hatte immer noch nichts gesagt, als er die Tassen auf den Tisch stellte, sich setzte und ihr bedeutete das Gleiche zu tun. Sie tat es und griff scheinbar Gedanken verloren nach dem kleinen Glas Honig, das auf dem Tisch stand und von dem sie sich ein klein wenig in ihren Tee tropfen ließ. Dracos Augenbrauen schossen in die Höhe. So trank er seinen Tee. Keine Milch, kein Zucker, nur ein Tropfen Honig. Die Reaktion seiner Freunde hatten von Überraschung bis Unverständnis und sogar dem spielerischen Vorwurf die Traditionen des Darjeeling zu missachten gereicht. Bisher war ihm noch niemand begegnet, der das genauso gemacht hatte. Du trinkst deinen Tee mit Honig, stellte er fest. Sie sah auf und ein irritierter Blick erschien kurz auf ihrem Gesicht. Dann schien ihr etwas einzufallen und etwas in ihrem Ausdruck fiel in sich zusammen. Ja, ähm, sie lachte verlegen, ich habe die Angewohnheit von meinem Mann übernommen. Greco legte interessiert den Kopf schräg. Er hatte sie nicht für den Typ gehalten, der sofort heiratete. Sie hatte schließlich keine Familienehre wiederherzustellen oder war schon von klein auf verkuppelt worden. Jemand, den man kennt? fragte er und nippte an seinem Tee. Sie biss sich auf die Unterlippe. Nein, sagte sie dann, niemand, den du kennst. Es wurde wieder still zwischen ihnen und schließlich fragte Greco ein wenig amüsiert, bist du eigentlich aus einem bestimmten Grund hier? Sie spielte mit den Händen an der Tasse herum und schien einige Sekunden über ihre Antwort nachzudenken. Ich war neugierig, was aus ihr geworden ist, sagte sie dann und das klang so unglaubwürdig, dass ich Greco ziemlich sicher war, dass sie die Wahrheit sagte. Wer log, würde das nie im Leben so offensichtlich tun. Er schmunzelte. Ist das so? fragte er überrascht. Also machst du eine Runde und besuchst alle aus unserem ehemaligen Jahrgang oder sollte ich mich geehrt fühlen? Sie wirkte, als läge ihr ein spitzer Kommentar auf der Zunge, den sie sich verkniff. Ich habe einfach darüber nachgedacht, dass so viel Zeit verstrichen ist und mir nicht gefällt, wie wir die Dinge zwischen meinen Freunden und deinen Freunden nach dem Krieg gelassen haben. Denn ich denke, eigentlich sind wir alle Leute, die sich ganz gut hätten verstehen können, wenn wir nicht diese blöde Häuser Geschichte und die noch blödere Rheinblut Kiste zwischen uns gehabt hätten, sagte sie ein bisschen patzig. Draco musste lachen. Hermine Granger war immer so direkt in ihren Aussagen gewesen, aber dieser kleine Vortrag war wirklich die Spitze des Eisbergs. Nicht, dass er ihn nicht gut fand, im Gegenteil, er war fasziniert davon, dass sie und musterte sie. Spielte sie ein Spiel mit ihm oder wollte sie tatsächlich versuchen, eine erneute Basis zwischen ihnen aufzubauen? Mal ehrlich, wer lief schon acht Jahre nach Ende der Schulzeit los, um sich mit seinen alten Klassenkameraden zu versöhnen? Ihr Blick geisterte schon wieder im Raum umher. Ich denke, setzte er zu einer Antwort an, aber sie unterbrach ihn, als sie aus heiterem Himmel aufstand und den Raum durchquerte. Er blinzelte irritiert und folgte ihr mit den Augen. Sie lief hinüber zu einer kleinen Kiste mit Kinderspielzeug, die auf einem der unteren Regalbretter im Wohnzimmer stand. Für einen Moment starrte sie regungslos an, dann drehte sie sich um, versuchte vergeblich, den Schock auf ihrem Gesicht zu verstecken. Hast du Kinder? fragte sie völlig entsetzt. Draco konnte nicht umhin, ein wenig verletzt zu sein. War die Vorstellung, dass er Vater sein könnte, so unmöglich? Er stand auf und kam zu ihr hinüber, richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Warum so überrascht, gab er zurück, zugegeben ein wenig harscher, als nötig gewesen wäre. Ich setzte sie zu einer Verteidigung an, hielt dann inne und suchte schon Granger, warum bist du hier? fragte er ruhig. Sie holte tief Luft und blinzelte einige Male. Es tut mir leid, sagte sie dann, es war ein Fehler herzukommen, ich hätte es nicht machen sollen. Hastig drehte sie sich um und eilte aus dem Raum. Draco brauchte einen Moment, um zu realisieren, was gerade geschah. Dann sprintete er ihr hinterher. Als er in den was hier passiert war. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass es wohl keinen Sinn ergeben würde, egal wie er es drehte und wendete. Ihm fiel der Brief wieder ein und er seufzte noch einmal, bevor er mit einem Kopf schütteln versuchte, die Verwirrung um Hermine Grangers Besuch zu vertreiben. Ein weiteres Ereignis, welches er wohl nie verstehen würde und von dem er irgendwann vermutlich vergessen würde, dass es je passiert war. Kapitel 12 Es fiel Draco wesentlich schwerer, den überraschenden Besuch seiner Schulkameradin zu vergessen, als er angenommen hatte. Obwohl er eigentlich kaum Zeit dafür hatte, wanderten seine Gedanken in der darauffolgenden Woche immer wieder zu dem merkwürdigen Gespräch. Er verstand nicht, warum sie zu ihm gekommen war und das ließ ihn nicht los. Was hatte Hermine Granger dazu bewegt, ins Ministerium zu gehen, nach seiner Adresse zu fragen und dann an einem Donnerstagabend auf seiner Türschwelle zu stehen, ihm einen kurzen Vortrag darüber zu halten, dass sie ja eigentlich alle Freunde sein könnten und dann die Flucht zu ergreifen. Sicher, er fand es ja mittlerweile auch kindisch, was damals in Hogwarts gewesen war und möglicherweise hatte sie recht und einige von gekommen, zu den ehemaligen Gryffindors zu gehen und um einen Neuanfang zu bitten. Nicht, weil er noch immer einen Hass auf sie hegte, sie waren vermutlich ganz nette Leute, nicht, dass er sie wirklich kennen würde, sondern einfach, weil es ihm nie in den Sinn gekommen war. Er hatte Freunde und Arbeitskollegen und bei den meisten hatte er keine Ahnung, in welchem Haus sie gewesen waren und es war ihm auch herzlich jetzt auch in diese Gruppe zählen, aber das war eben nicht der Fall gewesen. Außer vielleicht Harry Potter, der mit ihm zusammen die Ausbildung angefangen hatte, aber da sie sich sehr schnell für unterschiedliche Schwerpunkte entschieden hatten, waren sie sich vielleicht dreimal begegnet. Und dieser Verlust, wenn es dann einer war, lag ihm auch nicht schwer im Magen. Leute kamen und gingen im Leben und die meisten seiner Schulkameraden, die nicht zu seinen engeren Freunden gehört hatten, waren eben gegangen. So war es halt, und wenn er anfangen würde, allen Leuten hinterher zu laufen, mit denen er irgendwann mal etwas zu tun gehabt hatte, dann würde er ja sein Lebtag nicht fertig werden. Also nein, Draco wäre nie von sich aus ins Ministerio marschiert und hätte nach Hermine Grangers Adresse gefragt. Was war also der Grund, warum er am Freitagnachmittag, zwei Wochen nach ihrem Besuch, genau dort stand und auf die junge Hexe wartete, die das Adressarchiv betreute? Draco runzelte die Stirn und überlegte, ob er einen Fehler machte. Aber er war neugierig und jetzt, wo Hermine Granger die Gedankenmühle einmal angeschossen hatte, wollte sie einfach nicht mehr aufhören, sich zu drehen. Aus den und las die darauf stehende Adresse. Sie war in einer mittelguten Gegend im Südosten von London. Draco hatte gehört, dass es dort wohl ein kleines Zauberervittel gab, aber es hatte allgemein einen eher schäbigen Ruf und da er niemanden kannte, der dort wohnte, war er bisher nie dort gewesen. Nun, das würde sich heute ändern, dachte er sich entschlossen, zahlte fünf Knut für die Auskunft und machte sich auf den Weg. Er erreichte die Adresse wenige Minuten später und sah sich überrascht um. Es war definitiv nicht die schönste Gegend Londons, aber es war auch nicht so heruntergekommen, wie er es sich jetzt aus den Berichten ausgemalt hatte. Es war jedoch eindeutig ein Viertel Verzauberer der unteren Gehaltsklassen und das war der Moment, in Hand dafür ins Feuer gelegt, dass sie im Ministerium anfangen würde, aber er war ihr dort in den letzten sieben Jahren nicht über den Weg gelaufen, also hatte sie vielleicht doch eine andere Karriere begonnen? Aber welche? Er entschloss sich einfach zu fragen und sah noch einmal auf seinen Zettel, ob Er notierte es auf seine gedankliche Liste mit Fragen und drückte die Klingel. Für einige Sekunden passierte nichts, dann öffnete sich die Tür und eine Frau um die 30 mit lateinamerikanischem Aussehen und einem missgelaunten Gesichtsausdruck erschien im Türrahmen. Ja, fragte sie ungeduldig, Draco räusperte sich. Ich suche Hermine Granger, erklärte er. Die Frau schnaugte. Die ist vor 20 Uhr nicht hier, das können sie vergessen, grummelte sie. Okay, danke, dann versuche ich es morgen nochmal. Draco wollte sich gerade umdrehen, da lachte sie trocken. Wie oft wollen sie denn herkommen und sie verpassen? fragte sie mit erhobener Augenbraue. Sie wohnt zwar offiziell hier, aber viel Zeit verbringt sie hier nicht. Ich sage ihnen, wenn es was wichtiges ist, dann gehen sie gleich rüber ins Labor, sonst erwischen sie sie nie. Draco blinzelte überrascht. Labor? Die Frau deutete die Straße hinunter. Da hinten links und dann immer gerade aus. Sie erkennen es, wenn sie es sehen, glauben sie mir, erklärte sie missmutig. Schönen Tag noch. Und die Tür fiel hinter ihr ins Schloss. Draco trat einen Schritt zurück und sah in die Richtung, in andererseits hatte es bei ihrer Mitbewohnerin so geklungen, als wäre sie einen Großteil ihrer Zeit dort verbringen, also konnte sich Draco vermutlich überlegen, ob er jetzt dorthin gehen würde oder später. Er könnte, fiel ihm ein, auch eine Eule schicken und um ein Treffen bitten. Aber andererseits bezweifelte er, dass sie ihm nach ihrer Flucht vor zwei Wochen antworten würde und auf der anderen Seite schuf eine Verabredung immer eine gewisse Formalität, die er eigentlich gern vermeiden würde. Außerdem hatte sie auch einfach so vor ihm bei der Tür gestanden, warum also nicht die Geste erwidern. Er zögerte noch einige Augenblicke, dann machte er sich auf den Weg zu diesem mysteriösen Labor, im Hinterkopf der Gedanke, dass dort hoffentlich an einem Freitagabend nicht so wichtige Experimente stattfinden würden, dass sie einige Minuten Zeit haben würde, mit ihm zu reden. Das Labor war tatsächlich nicht zu verfehlen. Es lag an der Grenze des Muggelschutzzaubers des Viertels und war dementsprechend nach einem Muggellabor modelliert, mit einem hohen Zaun um das langgezogene Backsteingebäude herum und Warnschildern, die vor Radioaktivität warnten, auch wenn Draco nicht ganz verstand, warum die Muggel Angst vor eingeschalteten Musikgeräten hatten. Ganz am Ende war eine kleine Eingangspforte, die jedoch nicht besetzt war. Warum auch, schließlich war es ein Zaubererlabor, es war also dementsprechend mit Schutzzaubern umgeben. Schutzzauber, die Draco logischerweise nicht durchließen. Etwas rastlos schaute er an der Fassade entlang, weiter hinten waren einige hohe Milchglasfenster, hinter denen es hell erleuchtet war, der Rest der Räume war realisierte. Seinen Kopf kreuzte der Gedanke, dass er ihn an einen Heule erinnerte. Im gleichen Moment begann der Umschlag auch schon zu sprechen. Herzlich willkommen im Temporal-Etherialen Labor 1. Leider suchen sie uns außerhalb der Besuchszeiten auf. Sie finden diese am Haupteingang. Bitte besuchen sie uns gerne wieder. Der Brief zerbröselte zu Staub und Draco war hin und hergerissen zwischen Ärger, dass er offenbar zu spät war und Verwirrung was bei Merlin ein Temporal wie war der Rest noch gleich was zur Hölle ein Temporal irgendwas Labor sein sollte. Er starrte die Tür noch einige Sekunden an, dann drehte er sich um. Würde er wohl doch eine Eule schreiben müssen. Er ging einige Schritte in Richtung Straße, da gingen auf einmal neben der Tür eine Reihe Lichter an und zwei Gestalten durch die Milchglas Scheibe nur verschwommen erkennbar eilten in Richtung Tür, Draco vermutete einen Korridor entlang. Und wenn das nur wieder ein betrunkener Muggel ist, was machst du dann? Wir können nicht schon wieder einen Obliviate machen, langsam nimmt es über Hand, hörte Draco eine Frauenstimme dumpf durch die Scheiben. Aber vielleicht ist es auch die Eule mit den Ventilen, auf die Tür. Weißt du noch letzte Woche dieser riesige Uhu, den er mit Marco verwechselt hat? Wir müssen dringend an diesen Schutzzaubern arbeiten, stemmte die andere Frau zu und dem konnte sich Draco nur anschließen. Er drehte sich zurück zur Tür, die jetzt aufgerissen wurde. Da stand Hermine Granger. Sie sah anders aus als noch vor zwei Wochen. Ihr Stil hatte sich drastisch verändert und hier. Beide sahen überrascht aus, ihn zu sehen. Draco? fragte Hermine schockiert. Was machst du denn hier? Wie zur Hölle bist du hierher gekommen? Ohne seine Antwort abzuwarten, winkte sie ihn hinein und schloss die Tür hinter ihm. Draco rünstete die Stirn, während sie ihm gebot, ihm den Gang hinunter zu folgen, den sie auch eben hochgelaufen war. Ähm, ich bin gelaufen? fragte er ein bisschen irritiert. Deine Mitbewohnerin hat mir gesagt, wo du arbeitest. Hermine machte eine wegwischende Handbewegung. Nein, ich meine hierher in dieses Uni. Sie unterbrach sich selbst, blieb plötzlich stehen, drehte sich zu ihm um und kniff die Augen zusammen. Warte, Malfoy? fragte sie dann entsetzt. Dracos Augenbrauen wanderten noch einige Zentimeter weiter nach oben. Erst nannte sie ihn beim Vornamen und schien sich beinahe zu freuen, ihn zu sehen und dann nannte sie ihn beim Nachnamen als wäre er dann eine völlig andere Person und wirkte so, als wäre sie ihm ewig nicht mehr begegnet. Immerhin schien er nicht die einzige Person zu sein, die gerade nicht ganz mitkam. Hermines Kollegin wirkte auch etwas überfordert, ganz zu schweigen von Hermine selbst, die nicht was du vor zwei Wochen gesagt hast, erklärte er dann ehrlich. Hermine blinzete irritiert. Vor zwei Wochen? fragte sie verwirrt. Draco nickte und fragte sich, ob mit der geistigen Gesundheit seiner ehemaligen Schulkameradin alles in Ordnung war. Hatte sie schon vergessen, dass sie bei ihm gewesen war? Ja, du standest plötzlich vor meiner Tür und wolltest mit mir reden, erinnerte er mal. Sie hielt inne und ihre Augen weiteten sich erschrocken. Dann wandte sie sich an ihre Kollegin. Frankie? War sie draußen? Die Kollegin, Frankie, schien kurz zu überlegen, dann wuchs sie den Kopf hin und her. Nicht meines Wissens, aber wir haben sie jetzt auch nicht auf Schritt und Tritt überwacht, sagte sie dann leise. Draco saffert zwischen den beiden Frauen hin und her. Was bei Merlins Bart ging hier vor? Über wen redeten die beiden? Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen. In dem Moment schloss Hermine kurz die Augen und schien einmal tief durch zu atmen. Sie sah in Richtung einer schweren Metalltür am anderen Ende des Ganges, dann zurück zu Draco. Wie spät ist das? fragte sie. Draco blinzete überrascht. Was? Frankie sah auf eine schmale Muggelarmbanduhr, die sie am Handgelenk trug. Halb sieben. Hermine straffte die Schultern und sah Draco direkt in die Augen. Eine hervorragende Zeit, etwas zu essen, erklärte sie. Die Straße runter gibt es einen Stand der Kürbispasteten verkauft. Sie marschierte los, zurück in die Richtung, aus der sie gerade gekommen waren. Draco brauchte einen Moment, um sich zu fangen. Sein Magen grummelte bei dem Gedanken an Kürbispasteten. Wusste sie, dass das sein Lieblingsessen war, oder war das Zufall? Vermutlich Zufall. Er warf Frankie noch einen entschuldigenden Blick zu, die wirkte jetzt eher amüsiert, warum auch immer. Dann beeilte er sich, Hermine nach draußen zu folgen. Du starrst mich an. Hermine sah Draco in die Augen und ein schuldbewusster Ausdruck entstand in ihren Augen. Draco kämpfte mit seiner Kürbispastete, sie saßen auf einer Bank in einem Muggelpark, in dem er noch nie gewesen war. Hermine hatte ihn direkt zum Imbissstand dirigiert, wo sie sich beide eine Pastete gekauft hatten, bevor sie sich in den Park gesetzt hatten. All das war zum einen mehr oder weniger schweigend vonstatten gegangen und zum anderen unter konstanten Blicken von Hermine, die nicht so unauffällig waren, wie sie zu denken schien. Sorry, murmelte sie und sah hinunter auf die Papierserviette, die sie in den Händen hielt. Es ist nur, du siehst genauso aus wie, ich dachte, dass du aussehen würdest und ich frage mich, wie auch immer, es ist nicht wichtig, tut mir leid verstarren. Draco schluckte den letzten Bissen seiner Pastete trocken, wobei ich zunehmend das Gefühl bekomme, dass du dich überhaupt nicht daran erinnerst, je bei mir gewesen zu sein. Lust mir zu erklären, warum? Hermine zupfte an der Serviette herum, dann sah sie wieder hoch. Was? Wieso denkst du das? Natürlich erinnere ich mich bei dir gewesen zu sein. Ich war bei dir in deinem Haus und wir haben geredet über die guten alten Zeiten. Draco musste sich ernsthaft zusammenreißen, nicht laut loszulachen. Wenn er vorher noch ein bisschen unsicher gewesen war, ob er es vielleicht missverstanden hatte, war er jetzt absolut davon überzeugt, dass sie keinen blassen Schimmer von dem Vorfall vor zwei Wochen hatte. Was er immer noch nicht wusste, war warum. Die guten alten Zeiten, fragte er ein bisschen spöttisch, aber mit einem breiten Grenzen. Die guten alten Zeiten, als du mich ins Gesicht geschlagen hast und ich deine Zähne habe wachsen lassen und wir uns gegenseitig getritzt und sabotiert haben, bis wir irgendwann in einem Krieg auf verschiedenen Seiten standen. Die guten alten Zeiten, meinst du? Hermine seufzte frustriert und schmiss ihre zusammengeknüllte Serviette in oder zumindest in Richtung des nächsten Papierkorbes. Bei Merlin, krummelte sie, während sie aufstand, die Serviette aufhob und jetzt wirklich entsorgte. Na gut, nein, ich erinnere mich nicht daran, bei dir gewesen zu sein. Wenn du es genau wissen willst, dann war es eine alternative Version von mir aus einem Paralleluniversum, mit der ich den Platz getauscht habe und die dich sehen wollte, weil sie in ihrem Universum mit dir verheiratet ist. Ihr Mundwickel zuckte nach oben und jetzt konnte Draco sein Gelächter wirklich nicht mehr zurückhalten. Einverstanden, erklärte er dann, du willst nicht darüber reden, ich werde nicht weiter fragen. Sie wirkte erleichtert und Draco ärgerte sich ein bisschen, dass er die Memo nicht ein bisschen früher bekommen hatte, dass sie ihm offensichtlich nicht sagen wollte, was vorgefallen war, dass sie sich nicht erinnern konnte. Aber sie kannten sich ja auch nicht besonders gut, also war es vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel des Guten. Worüber habt ihr haben wir denn geredet? fragte Hermine dann. Sie stand immer noch neben dem Mülleimer und schien etwas unschlüssig. Draco hob eine Augenbraue. Du kannst dich ruhig wieder setzen, bot er an und rutschte noch ein Stück weiter zur Seite. Ich beiße nicht. Haha. Hermine verzog spöttisch die Mundwinkel. Du machst mir keine Angst mehr, Malfoy. Sie sah hinüber zu einer großen Uhr an einem Kirchturm. Ich müsste nur glaube ich so langsam zurück ins Labor. Wir haben ein Experiment am Laufen, wo ich demnächst wieder die Parameter checken muss. Oh. Draco erhob sich überrascht. Er hatte angenommen, dass sie für heute Feierabend gemacht hatte. Natürlich tut mir leid. Er schmiss ebenfalls seine Serviette weg und machte dann eine einladende Geste. Wenn du nichts dagegen hast, begleite ich dich noch zurück und beantworte dir deine Frage, wenn du willst. Hermine nickte und sie machten sich langsam auf den Weg zurück ins Zaubererviertel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, warum du zu mir gekommen bist. Du sagtest etwas davon, dass du denkst, dass wir uns vielleicht ganz gut verstehen könnten, wenn wir nicht damals in der Schule in verschiedenen Häusern gewesen wären, berichtete er, du dachtest, dass wir versuchen sollten, nochmal von vorn an zu fangen, weil wir uns ja vielleicht doch ganz gut verstehen könnten. Hermine hörte ihm einfach schweigend zu, sie nickte nicht einmal oder sah ihn an. Keine Ahnung, sprach Draco weiter, ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund war, warum du bei mir warst, du wirktest eher so, als wolltest du wissen, was aus mir geworden ist. Ich bin nicht ganz schlau geworden aus deinem Verhalten, deswegen bin ich heute auch zu dir gekommen, weil ich wissen wollte, was das alles sollte. Sorry, dass ich dir das nicht beantworten kann, mummelte Hermine entschuldigend. Draco grinste sie aufmunternd an. Hey, wenn ich in einem Paralleluniversum landen würde, würde ich auch wissen wollen, was aus meinem Ehepartner geworden ist, scherzte er in Anlehnung an die Ihr einer Mundwinkel zuckte nach oben, Draco zuckte mit den Schultern. Es hatte kein Ergebnis, du bist geradezu aus meiner Wohnung geflohen, als du das Kinderspiel gesehen hast, auch eine Sache, nach der ich dich fragen wollte, ist es wirklich so unvorstellbar, dass ich Vater sein könnte? Er drehte sich zu Hermine um, die ihn schockiert anschaute. Du bist was? fragte sie völlig entgeistert. Draco entlitten die Gesichtszüge. Da hatte er wohl seine Antwort. Hermine schien sich allerdings recht schnell wieder zu fangen und sah mehr als nur betreten aus. Entschuldige, sagte sie dann sofort. Tut mir leid, das war vermutlich das dümmste, was ich hätte sagen können. Du bist Vater, kein Ding, völlig normal, Glückwunsch. Draco sah stur gerade aus und lief die Straße hinunter. Hermine musste sich ziemlich beeilen, mit dem Schritt zu halten. Hey Draco, sagte sie laut, er blieb stehen. Was, fuhr sie an. Entschuldigung angenommen, kein Problem, ich bin überhaupt nicht beleidigt, dass du zweimal völlig entsetzt bist, bei der Vorstellung, dass ich ein Kind haben könnte. Fühlt sich großartig an, gesagt zu bekommen, dass andere einem sowas nicht zutrauen. Er verschränkte die Arme und sah sie erwartungsvoll an. Sie schwieg beschämt. Es tut mir leid, sagte sie noch einmal. Ich war überrascht, nicht entsetzt. Ich hätte nicht einfach annehmen sollen, dass ich weiß, was du die letzten Jahre gemacht hast. Ich bin sicher, bist ein großartiger Vater von einem tollen Kind. Sie versuchte sich an einem kleinen Lächeln. Oder sind es mehrere? Bei dem Gedanken an seinen Sohn konnte Draco jetzt auch das Lächeln nicht mehr unterdrücken. Außerdem konnte er ja auch irgendwo verstehen, dass sie überrascht war, auch wenn sie ruhig ein wenig positiver hätte überrascht sein können. Wenn sie ihm sagen würde, dass sie Mutter wäre, wäre er auch schockiert gewesen. Nein, eins, antwortete er, Scorpius, erst anderthalb. Hermine wirkte amüsiert und sie setzten sich wieder in Bewegung. Scorpius, fragte sie neugierig, ein ungewöhnlicher Name, hast du ihn ausgesucht? Er schüttelte den Kopf. Es war Astorias Vorschlag, berichtete er, auch wenn ihm der Name damals schon gefallen hatte und er ihn auch immer noch schön fand. Es gibt ja diese Familientradition bei den Reinblütlern, seine Kinder nach Sternbildern zu benennen und die hat ihr immer schon gut gefallen. Ich glaube, sie hatte den Namen schon ausgesucht, bevor wir erfahren haben, dass wir heiraten werden. Hermine lächelte in sich hinein und schien in Erinnerungen an etwas zu schwelgen. Scorpius Malfoy, sagte sie laut, klingt gut. Finde ich auch, stimmte mit einem Augenzwinkern zu. Sie sah ihn an und ihr Lächeln wurde etwas breiter. Für einige Sekunden meinte Draco dahinter eine gewisse Bahn zu schaffen zu machen, den Heuler, der ihnen mitteilte, dass sie leider außerhalb der Besuchszeiten kamen, komplett ignorierend. Woran genau forscht die eigentlich? fragte Draco neugierig. Zeitreisen, antwortete Hermine ohne aufzusehen. Draco blinzelte. Okay, sagte er dann. Was sollte er auch anderes sagen? Das Schloss klickte leise und die Tür öffnete sich. Hermine drehte sich wieder zu Draco um. Na gut, dann, sagte sie und ließ den Rest des Satzes in der Luft hängen. Draco nickte und trat einige Schritte von der Tür weg, als Zeichen, dass er verstanden hatte. Es war trotzdem interessant, dich noch einmal wiederzusehen, sagte er. Sie nickte und drückte die Tür auf. Gerade wollte sich Draco umdrehen und gehen, Hermine Granger endgültig hinter sich lassen, da fuhr sie noch einmal herum. Was machst du morgen? fragte sie. Er überlegte kurz. Morgen war Samstag, aber kein relevanter Samstag. Ich hab noch keine Pläne, sagte er, auch wenn er nicht ganz wusste, worauf sie hinaus wollte. Warum? Vielleicht hätte ich doch recht, meinte sie. Vielleicht könnten wir uns ganz gut verstehen. Draco runzete die Stirn. Wie oft würde sie noch ihre Meinung ändern, wenn es um diese Sache ging. Was hältst du von einem Kaffee? fragte sie. Bar Florian Fortescue? Morgen, 16 Uhr? Ich verspreche da zu sein und nicht wegzulaufen. Er überlegte ernsthaft abzulehnen, aber er hatte ohnehin nicht viel vor und es würde sicher nicht schaden, mal aus dem Haus raus zu kommen, also nickte er doch. Einverstanden. Sie Am nächsten Tag erreichte Draco das Café in der Winkelgasse ziemlich pünktlich. Gut, er war einige Minuten zu spät, aber das lag nur daran, dass er vor Madame Malkins Laden Pansy über den Weg gelaufen war, die ihn spontan zu ihrem persönlichen Modeberater befördert hatte. Draco fand das nicht wirklich schlimm, er mochte sie inzwischen wirklich gerne und sie hatte ihn im letzten Jahr wirklich das ein oder andere Mal ablenken können, wenn ihm wieder mal alles über den Kopf gewachsen war. Das Problem war nur, dass Pansy die Eigenschaft hatte, dass die Zeit, die man mit ihr verbrachte, ausgesprochen subjektiv wurde. Wenn man sie nicht leiden konnte, konnten sich Minuten in ihrer Gesellschaft wie Stunden anfühlen, aber wenn man sie mochte, dann wurden Stunden eben auch schnell mal zu Minuten. Und blöderweise mochte Draco Pansy mittlerweile. Sie hat ein bisschen skeptisch geschaut, als er ihr Zelt hatte, dass er sich mit Hermine Granger treffen würde, aber kommentiert hatte sie es nicht. Draco hatte schon befürchtet, dass die Idee, nochmal von vorn an zu fangen, besonders in seiner Freundes auf wenig Begeisterung stoßen würde. Andererseits konnte er sich auch nicht wirklich vorstellen, dass Harry Potter und Ron Weasley besonders freudig auf ein Wiedersehen mit ihnen warteten, von daher vermutete er ganz stark, dass das zumindest kein einseitiges Problem sein würde, falls Hermine immer noch wild entschlossen war, alle wieder zusammen zu bringen. In jedem Fall war etwa fünf Minuten zu spät bei Florence Eissalon. Aber das war nicht schlimm, denn Hermine war selbst noch nicht da. Draco hatte nach dem gestrigen Tag eine recht starke Vermutung, woran das liegen könnte. Er hatte recht. Es dauerte zehn Minuten, bis Hermine die Haare vom Apparieren zerzaust, die Wangen vom Rennen gerötet und den weißen Laborumhang noch an, auftauchte und sich an seinen Tisch fallen ließ. Sorry für die Verspätung, wir haben gerade noch ein Experiment gemacht, bei dem Robbins seine Katze zu uns schicken sollte, aber es hat nicht Tal steigen, wir versuchen es also am Montag noch einmal. Sie fuhr sich durch die Locken und griff nach der Eiskarte. Draco schmunzelte, zog aber gleichzeitig etwas verwirrt die Augenbrauen zusammen. Warum sollte er eine Katze zu euch schicken? fragte er irritiert und nippte an seinem Orangentee. Naja, es hat schon mit drei Minimuffs, einer Echse, einer Ratte und einer kleinen Eule funktioniert. Der nächste logische Schritt wäre eine Katze findest du nicht? Sie tippte mit ihrem Zauberstab auf ihren ausgewählten Eisbecher und die Karte schwebte Richtung Theke davon. Klar wäre es uns lieber gewesen vorher noch einen Marder oder einen Iltis oder sowas zu versuchen, aber es ist wie es ist und in den 1930ern ist die Auswahl eben ein bisschen begrenzt. Sie lehnte sich entspannt zurück. Draco blinzelte. Hermine grinste. Robbins lebte in den 30ern, exakt 1930, um genau zu sein. Er hat sich damals freiwillig gemeldet, damit wir jemanden in der Vergangenheit haben, um unsere Forschung zu testen, erklärte sie. Draco verschluckte sich an dem Schluck Tee, den er getrunken hatte. Warte, das war kein Scherz gestern? fragte er, als er sich ein bisschen erholt hatte. Ihr forscht wirklich an Zeitreisen? Und das funktioniert? Er hatte das Gefühl, dass seine Augen die Größe von Serviertellern hatten. Hermine schien sich zu freuen, wie ein Kind an Weihnachten, dass sie jemanden gefunden hatte, der Interesse an ihrer Forschung zeigte. Draco konnte es ihr nicht verübeln, wenn er Forscher für Zeitreisen wäre, würde er das auch allen erzählen wollen. Wir forschen mittlerweile seit fünf Jahren daran, die meisten von uns haben aber vorher schon separat daran gearbeitet. Es ist eine gigantische Menge an Forschung und das meiste ist leider immer noch nur Theorie, berichtete sie. Aber hey, wir können inzwischen beliebig weit in die Vergangenheit reisen. Nur zurück ist immer noch schwierig, das hat bisher nur einer von uns geschafft und da arbeiten wir seitdem auch immer noch dran, zu verstehen, wie zur Hölle das geklappt hat. Okay, warte, du willst schwer wäre? Das habe ich schon mit 14 gemacht, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Warte, was? Eine knappe Dreiviertelstunde später hatte Draco Hermine mit allen möglichen Fragen gelöchert, die ihm eingefallen waren. Zeitreisen! Hermine Vorstimme Zeitreisen! Also, wenn du interessiert bist, ein Job als Hilfslaborant ist bei uns immer frei, scherzte Hermine abschließend, nachdem sie alle seine Fragen beantwortet und noch ein bisschen mehr erzählt hatte. Draco musste lachen. Von wegen, meinte er, ich verstehe nicht einmal ansatzweise genug von Zauberkunst, um da irgendwie mitzuhalten, ganz zu schweigen von Mathematik und Physik. Er griff nach der Karte, die inzwischen wieder auf dem Tisch lag, nachdem sie mit Hermines Eisschokolade aufgekreuzt war. Bleiben wir noch? Dann würde ich mir nämlich noch was bestellen. Hermine zuckte mit den Schultern. Ich hab Zeit und wir haben jetzt die ganze Zeit über meine Arbeit geredet. Sie lächelte. Ich bin ja doch ein bisschen neugierig, was du so gemacht hast, seit wir mit der Schule fertig sind. Draco wählte einen magischen Tee aus, von dem Blaze erzählt hatte, dass er heiß und kalt zugleich sein Hermine sah ernsthaft überrascht aus. Puh, machte sie dann erstaunt. So kann man sich irren. Draco beschloss, das nicht zu kommentieren. Sorry. Hermine machte eine wegwischende Handbewegung. Du wolltest erzählen, was du nach dem Krieg gemacht hast. Ich habe erst mal ein Jahr lang darin gearbeitet, so weit rehabilitiert zu werden, dass ich eine Ausbildung im Arorenbüro anfangen durfte, erzählte er. Nicht unbedingt als Arore per se, aber ich wollte schon mit 13 nach der Schule in die Richtung gehen, also habe ich das auch gemacht. Es hat geklappt und jetzt arbeite ich im Ministerium. Er machte eine ziemlich lächerliche Feuerwerksgeste. Ich weiß, die Story ist nicht so aufregend wie deine. Ich finde es trotzdem witzig, sagte sie. Ich hätte nie gedacht, dass du Arore werden willst oder wie auch immer irgendwas in die Richtung. Sie sah ihn nachdenklich an. Andererseits wüsste ich auch nicht, als was ich mir dich sonst vorgestellt hätte, alles an dir schreit förmlich Ministeriums Angestellter. Er verkniff sich ein Grinsen und überlegte, ob das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung gewesen sein sollte. Er kam zu dem Schluss, dass es wohl als Scherz gemeint war. Und sie hatte ja recht, er selbst konnte sich auch nicht wirklich vorstellen, in irgendeine andere Richtung zu gehen. Warum auch? Er mochte seinen Job. Eine grün geblümte Tasse schwebte um die Ecke und landete elegant zwischen ihnen auf dem Tisch. Draco beäugte interessiert ihren Inhalt. Zunächst einmal sah sie einfach aus wie normaler Tee. Dafür ist ein Privatleben aber sicher interessanter als meins, griff Hermine das Thema wieder auf. Draco lachte trocken. Ich glaube andersherum wäre es mir lieber gewesen, gestand er. Arrangierte Ehe mit 20 war jetzt nicht so der Jackpot. Er trank einen Schluck von seinem Tee. Es war faszinierend, er schmeckte wirklich heiß und kalt zugleich. Er rührte ein wenig in der Tasse umher und vermiede Hermine anzusehen. Warum hat er das gesagt? Normalerweise platzte er nicht direkt damit als romantische Gründe gehabt hatte. Hermine sagte nichts und nach einigen Sekunden, die sich wie Stunden anfühlte, sah Draco wieder hoch. Ähm, ja, murmelte er leise. Sie schwieg noch immer und sah ihn an. Ihr Blick war nicht urteilend, nicht mitfühlend. Draco wusste nicht so recht, wie er ihn deuten sollte. Nachdenklich vielleicht. Tut mir leid, sagte sie dann schlicht. Wenn du nicht drüber reden willst, kann ich elegant das Thema wechseln, wenn du möchtest, bot sie dann an. Draco schmunzelte und zuckte mit den Schultern. Es gibt nicht viel zu reden, meinte er. Wir haben geheiratet, einen Sohn gemeinsam und sind seit einem halben Jahr offiziell geschieden, was ironischerweise vermutlich das Beste war, was dieser Ehe passieren konnte, denn in dem Moment, wo wir uns eingestanden haben, dass wir uns nicht genug mögen, um dauerhaft im gleichen Haus leben zu können, haben wir festgestellt, dass wir uns auf eine ganz andere Art doch ziemlich gut leiden können. Und ich denke, dass es für alle Beteiligten, insbesondere Scorpius, sehr viel besser ist, wenn wir nicht zusammen wohnen, aber dafür mal als Familie in den Zoo gehen können, als andersherum. Draco spielte mit den Fingern am Rand seiner Tasse herum. Wie schon vorher wusste er nicht so genau, was ihn dazu gebracht hatte, ungeschont ehrlich zu sein. Aber er saß seit einer knappen Stunde hier mit Hermine und wurde sich zunehmend sicherer, dass sie vor zwei Wochen recht gehabt hatte, auch wenn sie sich nicht mehr erinnern konnte. Sie waren sich gar nicht so unähnlich und er musste zugeben, dass er sie wirklich cool fand. Klingt auf jeden Fall sinnvoll, nochmal und Story auch und dann könnt ihr irgendwo in einer schicken Gegend zwei Häuser nebeneinander kaufen mit einem gemeinsamen Garten und dann bekommt ihr doch noch euer Happy End. Draco war kurz irritiert vom Spitznamen, musste dann aber lachen, denn die Vorstellung war, wenn auch nicht übel, ziemlich absurd. Ich glaube, du hast ziemlich falsche Vorstellungen davon, wie ich mir mein Happy End ausmale, eine solche Idee gekommen. Also beschloss er, das Thema zu wechseln. Du hast vor zwei Wochen den Vorschlag gemacht, dass wir versuchen sollten, unsere jeweiligen Freundeskreise noch einmal zusammen zu bringen. Wie denkst du da jetzt drüber? Hermine spielte an ihrem Eislöffel herum und zuckte mit den Schultern. Ich meine, hast du überhaupt noch Großkontakt zu deinen Schulfreunden? fragte sie. Draco runzelte die Stirn und nickte dann. Du Edwin nicht? fragte er. Ich hatte immer den Eindruck, dass du, Potter und Weasley an der Hüfte zusammengewachsen seid. Hermine musste lachen und verdrehte die Augen. Wir sind immer noch gut miteinander befreundet, erzählte sie. Aber Harry und Ginny haben schon zwei Kinder und Ron führt einen Laden, während ich an Zeitreisen forsche. Sie lächelte ein bisschen. Das sind sehr unterschiedliche Leben. Außerdem hast und meine besten Freunde sind meine Kollegen. Draco hörte beeindruckt zu. Einerseits klang es genau nach der Hermine Granger, an die er sich erinnerte, zumindest der Teil mit dem viel Zeit im Labor verbringen. Andererseits fand er es auch irgendwie schwer vorstellbar, dass sich Arbeit und Privatleben so sehr mischten. Er mochte seinen Job, aber es war eben nur ein Job. Aber Slytherins sind ja bekannt dafür, Freundschaften fürs Leben zu schließen, lenkte Hermine ein. Ich gehe also mal davon aus, dass eure kleine Gang noch zusammen ist. Draco musste über ihre Ausdrucksweise lachen, aber er nickte erneut. Zumindest ein paar von uns. Ich habe noch ziemlich viel Kontakt mit Blaze und Theo und seit ein paar Jahren noch wieder mit Pansy. Mit Greg und Millicent ist das ein bisschen eingeschlafen, aber ich glaube, sie wohnen noch beide nicht mehr in London. Hermine nickte. Nachvollziehbar, meinte sie. Nach einem Augenblick ergänzte sie, also, was meinst du, wie laut lachen deine Freunde, wenn du ihnen vorschlägst, sich mit meinen Freunden zum Kaffee zu treffen, denn ich glaube, meine werden das für den Witz des Jahrhunderts halten. Draco musste lachen. Ja, meine vermutlich auch, stimmte er zu. Hermine schüttelte grinsend den Kopf. Andererseits mache ich ihnen auch keinen wirklichen Vorwurf. Ich meine, ich hätte bis vor zwei Monaten auch nicht gedacht, dass ich mal mit dir bei Florine Flottes Q sitze und wir nett plaudern. Sie lehnte sich entspannt in ihrem Stuhl zurück. Draco zog verwirrend die Augenbrauen zusammen. Wieso? Was war vor zwei Monaten? fragte er. Sie sah ein wenig ertappt aus. Nicht so wichtig, murmelte sie dann. Also, Draco, hast du irgendwelche Hobbys? Kapitel 14 Als Draco am Abend sein Wohnzimmer betrat, saß Pansy auf seiner Couch und blätterte im Tagespropheten. Kurz überlegte Draco, ob es wohl ein Fehler gewesen war, seine Schutzzauber anzupassen, dass sie das Haus jederzeit betreten konnte, dann zuckte er mit den Schultern und beschloss, ihr nicht die Genugtuung zu geben, dass er sich über ihre Anwesenheit wunderte. Guten Abend, Pansy, begrüßte er sie also, während er seinen Einkauf auspackte, den er auf dem Rückweg noch schnell erledigt hatte. Sie versteckte sich immer noch hinter der Zeitung, aber er wusste ganz worden. Aber selbstverständlich. Sie faltete die Zeitung und schlenderte zu ihm hinüber in die kleine Kochecke des Raumes. Du kennst mich doch. Draco schüttelte ein wenig amüsiert den Kopf und stellte eine magisch eingefrorene Kürbispastete auf den Tisch, die er als sein Abendessen besorgt hatte. Ehrlich, er würde wirklich kochen lernen müssen, wenn er dauerhaft allein wohnte. Pansy hüpfte ebenfalls darauf und pikste mit ihrem Finger in die beinahe unsichtbare, leicht schimmernde Hülle, die die Pastete umgab. Weißt du, Kürbispastete zu machen ist wirklich nicht schwer, merkte sie an. Draco schloss seinen Küchenschrank und drehte sich zu ihr um. Ich weiß, log er, aber fertige Kürbispastete ist noch leichter und schmeckt auch. Er zuckte mit den Schultern und ging hinüber zum Kamin, um ein Feuer zu machen. Wie war dein Date mit Granger? rief Pansy vom Küchentisch aus. Draco verdrehte die Augen, aber da er immer noch mit dem Kamin beschäftigt war, konnte sie es nicht sehen. Es war nett, meinte er nur. Er hörte, wie sie überrascht Luft holte und sich dann auf dem Tisch umdrehte. Warte, du warst echt auf einem Date mit ihr? fragte sie überrascht. Draco musste lachen. Natürlich nicht, aber seien wir ehrlich, wenn ich es abgestritten hätte, hättest du trotzdem darauf bestanden und wir wären an genau der gleichen Stelle wie jetzt. Er durchquerte den Raum wieder und machte sich an der Pastete zu schaffen. Bleibst du zum Essen? Sie schmunzelte. Wenn du tatsächlich etwas Essbares zubereiten würdest, würde ich mich vielleicht sogar überreden lassen, forbte sie noch einmal seine Kochkünste. Aber tatsächlich geht meine Schicht in einer Stunde los, also kann ich wirklich nicht lange bleiben. Schicht? fragte Draco überrascht, während er die Pastete aus ihrer Umhüllung befreite. Pansy seufzte dramatisch. Die Pflicht ruft, Verbrecher schlafen nicht, erklärte sie pompös. Draco schmunzelte und schob die Pastete in den Ofen. Arbeitest du nicht im Postamt? fragte er unschuldig. Sie machte ein leises Pfft. Auch Eulen können Verbrechen begehen oder Leute an Eulen, verteidigte sie sich und verschränkte die Arme. Außerdem sind Eulen nachtaktiv, Nachtschicht im Postamt ist also eine sehr wichtige Sache. Sie schob beleidigt die Unterlippe nach vorn, Draco versuchte sein Lachen zu unterdrücken. Aber selbstverständlich antwortete er so ernsthaft wie er konnte, was nicht besonders ernsthaft war. Entspannt setzte er Teewasser auf und holte einen Teller aus dem Geschirrschrank. Und? Hast du irgendwelche Pläne für morgen? fragte Pansy und sah ihm dabei zu. Draco nickte. Ich mache mit ein paar Leuten einen Ausflug zum See, berichtete er. Du kannst mitkommen, wenn du willst, bot er direkt an. Dann fiel ihm wieder ein, dass sie nicht zu viel wird, räumte er also ein, sie zuckte mit den Schultern. Wenn ihr nicht in aller Herrgotts Frühe loswollt, hätte ich auf jeden Fall Lust. Sie beäugte seine winzige Gewürzauswahl, die mittig auf dem Tisch stand. Draco zog sich einen Stuhl hervor und setzte sich. Der Duft von Kürbispastete breitete sich langsam im Raum aus und ihm fiel auf, wie hungrig er war. Nee, wir dachten nachmittags, wenn die Kinder wieder wach sind, berichtete er, sie hielt mit dem Rosmarin in der Hand inne. Ach, das wird eine Familienaktion, schloss sie mit hochgezogener Augenbraue. Draco wog den Kopf hin und her. Nur so mittel, beruhigte er sie. Astoria kann Skorp schlecht zu Hause lassen, Theo und Daphne bringen die Zwillinge mit, aber Blaze wollte auch kommen und seine Kollegen mitbringen. Nathan, hast du den schon mal getroffen? Pansy runzerte die Stirn und tauschte den Rosmarin gegen eine billige Pfeffermühle aus dem Muggelsupermarkt um die Ecke. Nathan gab's Gabriel, fragte sie. Draco schüttelte amüsiert den Kopf. Nathan Bishop, wir alle wissen, dass Nathan Gabriel ein Arschloch ist, seit er die Sache mit Millicent damals abgezogen hat, erinnerte er sie und Pansy nickte. Ach, stimmt ja, das hatte ich voll vergessen. Sie stellte den Pfeffer zurück und hüpfte jetzt doch vom Tisch, um sich wie eine normale Person auf einen Stuhl zu setzen. Mann, ich bin echt erleichtert, dass das bei dir und es so glimpflich ausgegangen ist. Sonst müsste ich dich jetzt hassen, Girlcode und so. Sie grinste schief. Draco bezweifelte stark, dass es so einen Girlcode wirklich gab, aber er musste ihr Recht geben. Auch er war erleichtert, dass die Trennung größtenteils in gemeinsamen Einverständnis von Statten gegangen war. Weißt du, was merkwürdig ist? Fiel ihm dann wieder ein. Als ich vorher mit Granger geredet habe, hat sie Astoria Story genannt. Ist hier wohl so rausgerutscht? Ich wusste nicht mal, dass sie es kannte, geschweige denn so gut, dass sie einen eigenen Spitznamen für sie hat. Pansy zuckte mit den Schultern. Es ist aber ein cooler Spitzname, räumte sie ein. Warum ist uns das nicht eingefallen? Draco grinste und stand auf. Der Duft der Pastete war mittlerweile wirklich unwiderstehlich und er hoffte einfach, dass sie fertig war, sonst würde er sie jetzt eben so essen. Er holte die dampfende Schale aus dem Ofen und platzierte sie, bereits geschnitten, direkt auf seinem Teller. Ehrlich, wäre er in Kochzaubern nur halb so gut wie in Tischteck zaubern, dann würde er nie wieder Fertiggerichte essen. Pansy stand auf, als er seinen Teller auf den Tisch stellte. Ich mach mich dann mal auf den Weg, sagte sie mit Blick auf die Pendeluhr, die an der Wand hing und leise vor sich hintickte. Draco nickte. Viel Spaß mit den Eulen, wünschte er mit einem Augenzwinkern. Und wenn du morgen doch mitkommen willst, kannst du ja einfach an den See kommen. Wir hatten gesagt, so gegen drei an diesem Zeitungskiosk. Der, der sich weigert, den Tagespropheten zu verkaufen, weil da mal ein Horoskop drin war, was nicht gestimmt hat, hakte Pansy nach. Draco musste grinsen. Ganz genau der, ersetzte sich, sie hatte allein ins Haus gefunden, sie würde auch allein hinaus finden. Sie schnappte sich auf dem Weg zur Haustür noch ein Stück seiner Pastete und Draco hörte sie aus dem Flur lautstark, ehrlich, sogar Scorpius könnte bessere Pastete backen, sagen. Er lachte leise, dann hörte er den Knall vom Apparieren. Kapitel 15 Als er 18 gewesen war, hatte Draco die von den Medien als goldenes Trio betitelte Freundesgruppe für unzertrennbar gehalten. Immer wenn er sie in der Schule gesehen hatte, dann waren sie zu dritt gewesen. Deshalb war es wirklich ironisch, wie gravierend unterschiedlich oft er seit dem Krieg mit den drei Personen zu tun gehabt hatte. Am allerwenigsten, wie schon gesagt, mit Termine. Er hatte sie vermutlich in dem als Schlacht von Hogwarts bezeichneten Desaster zuletzt gesehen und dann erst wieder vor nunmehr einem guten Monat, als sie vor seiner Haustür gestanden hatte. Deutlich mehr, aber immer noch ziemlich selten, war er Harry Potter begegnet. Aber sie hatten die Ausbildung gemeinsam begonnen und er war ihm das ein oder andere Mal im Ministerium über den Weg gelaufen, sie hatten sich gegrüßt, wie man das ebenso tat und hatten weiter kein Wort miteinander gewechselt, außer dass eine Mal als versehentlich eine Akte von Draco in Potters Büro gelandet war. Oh, und sie hatten sich einmal duelliert, aber keine Sorge, das war nur dieses dämliche Training gewesen, was sie regelmäßig absolvieren mussten. Die Person aus dem Trio, zu der er mit Abstand den meisten Kontakt hatte, war interessanterweise Ron Weasley. Ohne einen Besuch bei ihm und seinem Bruder verging selten eine Arbeitswoche und der Laden in der Winkelgasse war längst Teil von Dracos Routine. Nur äußerst selten war wirklich etwas dran an den Vorwürfen, die das Ministerium erreichten, dass Weasleys zauberhafte Zauberscherze illegale Experimente durchführe, illegale Dinge verkaufen würde oder illegalen Handel mit Kleintieren führe. Letztes war nicht sehr oft vorgekommen, aber oft genug, dass es Draco sowohl amüsierte, als auch schwer irritierte. Also Ron Weasley war definitiv jemand, dem er im Arbeitsalltag mal über den Weg lief. Potter und Hermine? Eher nicht. Deswegen war es doch ein bisschen irritierend, als er gut zwei Wochen nach dem Wochenende mit dem Treffen im Café und dem Nachmittag am Strand morgens im Ministerium mit genau diesen beiden Personen im Aufzug landete. Mit diesen beiden Personen und einigen leeren Pappkartons, zuzüglich sechs Memos, eines zerstreut wirkenden Zauberers mittleren Alters, eines materiellen Patronus in Entenform, warum auch immer der Lift fuhr, und einer halbgerupft aussehenden Eule. Guten Morgen, begrüßte Hermine ihn fröhlich und Draco erwiderte den Gruß mit einem freundlichen Nicken. Kommt ihr, um ein Büro zu plündern? fragte er amüsiert mit Blick auf die Pappkisten. Hermines Grinsen wurde breiter und sie nickten. Aber keine Sorge, es ist nicht deins. Der Lift hielt, und der andere Zauberer, sowie die Eule und die drei. Und drei der Memos verließen ihn. Ein anderes Memo sauste in letzter Sekunde hinein, bevor sich die Türen wieder schlossen. Na, da bin ich ja erleichtert, brummte Draco, als sie weiterfuhren. Wessen ist es denn? fragte er dann neugierig. Er sah, wie Potter Hermine einen irritierten Blick schenkte. Offenbar konnte er nicht ganz nachvollziehen, wieso sie sich so entspannt unterhielten. Harrys, berichtete sie, ihren Freund anscheinend gezielt ignorierend. Draco hob überrascht eine Augenbraue. Befördert worden? fragte er beeindruckt und konnte sich ein spitzes, schon wieder, gerade noch so verkneifen. Potter verdrehte die Augen. Es geht dich zwar nichts an, Malfoy, erklärte er etwas schnippisch, aber wenn du es unbedingt wissen willst, ich habe gekündigt. Damit hatte Draco nicht gerechnet. Damit hätte er in seinem ganzen Leben nicht gerechnet. Wenn man ihn gefragt hätte, was eher passieren würde, dass Harry Potter Zaubereiminister wird oder dass er kündigt, dann hätte er nicht eine Sekunde über seine Antwort nachdenken müssen. Offenbar hatte er falsch gelegen. Wow, war das Einzige, was ihm dazu einfiel. Potter schien sich nicht ganz so sicher zu sein, ob er das witzig oder beleidigend fand. Draco wollte zu gerne wissen, was Harry Potter zum Kündigen bewegte, aber er wusste nicht so genau, wie er es fragen sollte, also schwieg er. Der Aufzug hielt im nächsten Stockwerk und Potter und Hermine verschwanden den Gang hinunter, die Pappkisten vor sich her scheuchend. Draco sah ihnen hinterher, im letzten Augenblick fiel ihm ein, dass er ja ebenfalls hier raus musste. Er schlüpfte gerade noch so durch die Tür und ging den Gang hinunter in Richtung seines Büros, in die andere Richtung als Potter und Hermine. Sein Postfach war bis nach oben voll und er warf nur einen kurzen Blick darüber. Spontan erkannte er einen Bruch des Geheimhaltungsabkommens in Soho, eine sprechende Katze in der Nähe von Eddingberg und, oh, sieh eine an, eine Anschuldigung, Weasleys zauberhafte Zauberscherze würden illegal Minimuffs verkaufen. Er verdrehte die Augen, denn erstens war die Genehmigung Minimuffs zu verkaufen einfacher zu bekommen als ein tatsächlicher Minimuff und zweitens hatten die Weasleys diese Genehmigung schon seit über zehn Jahren. Er schnappte sich Feder und Pergament und begann mit der Arbeit, worin er so vertieft war, dass er wenige Stunden später die Begegnung im Aufzug schon fast wieder vergessen hatte, als es klopfte. Da seine Bürotür immer einige Zentimeter offen stand, Draco fand geschlossene Türen doof, brummte er nur etwas, was man höchstens noch als herein interpretieren konnte, aber sicher nicht als solches hören. Trotzdem ging die Tür auf und Hermine kam herein. Hi, störe ich dich? fragte sie. Draco sah auf. Nein, er legte die Feder weg. Was verschlägt dich her? Sie grinste ein wenig schämisch. Naja, letztens hast du mich bei der Arbeit unterbrochen, also habe ich beschlossen, den Gefallen zu erwidern, erklärte sie leicht hin und begann, sich im Büro umzusehen. Ihr Blick streift über das kleine Bücherregal. Wie geht's, Scorpius? Draco lächelte. Ihm geht's prima. Wie geht's der Katze aus 1930? Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und beobachtete sie. Hermine lachte leise. Sagen wir mal, sie ist vier rumgekommen, erklärte sie schließlich. Aber hey, wenn ich eine Katze aus 1930 wäre, hätte ich auf dem Weg ins neue Jahrtausend die wilden Siebziger auch nicht missen wollen. Sie drehte dem Bücherregal den Rücken zu, sah also wieder in Richtung von Draco. Hey, was machst du morgen Nachmittag? Draco musste kurz überlegen. Dann zuckte er mit den Schultern. Arbeiten, denke ich mal. Dann einkaufen. Vielleicht etwas lesen. Er sah sie an. Wieso? Hermine ließ sich auf den Besucherstuhl in seinem Büro fallen. Ey, ich hab vor mir ein Sofa zu kaufen und könnte eine zweite Meinung gut gebrauchen. Lust mitzukommen? Draco blinzelte. Ein Sofa? fragte er überrascht. Sie nickte. Ich hatte eins, aber es hat sich leider ein klein bisschen dematerialisiert. Wie auch immer, ich brauche ein neues und du siehst aus wie jemand, der noch nie in den Nuss des Sofakaufs gekommen ist. Sie schmunzelte. Draco wollte gerne protestieren, aber er musste zugeben, dass er tatsächlich noch nie ein Sofa gekauft hatte. Er und Astoria hatten das Haus möbliert gekauft und dann einfach alle vorhandenen Möbel so verwandelt, wie sie es haben wollten. Das war wesentlich einfacher als alles zu kaufen und man konnte zusätzlich noch selbst entscheiden, wie es aussehen sollte. Ein paar Sachen hatte ihnen auch jemand geschenkt. Mir war nicht bewusst, dass ich da etwas Wichtiges verpasst habe, wandte er amüsiert ein. Sie riss dramatisch die Augen auf. Er isst sich des Zustandes, in dem er ist nicht einmal bewusst, klagte sie mit Hans Herz gepresster Hand. Draco musste gleichzeitig lachen und die Augen verdrehen. Hermine Granger war wirklich ein Original. Einverstanden, sagte er also. Ich begleite dich. Ihre schmerzverzogene Miene wich wieder dem Grinsen von vorher. Perfekt, verkündete sie und erhob sich. Dann sehen wir uns morgen 16 Uhr bei Madelins magischen Möwen und Möbel? Draco zog irritiert die Augenbrauen zusammen. Sagtest du gerade Möwen und Möbel? wiederholte er verwundert. Hermine nickte. Ja, man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich eine sehr gute Kombination, berichtete sie. Draco beschloss das nicht zu kommentieren, bevor er den Laden gesehen hatte. Hermine bewegte sich Richtung Tür. Hilfst du jetzt weiter, Potter sein Büro auszuräumen? fragte er. Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. Damit sind wir schon fertig, sagte sie. Jetzt flohen wir nach Hogwarts, um da sein neues Büro wieder aufzubauen. Draco runzerte die Stirn. Nach Hogwarts? Er kam sich ein bisschen vor wie ein Papagei, so oft hatte er das Gefühl, dass er schon wiederholt hatte, was sie sagte. Hermine nickte und ein glücklicher Ausdruck erschien auf ihrem Gesicht. Er fängt zum neuen Julia dort an, als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, erzählte sie. Kurz lag Draco ein spöttischer Kommentar auf der Zunge, aber dann fiel ihm wieder ein, wie missgelaunt Potter bei den letzten Duell-Trainings gewesen war und wie schnell diese schlechte Laune einer Engelsgeduld gewichen war, als die jüngeren Auszubildenden dazukamen, die die Ausbilder teilweise gnadenlos ins Messer hatten laufen lassen, wenn sie kein überdurchschnittliches Talent für Zaubersprüche mitgebracht hatten. Draco würde vermutlich nie vergessen, wie gut es sich angefühlt hatte, das verblüffte Gesicht ihres mürrischen Vorgesetzten zu sehen, als am Ende des Trainings ausnahmslos alle Studenten einen ungesagten Entfesselungszauber wirken konnten. Außerdem dachte er daran, dass Hermine behauptet hatte, dass sie sich vielleicht ganz gut verstehen könnten, wenn sie sich alle ein bisschen Mühe geben würden. Also sollte er seine spitzen Kommentare vielleicht ein wenig zurückhalten, insbesondere, wenn sie nicht einmal der Wahrheit entsprachen. Statt etwas in Richtung »Sicher, dass er dort richtig aufgehoben ist« oder »Merlin, die armen Schüler« zu sagen, nickte er also nur und meinte, »Wünsch ihm viel Erfolg und einen guten Start«. Hermine nickte. »Mach ich. Bis morgen.« Und sie verschwand wieder im Gang. Draco sah kurz auf die angelehnte Tür, dann lächelte er. Er fand es großartig, als sich zwischen ihm und Hermine offenbar eine Freundschaft entwickelte. Er mochte sie und ihre sprudelnd fröhliche Art. Es stand auf jeden Fall fest, dass es einem, wenn man mit ihr befreundet war, nicht so schnell langweilig werden würde. Madelins magische Möben und Möbel war der exzentrischste Laden, in dem Draco je gewesen war und er war früher regelmäßig in der Nocturngasse unterwegs gewesen. Irgendwie hatte er angenommen, dass der Laden geteilt sein würde und dass es eine Abteilung gab, wo man Möbel kaufen konnte und eine andere, am besten weit weg davon, wo die Vögel sich aufhielten. Aber nein, es gab rein gar keine Abteilungen, die Möbel standen einfach wild im Raum verteilt, manchmal in kleinen Grüppchen, manchmal einzeln. Und die Möwen flatterten herum und sahen den Kunden dabei zu, wie sie sich etwas aussuchten. Der einzige Grund, warum die Gegenstände nicht mit Möwendreck bedeckt waren, war wohl Magie. Hermine streifte durch die Reihen und Gruppen, betrachtete Sofas und Sessel, Tische und Regale, Schränke und Stühle und einen riesigen Wandteppich mit unterschiedlichen Vögeln darauf, größtenteils Möwen. Welche Qualitäten suchst du in einem Sofa? fragte sie nachdenklich und betrachtete eine kleine Zusammenstellung ziemlich antik wirkender Salonmöbel, unter denen auch ein zitronengelbes Sofa war. Draco schmunzelte. Bequem, sagte er sofort. Nicht zu groß, sonst nimmt es unnötig Platz weg, aber auch nicht zu klein, dass man sich bei einem Spieleabend mit Freunden auch noch zu dritt draufquetschen kann. Ja, das Medellgröße ist wichtig, stimmte sie ihm zu. Es muss ja auch in mein Zimmer passen. Ich habe nachgemessen und habe maximal 170 Zentimeter Platz. Weniger wäre besser. Draco runzelte die Stirn. Wie viel ist das in Zoll? fragte er. Er wusste zwar theoretisch, wie man die Maßeinheiten umrechnete, aber er war eben mit Zoll aufgewachsen und konnte damit deutlich besser schätzen. Fünf Fuß sieben Zoll, sagte sie ohne zu zögern und ergänzte auf seinen überraschten Gesichtsausdruck hin. Was? Draco, ich berechne beruflich Zeitreisen, da sollte ich Meter in Zoll im Kopf umrechnen können, oder? Sie schmunzelte. Okay. Draco schüttelte leicht den Kopf. Also ein Sofa mit der maximalen Breite fünf Fuß sieben Zoll. Das sollte doch machbar sein, was? Sie zuckte mit den Schultern und drehte sich einmal im Kreis. Finden wir es heraus. Sie marschierte in eine, wie Draco vermutete, beliebige Richtung los. Willst du eher etwas Schickes oder eher was Gemütliches? fragte er. Hermine grinst. Was denkst du denn? antwortete sie mit einer Gegenfrage. Draco gab keine Antwort, aber das musste er auch nicht. Hermine war quirlig und bunt, ihre Haare waren wild und sie sprudelte vor Energie. Er hatte ihre Wohnung noch nie gesehen, aber er wollte wetten, dass ein steifes Ledersofa nicht hineinpassen würde. Er deutete auf ein etwas knubbeliges Sofa mit einem dunkelroten Bezug. Was hältst du davon? Hermine betrachtete es für einen Moment. Vielleicht. Unterziehen wir es dem ultimativen Test. Er sah vermutlich etwas verständnislos drein, aber sie griff einfach nach seinem Arm, zog ihn hinüber, drehte sich und ihn um und ließ sich dann auf die Couch fallen, ihn mit sich ziehend. Sie sanken förmlich in die weichen Kissen und Hermine gab einen überraschten Laut von sich. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet, erklärte sie. Ich glaube, ich finde es zu weich. Draco nickte zustimmend. Zu dem Schluss war er auch gekommen. Sie standen wieder auf und streiften weiter durch den Laden, schauten, maßen und testeten die unterschiedlichen Sofas. Irgendwann kam ein älterer Zauberer auf sie zu. Kann ich Ihnen und Ihrer Frau behilflich sein? fragte er freundlich. Draco vermutete, dass große Teile dieser Freundlichkeit aufgesetzt waren, denn sie hatten mit ihrem Sofa Tests nicht nur die Blicke der Möwen, sondern auch die der anderen Kunden auf sich gezogen. Hermine blinzelte und richtete sich auf, sodass sie den Verkäufer um fast 1 Zoll überragte. Ja, guten Tag, sagte sie von oben herab. Erstens mal geht es hier um meinen Sofa. Er ist nur Deko. Und zweitens kommen wir ganz gut klar. Vielen Dank. Sie starrte den Verkäufer direkt in die Augen, als versuchte sie ihm die Botschaft, nur weil ich weiblich bin, bedeutet das nicht, dass sie mich einfach ignorieren können, direkt per Legilimentik einzuprägen. Er gab nach wenigen Sekunden nach und sah etwas unsicher zu Draco hinüber. Der zuckte nur mit den Schultern. Sie haben sie gehört, ich bin nur Deko, erklärte er unschuldig. Der Zauberer sah noch einige Minuten zwischen ihnen hin und her, als warte er darauf, dass sich etwas tat. Dann entschied Hermine offenbar, dass sie genug Zeit verschwendet hatten und drehte sich zu Draco um. Machen wir weiter? Sie probierten sich durch beinahe alle Sofas, die sie finden konnten und bei denen Hermine nicht sofort die Nase rümpfte. In die engere Auswahl schafften es drei, ein quietschbuntes, das niedrige Zitronengelbe von Anfang und ein schmales schwarzes, was allerdings beim Bequemheitstest besonders gut abgeschnitten hatte. Die Entscheidung fiel auf das Gelbe, weil Hermine fand, dass es fröhlich war und gut in ihr Zimmer passte. Das zweite konnte Draco natürlich nicht einschätzen, aber dem ersten musste er zustimmen. Nichts auf der Welt hätte ihn überzeugen können, selbst dieses Sofa zu kaufen, aber zu Hermine passte es. Draco hatte selten so viel Spaß gehabt wie an diesem Nachmittag. Kapitel 16 Unangekündigt beim Anderen aufzutauchen und vorzuschlagen, gemeinsam etwas zu machen, entwickelte sich zu einer Art Tradition und auch zu einer Herausforderung. Tradition insofern, dass es immer regelmäßiger vorkam, Herausforderung insofern, dass die vorgeschlagenen oder auch sich aus der Situation ergebenden Aktionen immer absurder wurden. Zuerst hatte Hermine Draco überredet, magisches Scrabble zu spielen. Es funktionierte genauso wie normales Scrabble, nur dass die Buchstaben sich gelegentlich weigerten, zu kooperieren, dir halfen oder eben nicht, je nachdem, ob du ihnen sympathisch warst und dass man extra Punkte bekam, wenn man einen Zauberspruch legte, der etwas bewirkte. Selbstverständlich hatte letzteres großes Konfliktpotenzial und sie waren in einer Diskussion über Zauberkunst gelandet und ob spontan erfundene Zauber nun zählten oder nicht. Dann hatte Draco mit Minigolfschlägern vor Hermines Tür gestanden. Wie sich herausstellte, konnte Hermine exzellent berechnen, wie man den Ball schlagen müsste, um ihn direkt ins Loch zu bekommen. Sie war jedoch nicht in der Lage, ihn tatsächlich auch so zu schlagen und Draco gewann Haus hoch. Eine Woche später hatte Hermine den Finger auf die Türklingel von Dracos Haus, als sich die Tür öffnete und Draco mit Scorpius herauskam. Sie waren auf dem Weg zum Zoo, der Scorpius absoluter Lieblingsort war und den Astoria weigerte, mehr als einmal in der Woche zu betreten, weshalb sie jetzt Draco beauftragt hatte, die Tierliebe ihres Sohnes zumindest kurzfristig zu stillen. Hermine hatte sich der kleinen Expedition spontan angeschlossen und wusste jetzt, dass Scorpius' Lieblingstier der Tapir war. Eine Diskussion über den Wert von Muggelkunst endete damit, dass Hermine Draco mit in ein Museum schleifte, woraufhin er darauf bestand, dass sie mit ins Planetarium kam und sich das Sternbild des Drachen zeigen ließ, woraufhin sie beschloss, dass er lernen musste, wie man Freundschaftsarmbänder knüpfte. Das hatte einen Wettbewerb zur Folge, wer dem anderen das Armband knüpfen konnte, was er verweigerte zu tragen. Hermine bekam ein rosa glitzerndes, Draco ein rot-goldengestreiftes. Beide trugen es, weil sie zu stolz waren, die Wette zu verlieren und weil die Blicke von ihren anderen Freunden und Kollegen witzig waren und weil sie inzwischen definitiv Freunde waren. Also warum nicht? Das Highlight von Dracos Seite war, dass er sie einlud, mit ihm sein Wohnzimmer zu renovieren. Auf Muggelart. Es war selbstverständlich keine Sache von einem Nachmittag und auch keine, an der nur Hermine Spaß hatte. Also lernte sie im Zuge dieser Woche auch einige von Dracos anderen Freunden kennen. Wie sich herausstellte, fiel es selbst jemandem wie Pansy Parkinson schwer, einer mit blauer Farbe beklecksten Hermine gegenüber skeptisch zu sein. Pansy und Blaze schlugen am letzten Tag der Renovierung vor, anschließend noch etwas trinken zu gehen, was Hermine und Draco für eine exzellente Idee hielten und so schwanden die letzten feindlichen Gefühle vermutlich hinter der Karaoke Bar oder in einer Runde Feuerwhisky. Kurzum, nach einigen Wochen konnte sich Draco nicht mehr wirklich daran erinnern, wie es war, bevor er Hermine zu seinen engsten Freunden zählte. Es entging ihm aber auch nicht, dass sie gelegentlich Dinge über ihn wusste, die er nicht erzählt hatte. Oder, dass sie ihn manchmal mit diesem nachdenklichen Blick ansah, als müsste sie überlegen, wer genau er war. Es störte ihn nicht, es irritierte ihn nur furchtbar. Immer wieder vergingen Tage, manchmal sogar mehr als zwei Wochen, in denen er beinahe vergaß, dass da noch etwas war. Und dann wieder tat oder sagte sie etwas und ihm wurde wieder bewusst, dass es da irgendetwas gab, was er nicht wusste, irgendetwas ziemlich Großes. Immer wenn er fragte, woher weißt du das über mich oder warum schaust du mich so an, redete sie sich heraus, er habe es sicher schon mal erwähnt oder sie hätte gar nicht besonders geschaut, sie hätte einfach in die Gegend gestarrt. Aber Draco war nicht dumm, er wusste, dass er ihr nicht erzählt hatte, dass er als Kind Höhenangst hatte, weil er das niemandem erzählte und er kannte auch den Unterschied zwischen in die Luft starren und jemanden so ansehen, als würde man ihn gleichzeitig schon sein Leben lang kennen und zum ersten Mal sehen. Kurzum, Hermine hielt irgendetwas vor ihm geheim und es hätte ihn nicht gestört, weil sie eben wirklich erst seit wenigen Wochen befreundet waren, wenn es bei dieser Sache nicht eindeutig auch um ihn gegangen wäre. Trotzdem hätte er vermutlich nicht von sich aus darauf bestanden, dass sie ihm erzählte, was los war. So jemand war er nicht. Damit er herausfand, was los war, bedurfte es einiger gut getimter Zufälle. Drei Monate nach ihrem ersten Treffen, es war mittlerweile Oktober, war Draco in der Winkelgasse unterwegs. Er hatte einige Einkäufe erledigt und mit mehr Leuten geredet, als er heute noch das Bedürfnis gehabt hatte. Nach dem dritten, anstrengenden Fünf-Minuten-Smalltalk hatte er an sich kurz entschlossen einen Desillusionierungszauber ausgeführt und war 200 Jahre später wirklich froh über diese Entscheidung, als ihm die Sekretärin aus der Nachbarabteilung im Ministerium über den Weg lief, die ihn sicher eine halbe Stunde zugequatscht hätte, wenn sie ihn hätte sehen können. So beendete er seine Runde in Frieden, schlenderte ein wenig durch die Straßen, schaute hier und da ins Schaufenster und genoss das schöne Wetter. Es war für Anfang Oktober noch beeindruckend warm. Irgendwann machte er sich zurück auf den Weg zu den öffentlichen Kaminen, schaute noch in die Auslagen von Flourish und Blotz, die er eine interessante Autobiografie eines Verwandlungsexperten vorstellten, die er neugierig betrachtete und bei der er, zugegeben, ein paar Seiten las und ein bisschen die Zeit vergaß. Dann kam er noch im Spielzeugladen vorbei, bei dem er sich wirklich zwingen musste, nicht hineinzugehen und noch ein weiteres kleines oder größeres irgendwas für seinen Sohn zu kaufen. Er war vermutlich ohnehin schon viel zu verwöhnt, es machte Draco viel zu viel Spaß, ihm etwas Neues mitzubringen und zu sehen, wie die riesigen grauen Augen des anderthalbjährigen zu leuchten begangen und leider ging es Astoria sowie ihrer beider Eltern und nahezu allen ihren Freunden nicht anders. Er haderte noch mit sich, ob er nicht doch hineingehen sollte und vielleicht wenigstens einen von diesen wirklich niedlichen kleinen Quidditcht-Umhängen zu kaufen, als vom Café auf der anderen Straßenseite einige Gesprächsfetzen zu ihm hinübergeweht wurden. Das an sich hätte vermutlich noch nicht seine Aufmerksamkeit erregt, wenn er nicht das laute, ungehemmte Gelächter erkannt hätte, was sich unter die Stimmen mischte. Er drehte sich um und erkannte, dass es tatsächlich Hermine war, die da an einem der Tische saß. Ihr gegenüber war eine rothaarige Frau, die er mit zusammengekniffenen Augen als Jenny Potter identifizierte. Die beiden Frauen hatten beide einen Eisbecher vor sich und schienen sich zu unterhalten. Draco winkte, aber keine der beiden sah in seine Richtung. Er wandte sich endgültig von den Kindersachen ab und überquerte die Straße. Erst als er schon auf der anderen Seite und nur noch wenige Meter von ihnen entfernt war, fiel ihm der Desillusionierungszauber wieder ein, den er ja immer noch wirkte. Er zog seinen Zauberstab, um ihn aufzuheben. In dem Moment fiel im Gespräch der beiden Frauen sein Name. Draco wusste, dass es sich nicht gehörte zu lauschen. Er hatte Manieren. Aber er konnte nicht umhin, neugierig zu sein, wieso Hermine Granger mit ihrer Freundin über ihn redete. Er ließ seinen Zauberstab wieder sinken und spitzte die Ohren. Auf jeden Fall waren wir dann noch in einer Bar und haben Karaoke gesungen, berichtete Hermine gerade und senkte die Stimme. Berlin, Genie, er kann echt nicht singen. Draco musste grinsen. Genie lachte laut auf. Du doch auch nicht, bemerkte sie, und da musste Draco ihr wirklich Recht geben. Hermines Gesang war mindestens genauso schief gewesen wie seiner. Du verbringst ziemlich viel Zeit mit ihm, seit du wieder hier bist, ergänzte Genie dann in einem ruhigeren Tonfall. Hermine zuckte mit den Schultern. Es hat sich so ergeben, sagte sie. Er ist echt witzig, und auch wenn ich es nur ungern zugebe, die anderen Slytherins eigentlich auch. Letztens haben wir sein Wohnzimmer gestrichen mit Blaze und Pansy, und die beiden sind super nett, und sie können beide definitiv besser singen als Draco und ich. Genie sah etwas nachdenklich aus. Findest du es nicht seltsam, dass du da so viel Zeit mit ihm verbracht hast, und hier auch? fragte sie dann. Draco runzelte, irritiert die Stirn. Was war da? Hermine wog nachdenklich den Kopf hin und her. Ich bin ehrlich, Genie. Manchmal schon, sagte sie dann und nahm ihren Eisbecher wieder zur Hand. Sie begangen darin, herumzustochen. Aber sie sind so unterschiedlich, sie sind wirklich zwei völlig separate Menschen. Je mehr Zeit ich hier mit ihm verbringe, desto deutlicher wird mir das. Man kann sie einfach nicht vergleichen. Genie schwieg für einen Moment, und Draco verlagerte unsicher das Gewicht von einem Bein aufs andere. Ihm gefiel nicht, in welche Situation er sich gebracht hatte. Er bereute es nicht ein bisschen, aber er wusste, dass er sich entscheiden musste, die Illusion aufzuheben oder sich umzudrehen und zu gehen. Keine der Optionen keine der beiden Optionen war wirklich gut. Ist das für ihn nicht seltsam? fragte Genie dann und riss Draco wieder aus seinen Gedanken. Ich meine, dass du ihn im Grunde kennst, aber eigentlich nicht. Draco war wieder endgültig verloren. Er hatte keine Ahnung, worum es ging. Hermine rutschte in ihrem Stuhl hin und her, sichtlich unbehaglich. Ich, ähm, ich hab ihm davon bisher gar nicht erzählt, sagte sie dann so leise, dass Draco es beinahe nicht verstanden hätte. Genie sah sie völlig entsetzt an. Wie, du hast es ihm nicht erzählt? fragte sie schockiert. Ihr seid seit Monaten befreundet und er weiß davon nichts? Sie griff nach der Eiskarte und schlug ihrer Freundin damit vor die Stirn. Au! Hermine rieb sich die Stelle. Genie starrte nur unbeeindruckt zurück. Hast du dir verdient? brummte sie. Wann hattest du vor, das beiläufig mal fallen zu lassen? Hermine grummelte etwas für Draco Unverständliches. Er war aber auch viel zu beschäftigt damit, zu versuchen, irgendetwas Sinnvolles aus den Informationsfetzen zusammenzubasteln. Er kam zu keinem wirklichen Ergebnis. Merlin, Hermine, manchmal bist du wirklich, wirklich dumm. Genies Stimme wandelte sich langsam von Empörung zum Mitleid. Du musst mit ihm darüber reden. Hermine vergrub ihr Gesicht tiefer in den Händen. Draco sah sich um. Er sollte gehen. Er sollte wirklich gehen. Du musst ihm sagen das, Genie hielt inne. Was muss ich ihm sagen, Gen? fragte Hermine aus ihren Armen heraus, als ihre Freundin nicht weiterredete. Genie? Draco drehte sich jetzt auch wieder zu dem Tisch um, an dem die beiden saßen. Genie war aufgestanden und lief um den Tisch herum. Hermine hob ihren Kopf und folgte ihr mit den Augen. Dracos eigene wurden immer größer, als Genie direkt auf ihn zukam und ihm mit dem Finger in die Brust stach. Warum belauschen sie uns, fragte sie laut. Draco fluchte unwillkürlich und kramte nach seinem Zauberstab. Das war das Dumme am Desillusionierungszauber. Er macht eben nicht wirklich unsichtbar. Normalerweise reichte das, um übersehen zu werden. Offenbar nicht für die scharfen Augen einer Genie Potter. Einer Genie Potter, die erkannt hatte, dass sie jemand ausspioniert hatte, aber die immer noch keine Ahnung hatte, wer es war und deshalb absolut zu Recht auf ihn einschimpfte. Hektisch tastete Draco nach seinem Stab, fand ihn dann auch endlich und führte einen Gegenzauber durch. Das alles, während er mit halbem Ohr der Schimpftirade auf feige, hinterhältige Reporter lauschte, die immer noch auf ihn einströmte. Genie stockte, als er wieder undurchsichtig wurde. Malfoy? fragte sie überrascht. Was zur Hölle? Draco wich einen Schritt zurück. Er hatte einen heilen Respekt vor Genie Potter, schon in der Schule, weil jedem, der ihren Flederwicht-Zauber gesehen hatte, bewusst gewesen, dass sie jemand war, den man ernst nehmen sollte. Es tut mir leid, sagte er sofort. Ich wollte Hallo sagen, dann habe ich meinen Namen gehört und gelauscht. Es tut mir wirklich leid, ich hatte es nicht tun sollen. Genie wirkte sehr unbeeindruckt. Klar, ich bin auch immer zufällig mit einem Desillusionierungszauber unterwegs, sagte sie nur und verschränkte die Arme. Draco sah zu Boden. Wenn ich sage, dass ich ihn drauf hatte, um keinen Smalltalk halten zu müssen, klingt es vermutlich nach einer faulen Ausrede, was? Murmelte er. Genie schnaubte. Allerdings. Draco versuchte, an ihr vorbei zur Hermine zu sehen, aber Genie blockierte ihm gekonnt die Sicht. Er konnte es ihr nicht wirklich übel nehmen, wenn einer seiner Freunde sich mit einem Gryffindor angefreundet hätte und er dann festgestellt hätte, dass derjenige getarnt Gespräche von ihnen belauschte, dann hätte er demjenigen aber sowas von die Hölle heiß gemacht. Er wusste wirklich nicht, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommen sollte. Genie setzte an, noch etwas zu sagen, vermutlich, dass er verschwinden und sich von Hermine fernhalten sollte, noch einmal absolut nachvollziehbar, als Hermine neben sie trat und ihr eine Hand auf den Arm legte. Ich lehne mich jetzt einfach mal ein Stück aus dem Fenster und sage, dass es wirklich eine einmalige Sache war und eine blöde Aneinanderreihung von Ereignissen war, erklärte sie. Genie zog die Augenbraue hoch und sah Draco immer noch direkt an. Es war wirklich unmissverständlich, dass sie das nicht so sah. Draco nickte. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid und ich kann absolut nachvollziehen, dass du sauer bist, beeilte er sich zu sagen. Hermine seufzte. Ich nehme allerdings an, dass du genug gehört hast, um mitzubekommen, dass ich ebenfalls ein bisschen Mist gebohrt habe, sagte sie. Also, vielleicht gleicht sich das aus? Draco sah sie an. Er hatte immer noch keine Ahnung, was sie eigentlich getan oder nicht getan hatte. Er hatte keinen Plan, was genau er jetzt abnickte, wenn er Ja sagen würde. Andererseits, wie viel schlimmer konnte es schon sein, als jemanden unsichtbar zu belauschen? Er nickte. Hermine wirkte sichtlich erleichtert und sah zu Genie. Du kannst jetzt deinen Recher-Modus wieder abschalten, sagte sie leise. Genie wirkte vor einem Moment sehr zweifelnd, dann entspannte sie sich sichtlich, was nicht hieß, dass sie Draco nicht noch weiterhin argwöhnisch ansah. Irgendwo in der Ferne schlug eine Turmuhr. Genie sah sich nach dem Geräusch um und dann zu Hermine. Ich, ähm, ich müsste los, sagte sie leise, sehr deutlich zeigend, dass sie mit Hermine sprach, nicht mit Draco. Ist das okay? Hermine musste lachen. Geh nur, keine Sorge, wir kommen schon klar, sagte sie. Genie wirkte noch nicht recht überzeugt. Hermine wandte sich an Draco. Was hältst du davon, wenn wir zu mir gehen und unterwegs eine Pizza besorgen und dann habe ich, glaube ich, etwas, was ich dir erzählen müsste. Draco sah hinunter auf seine Tüten mit Einkauf, dachte an die Berge von Arbeit, die zu Hause auf ihn warteten und daran, dass Pansy möglicherweise wieder in seinem Wohnzimmer saß, weil ihr langweilig war und sie beschlossen hatte, Draco zu besuchen. Aber er war verdammt nochmal neugierig, er wollte endlich wissen, was Hermine ihm verheimlichte und so entschied er, dass er die Arbeit auch morgen machen konnte, sich die Einkäufe mit einem einfachen Zauber auch noch ein paar Stunden halten würden und dass Pansy damit rechnen musste, dass er nicht da war, wenn sie unangekündigt bei ihm aufkreuzte. Also nickte er. Hermine drehte sich zu Ginny um und grinste. Siehst du, ich hab alles unter Kontrolle, erklärte sie. Ginny nickte, immer noch sichtlich nicht ganz überzeugt und beglicht die Rechnung der beiden Frauen im Café, während Hermine in einer Nebengasse verschwand und kurz darauf mit zwei magisch verpackten Fertigpitzen auftauchte, von denen Draco keine Ahnung gehabt hatte, dass man die hier irgendwo kaufen konnte. Dann machten sie sich auf zu den öffentlichen Kaminen, von wo aus Ginny nach Hause flote und Hermine und Draco in Hermines Wohnung. Die Wohnküche, in der sie landeten, war dunkel und still, aber aus einem anderen Zimmer quer über den Flur drang ein Lichtstrahl durch die ein Stück offen stehende Tür. Hermine klopfte sich den Ruß von den Kleidern und machte das Licht an, Draco sah sich um. Sie waren in einer kleinen Küche mit einem Herd, einigen Schränken, einem Kamin, aus dem sie gerade gekommen waren und einem kleinen Küchentisch. Es war alles ein wenig heruntergekommen und nicht besonders ordentlich. In der Luft hing der Geruch von Chili und Bohnen. Hermine schlüpfte aus ihren Schuhen und ging über den Flur zum erleuchteten Zimmer, an dessen Tür sie klopfte. Sie öffnete sich und ein Mann mittendreißig mit chaotischen, dunkelblonden Haaren erschien im Türrahmen. Hey, es ist gerade wirklich schlecht, begrüßte Hermine. Ich bin mitten in einem Durchbruch. Draco musste schmunzeln und streifte ebenfalls seine Schuhe ab. Ich wollte auch nur kurz Bescheid sagen, dass ich da bin und dass ich Besuch mitgebracht habe, erklärte Hermine. Draco richtete sich auf und winkte. Der Mann winkte nur mittelmäßig begeistert. Hermine drehte sich um und winkte Draco zu sich. Stippens, das ist Draco. Draco, Stippens. Das Gesicht des Mannes hältte sich auf und er setzte an, etwas zu sagen, als Hermine meinte, Draco bekommt jetzt gleich einen Crashkurs darüber, was vor drei Monaten passiert ist. Stippens nickte. Er wirkte auf einmal so, als hätte er ziemlich gute Laune. Wenn ich jemanden disapparieren höre, weiß ich wieso, erklärte er. Viel Spaß bei dem Gespräch. Er zwinkerte, klopfte Hermine auf die Schulter und zog dann die Tür hinter sich zu. Blöd Mann, sagte Hermine laut genug, dass er erst zweifelsohne durch die Tür hören konnte. Ist Rosa nicht da? Die ist bei ihrem komischen Tanzchors, tönte es aus dem Zimmer. Hermine seufzte. Immerhin etwas, murmelte sie, dann deutete sie auf eine Tür den Flur runter. Da drüben ist mein Zimmer. Sie marschierte voran und Draco folgte ihr, während er beschloss, dass er nicht genug über ihren Mitbewohner wusste, um sich eine Meinung über ihn zu formen. Für den Moment musste reichen, dass er merkwürdig war. Hermines Zimmer war hell und offen, recht groß. Auf der einen Seite stand ein Kleiderschrank und ein Schreibtisch, auf der anderen ein Bett und einige Bücherregale. Dazwischen waren zwei Fenster, vor denen die gelbe Couch stand, die sie vor zwei Monaten gemeinsam ausgesucht hatten. Hermine ließ sich auf das Sofa fallen und klopfte einladend neben sich. Etwas zögerlich nahm Draco neben ihr Platz. Also, es gibt da etwas, worüber wir dringend reden müssen, begann Hermine ohne Umschweife. Erinnerst du dich noch an die billige Ausrede, die ich dir ganz am Anfang aufgetischt habe, dass das erste Mal, als du mich getroffen hast, es gar nicht ich war, sondern eine Hermine aus einem Paralleluniversum? Draco nickte. Eine so absurde Geschichte würde er nicht so schnell vergessen. Naja, machte Hermine und lehnte sich ein Stück zurück. So billig war die Ausrede gar nicht. Kapitel 17 Draco sah an sich herunter. Er war sich nicht sicher, was der Dresscode in einem Labor war oder ob es ihn gab. Wenn es ihn gab, da war er sich recht sicher, gehörte seine Kleidung mit Sicherheit nicht dazu. Andererseits hatte er sich mit Hermine schon unzählige Male getroffen, wenn sie gerade aus dem Labor kam und ihm war nie aufgefallen, dass sie besondere Kleidung trug. Sie waren immer bunt und fröhlich, sehr jugendlich, als wollte sie zeigen, wie lächerlich sie es fand, dass sie angeblich erwachsen war. Oder vielleicht wollte sie sich ganz bewusst von der anderen Hermine aus dem Paralleluniversum differenzieren. Die andere Hermine, die es gab. Draco hatte das immer noch nicht ganz verarbeitet. Letzte Woche hatte sie es ihm bestimmt dreimal erklärt, auf seine Bitte hin immer wieder berichtet, wie der Unfall passiert war, wie sie sich zuerst, als ihr Gegenstück ausgegeben hatte, dann aber doch reinen Tisch gemacht hatte und wie sie wieder zurückgereist war. Noch einmal und noch einmal hatte sie beschrieben, wie sie dort drüben gemeinsam lebten, bis Draco irgendwann das Gefühl hatte, dass es zumindest in Ansätzen zu ihm durchgedrungen war. Dann hatten sie sich eine Weile lang angeschwiegen, während sie beide in Gedanken versunken gewesen waren. Anschließend hatte Draco um ein wenig Zeit gebeten, um das alles zu verarbeiten, die Hermine ihm ohne zu zögern gewährt hatte. Sie hatte sich auch mehrfach dafür entschuldigt, es ihm so lange vorenthalten zu haben. Aber Draco konnte es ihr nicht wirklich vorwerfen, er hätte an ihrer Stelle auch nicht gewusst, wie er so ein Gespräch anfangen würde. Also hatten sie ihre Pizza in den Ofen getan, einige runden Zauberschnippschnapp gespielt, mehrere Buchempfehlungen ausgetauscht, was Hermine dazu gebracht hatte, ihm eine Stelle aus ihrem aktuellen Lieblingsbuch vorzulesen, was ein bisschen ausartete, bis sie sich mehr oder weniger in einem spontanen Improvisationstheater befanden, in dem sie so eifrig steckten, dass sie sich erst wieder an ihrer Pizza erinnerten, als Dippons grummelig an ihre Tür klopfte, um sich zu beschweren, dass es im Flur verbrannt roch. Obwohl sie es versuchten, konnte keiner der drei die Pizza noch retten, also schlug Hermine vor, sie könnten zum Inder an der Ecke gehen, was sie dann auch gemacht hatten. Keiner von ihnen hat das Thema Paralleluniversen an diesem Abend noch einmal angeschnitten, aber Draco hatte die Gelegenheit genutzt, die beiden weiter über Zeitreisen auszufragen, was zweierlei Folgen hatte. Erstens war Stippons miese petrige Laune einer hellen Begeisterung gewichen und zweitens war Draco nach dem Essen mit einer Einladung nach Hause gegangen, im Labor vorbeizuschneien, wann immer es ihm passte, aber möglichst bald. Und genau dort war Draco eine Woche später. Auf der Türschwelle des Labors, wo er vor zwei Monaten schon gestanden hatte, damals unsicher, ob er das Richtige tat. Und heute unsicher, wie es weitergehen würde. Es war wirklich nicht schwer zu erraten, worüber Draco die ganze letzte Woche nachgedacht hatte. Man erfuhr nicht alle Tage, dass es ein Paralleluniversum gab, in dem man ein gänzlich anderes Leben führte. Hermine hatte nur in Ansätzen von diesem anderen Leben erzählt. Er wusste, dass sie dort beide im Ministerium arbeiteten und dass sie verheiratet waren. Es klang nach einem idyllischen, glücklichen Leben und Draco hatte seitdem immer wieder abends wachgelegen und diese beiden Leben miteinander verglichen. Dort eine Heirat mit Mitte 20, mit romantischen Motiven, eine glückliche Ehe und ein gutes Leben. Hier eine Heirat mit gerade mal 20, mit alles andere als romantischen Motiven und eine Ehe, die nach kurzer Zeit auseinandergebrochen war. Draco war schnell zu dem Schluss gekommen, dass er dieses Universum um nichts in der Welt gegen das andere tauschen würde, aus dem einfachen Grund, dass er sich nicht vorstellen konnte, in einer Welt zu leben, in der sein Sohn nie geboren worden war. Aber das Drumherum, das beschäftigte ihn sehr. Also hatte er beschlossen, dass er mehr darüber erfahren wollte. Das war einer der Gründe, wieso er sich einen Mittwochnachmittag freigeschaufelt hatte, um das Labor zu besuchen. Der andere war, wenig überraschend, seine Neugier, es von innen zu sehen. Ungeduldig trat er von einem Fuß auf den anderen, während in den Milchglas-Scheiben, wie auch schon damals, als er das erste Mal hier war, das Licht anging und ein Schatten den Korridor heruntergelaufen kam. Die junge Frau, die ihm öffnete, war die gleiche, die auch Hermine damals begleitet hatte und er meinte, sich zu erinnern, dass ihr Name Frankie gewesen war. Sie wirkte überrascht, ihn zu sehen, aber sie ließ ihn ohne zu zögern hinein. Stepans hat erwähnt, dass du vermutlich vorbeischneißt, berichtete sie mit einem Augenzwinkern, als sie den Korridor hinunterliefen, in dem Draco ja schon einmal gewesen war. Er runzete die Stirn. Hat er das? fragte er überrascht. Sie nickte grinsend. Aber nur fünfzehn oder sechzehn Mal. Sie erreichten die schwere Eisentür am Ende des Ganges und Frankie schwenkte ihren Zauberstab, sodass sie sich öffnete. Draco schmunzelte. Vermutlich hätte er sich denken können, dass Hermines Mitbewohner noch immer begeistert war, dass Draco so großes Interesse an dem Thema zeigte, das offenbar seine große Leidenschaft war. Es war wirklich amüsant gewesen. Draco hatte ja schon mit Hermine über Zeitreisen geredet und sie wusste eine ganze Menge darüber und konnte auch problemlos stundenlang darüber reden. Aber ihr Enthusiasmus, das war an diesem einen Abend sehr deutlich geworden, kam nicht einmal annähernd an die pure Begeisterung heran, die Stepans für das Thema hatte. Draco trat hinter Frankie durch die Tür und sah sich um. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, aber er befand sich in einem weiteren Korridor. Nur, dass jetzt alle paar Meter eine Tür und alle paar Türen ein Seitengang davon abgingen. Zielsicher nahm Frankie einige Abbiegungen und Draco hatte schon nach wenigen Metern die Orientierung verloren. Hin und wieder stand eine Tür offen und Draco lugte neugierig hinein, allerdings waren darin keine Leute, sondern meist nur Bücherregale, Aktenstapel oder Tafeln mit wilden Rechnungen darauf. Als sie dann doch an einem Raum vorbeiliefen, in dem jemand drin war, befanden sich dort gleich fünf Leute, die sich um irgendetwas herumdrängelten. Als Frankie und Draco schon einige Schritte an der Tür vorbei waren, hörten sie eine dumpfe Explosion, einen mäßig alarmierten Schrei und ein hämisches Lachen. Frankie schüttelte sichtlich amüsiert den Kopf. Das sind Draco und sein Team, berichtete sie. Sie wollen unbedingt das Herz eines Zeitumkehrers auseinanderbauen, auch wenn sich vier Forscher in dieser Einrichtung völlig separat voneinander einig geworden sind, dass man ihn, wenn man ihn einmal zusammengesetzt hat, nicht mehr wieder auseinanderbauen kann. Naja, zumindest nicht ohne das Zeitkontinuum zu zerreißen. Sie zuckte mit den Schultern. Draco ranzerte die Stirn. Das klingt nicht gerade sicher, meinte er. Sie sah ihn skeptisch an. Du bist hier in einem Labor für Zeitreisen und wie ich mitbekommen habe, bist du auch schon im Bilde, was für Zwischenfälle es hier schon gab, sagte sie. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass du dich in der Gesellschaft der Zauberer befindest, die so ziemlich als allerletztes an Sicherheit denken. Sie blieb stehen und deutete grinsend mit dem Daumen über ihre Schulter zurück in Richtung des Büros, aus dem jetzt gerade ein heller Blitz drang. Wir schätzen, die sind seit einer Woche dabei. Es könnte aber deutlich mehr oder weniger sein, je nachdem ihn, wie weit sie schon Mikrorisse ins Zeitkontinuum gemacht haben. Das sollte uns vermutlich beunruhigen, aber das tut es nicht, weil es für uns viel zu interessant ist. Und wenn einer von uns in einem Paralleluniversum oder in den 1950ern landet, dann holen wir ihn eben zurück. Sie marschierte wieder los und Draco folgte ihr eilig. Und was ist, wenn ihr irgendwas macht, was nicht nur euch betrifft, sondern die ganze Welt? fragte er. Ich meine, ihr spielt eine Zeit rum, das kann doch sicher größere Auswirkungen haben. Sie grinste und klopfte ihm auf die Schulter. Nicht so pessimistisch. Das Risiko war dem Pterodactylus von vorgestern definitiv wert. Sie blieb vor einer Tür stehen. So, da wären wir. Pterodactylus? fragte Draco alarmiert. Sie zog kräftig an der Tür. Nur ein ganz kleiner. Der Raum, den sie jetzt betraten, war schon eher so, wie Draco sich Hermines Arbeitsstelle vorgestellt hatte. Es war ein ziemlich großer, hoher Raum, mehr eine Halle als ein Zimmer. In der Mitte waren einige Gerätschaften aufgebaut, an die eine ganze Reihe Messgeräte angeschlossen waren. Verschiedenfarbige Auren umgaben die meisten Dinge. Einige Leute in Laborumhängen wuselten umher. Wir brauchen noch zwei Klemmen, rief Hermine von irgendwo, vermutlich aus dem Inneren des Gerätegebildes. Ned, fahr die Vollzahl runter, bevor Stippen seinen richtigen Stromschlag bekommt. Wage es, ich bin kurz vor einem Durchbruch. Stipp, sein Durchbruch hat viel weniger Innenwiderstand als gedacht, da fließen 75 Milliampere durch. Glaub mir, das willst du nicht anfassen. Spannung ist jetzt nur noch bei 200 Volt. 200 ist nicht genug, so klappt das nie. Es klappt auch nicht, wenn du dich selbst ergrillst. Ich gritt mich nicht. Au, verdammt! Siehst du, sei froh, dass das keine 75 Milliampere waren. Bau einfach noch einen Vorwiderstand rein und wir versuchen es nachher nochmal. Strom weg! Das Gerät fuhr hörbar herunter und jetzt kamen auch Hermine und Stippons aus dem Zentrum des Gebildes heraus, er immer noch schimpfend. Mit noch einem Widerstand muss ich die komplette Blindleistungskompensation neu durchrechnen, beschwerte er sich. Und damit ein sämtliches Schutzzauber. Außerdem muss ich es nochmal auseinandernehmen, um den Widerstand einzubauen. Hermine grinste nur und klopfte ihm auf die Schulter. Ja, du Ärmster, da musst du wohl tatsächlich mal deinen Job machen. Stippons sah auf und erblickte Draco. Schlagartig hält er sich sein Gesicht auf. Draco schlug mit beiden zur Begrüßung ein, bevor sich Stippons großzügig bereit erklärte, ihm zu zeigen, was sie gerade gemacht hatten. Eine Stunde später hatte Stippons Draco das aktuelle Experiment, eine Idee seinerseits zum Boosten des Zeitumkehrers, genauestens erklärt und beschloss, sich vielleicht doch an seinen einzubauenden Widerstand zu setzen. Draco lieferte er bei Hermines Büro ab, wo die die letzte Stunde mit Entwürfen für ihre eigenen neuesten Projekte verbracht hatte, da sie sich, wie sie schmunzend gesagt hatte, sicher gewesen war, Draco in guten Händen zu lassen, da Stippons ihm die Einrichtung vermutlich enthusiastischer zeigen konnte, als es ihr je möglich gewesen wäre und weil sie im Gegensatz zu ihm eine ziemlich dringende Deadline hatte, die sie einhalten musste. Deshalb klopfte Draco etwas zögerlich in ihre Tür und steckte nach ihrem Herein nur den Kopf hinein. Störe ich dich? fragte er. Sie saß an einem Schreibtisch und kritzete auf einigen Papieren herum, die auf selbigen lagen und aber auch um sie herum im Raum schwebten und teilweise sogar an die Wand gepinnt waren. Auf seine Frage hin sah sie auf und winkte ihn mit einem Lächeln hinein. Überhaupt nicht. Sie deutete einladend auf den am wenigsten vollgestellten Stuhl und ließ kurzerhand die darauf befindlichen Papierstapel auf den Boden daneben schweben, während sie erklärte, ich stecke gerade fest, also schade das sicher nicht, wenn du mich kurz ablenkst. Er ließ sich auf den jetzt freigewordenen Stuhl nieder. Na, hat Stippons dich eingewiesen? erkundigte sie sich. Er lachte leise. Mein Schädel brummt von den ganzen Fachbegriffen, gestand er. Aber wenn es irgend möglich ist, bin ich jetzt nur noch faszinierter von dem, was ihr hier macht. Hermine nickte. Ja, das ist Stippons großes Talent. Entweder er vertreibt die Leute sofort oder er wickelt sie ein, berichtete sie. Scheint auch eine universelle Konstante zu sein, der andere Stippons war genauso. Draco rutschte auf seinem Stuhl hin und her und lenkte ein Blatt Papier von seiner Bahn ab, die es genau in sein Gesicht befördert hätte. Hast du viele Leute getroffen im anderen Universum? fragte er dann. Hermine schüttelte den Kopf. Eigentlich echt wenige Leute. Nur dich, Astoria, weil sie drüben offenbar sowas wie meine beste Freundin war und nebenan gewohnt hat und Stippons. Aber den habe ich auch selbst aufgesucht, weil ich seine Hilfe brauchte, um zurückzukommen. Wie war das eigentlich für dich? fragte Draco nach einer kurzen Pause. In einem anderen Universum zu sein. Ich meine, das muss doch ziemlich furchtbar sein, an einem Ort zu sein, wo Leute rumlaufen, die man kennt, aber die einen nicht kennen. Hermine zögerte einige Momente und spielte an ihrem Federkiel herum. Schon, sagte sie dann. Ich meine, es war einsam von Zeit zu Zeit und natürlich war es merkwürdig, dass diese Leute sich an nichts erinnern konnten, was ich mit ihnen gemacht habe, aber sie hielt kurz inne und schnappte sich ein Stück Papier, das durch ihr Blickfeld flog, betrachtete es kurz, bevor sie den Kopf schüttelte, es zusammenknüllte und in den Papierkopf schmiss. Aber es war auch interessant, richtete sie ihren Fokus wieder auf Draco. In dem Moment ist es mir schwer gefallen, das zu sehen, aber im Nachhinein war es faszinierend, unsere Dynamik miteinander, wie wir miteinander interagieren und uns verhalten, mal von außen zu sehen, ohne emotionale Bindung. Draco runzerte die Stirn, nicht so genau wissend, ob er verstand, was sie meinte. Das merkte sie offenbar auch selbst, denn sie rutschte ein Stück auf ihrem Stuhl nach vorne und lehnte sich über ihren Schreibtisch. Wenn wir uns in diesem Universum, aus welchen Gründen auch immer, noch einmal getroffen hätten, hätte ich einen großen Bogen um dich gemacht, obwohl ich dich eigentlich gar nicht kenne, sagte sie und Draco musste ihr zustimmen. Erst als ich gezwungen war, mit dem anderen Draco zusammen zu wohnen, mit ihm zu reden und ihn kennenzulernen, habe ich gemerkt, dass mir da eine echt gute Chance durch die Lappen gegangen war. Nicht einmal auf eine Ehe bezogen, Merlin weiß, dass ich mich in der Hinsicht gravierend von meinem Pendant unterscheide. Sie schnitt eine Grimasse und Draco musste grinsen. Ich weiß, was du meinst, stimmt er ihr zu. Denn er konnte sich Hermine und sich selbst absolut nicht in einer Beziehung vorstellen, geschweige denn verheiratet in einem Haus, aber die Freundschaft, die sie hatten, dieses chaotische, fröhliche, bunte Etwas, was da plötzlich in seinem Leben war und es gehörig aufmischte, die wollte er schon längst nicht mehr missen. Wir haben so tief in unseren Vorurteilen drin gesteckt, dass wir sie vermutlich nie überwunden hätten, wenn du nicht dazu gezwungen worden wärst und im Gegenzug ich auch irgendwie. Eben. Hermine lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele andere Leute es gibt, die möglicherweise ihren idealen Partner oder potenziellen besten Freund oder was auch immer nie kennenlernen, einfach weil diese Vorurteile im Weg stehen und sie eben nicht in eine Situation geraten, in der sie gezwungen sind, über den Tellerrand zu schauen. Draco schmunzelte. Er hatte eine ziemlich genaue Vorstellung, worauf sie hinaus wollte. Du meinst also, mehr Leute sollten gezwungen werden, ihre Vorurteile zu überwinden? fragte er. Ihr Grinsen wurde breiter. Genau das denke ich. Sie setzte einen unschuldigen Blick auf. Zeit, deine und meine Freunde zusammenzuschmeißen, sagt Draco, was hältst du von einer kleinen Grillparty? Draco musste lachen. Er konnte nicht grillen und er war sich ziemlich sicher, dass Hermine ihm in dieser Hinsicht auch nicht weit überlegen war. Aber er hatte einen Garten und er wusste, dass im Schuppen von Astorias Haus ein Grill stand, der nie benutzt worden war. Eine ganze Menge. Hermine wirkte sehr selbstzufrieden. Ihr Blick glitt wieder über die Papiere um sie herum und blieb an einem hängen. Und weißt du was? fragte sie. Draco zog nur fragend eine Augenbraue nach oben. Ich habe soeben meinen Fehler gefunden. Sie schnappte sich das Stück Pergament und begann eifrig, in ihren Notizen herumzukritzen. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Kapitel 18 Hey, kann ich kurz mit dir reden? Draco sah überrascht auf. Er hockte auf den Stufen von Astorias Haus und war gerade dabei, sich von Scorpius zu verabschieden, den er von seiner Tagesbetreuung abgeholt hatte. Die Frage seiner Ex-Frau brachte ihn etwas aus dem Konzept. Er stand auf. Klar, sagte er und runzelte die Stirn. Er und Astoria verstanden sich ziemlich gut und er konnte sich nicht an das letzte Mal erinnern, als sie verunsichert, ja geradezu nervös um ein Gespräch gebeten hatte. Ihm war schon vor einigen Wochen, als sie am See gewesen waren, aufgefallen, dass sie irgendetwas auf dem Herzen hatte, aber er war niemand, der nachbohrte. Natürlich hatte er sich gefragt, was los war, aber er wusste, dass sie von sich aus etwas sagen würde, wenn sie soweit war. Offenbar war das jetzt. Soll ich einfach nochmal kurz mit reinkommen? Schlug er vor, weil Astoria keine Anstalten machte, weiterzureden und er nicht das Gefühl hatte, dass sie etwas, was sie über einen Monat lang vor sich hergeschoben hatte, auf offener Straße besprechen wollte. Sie nickte und trat zurück. Scorpius begann sofort, sich seine Schuhe auszuziehen, selbstverständlich, bevor er das Haus betreten hatte. Also schnappte sich Draco seinen Sohn, der laut dagegen protestierte und verfrachtete ihn auf einen Stuhl neben der Garderobe, wo er weiter an der schweren Aufgabe arbeiten konnte, seine Schuhe, aber nicht seine Socken loszuwerden. Astoria und Draco sahen ihm dabei zu. Beide kannten ihren Sohn gut genug, um zu wissen, dass jede Hilfestellung als schwere Beleidigung aufgefasst werden und ein großes Geschrei zur Folge haben würde. Astoria wagte es, ihm die dünne Jacke abzunehmen, die er trug, was gerade so geduldet wurde. Draco vermutete, dass Scorpius zu beschäftigt mit den Schuhen war, um wirklich zu realisieren, was für ein Verbrechen seiner Mutter da gerade begangen hatte. Pansy war vorhin hier, begann Astoria ein zwangloses Gespräch. Draco musste ein wenig schmunzeln. Er kannte wenige Leute, die so gut darin waren, Situationen vor sich herzuschieben wie Astoria. Aber wie bereits erwähnt, er bohrte nicht nach. Außerdem war er wirklich neugierig, warum Pansy Astoria besucht hatte. Schließlich kamen die beiden Frauen zwar miteinander aus, aber Draco war sich nicht bewusst gewesen, dass sie sich zu zweit trafen. Also ging er darauf ein. War sie das? fragte er also im Plauderton. Einfach so zum Quatschen oder wollte sie was Bestimmtes? Astoria lachte leise. Ich glaube, ihr war einfach langweilig. Sie war offenbar vorher bei dir, aber du warst nicht da, berichtete sie. Scorpius beschloss anscheinend, dass Socken ohnehin überbewertet waren und zog sie einfach mit von seinen Füßen. Barfuß lief er Richtung Wohnzimmer. Astoria warf Draco einen wissenden Blick zu, räumte die Schuhe weg, schnappte sich die Socken und folgte ihm. Draco schloss sich ihr an. Ich war arbeiten, verteidigte er sich. Wie jeden Tag. Astoria zuckte mit den Schultern. Sie erreichten Scorpius' Spielecke, wo der bereits begonnen hatte, seine Legosteine auszuräumen. Alle. Wie gesagt, ich glaube, sie wollte beschäftigt werden. Merlin, diese Frau braucht dringend einen Freund oder so. Draco lachte leise. Astoria hatte Recht, Pansy schien wirklich nicht in der Lage zu sein, sich selbst zu beschäftigen. Sie hat einfach blöde Arbeitszeiten mit ihren Schichten, wandte er ein. Ich habe mich in den letzten beiden Wochen zweimal mit Blaze getroffen. Wir waren einmal mit Theo, Daphne und den Kindern unterwegs und am Samstag war ich mit Blaze, Theo und Nathan draußen. Und wir beide sehen uns ja sowieso ständig. Aber sie war halt immer arbeiten, wenn wir was machen. Dafür sitzt sie dann rum, wenn wir alle im Büro sind. Astoria nickte. Das stimmt natürlich, gab sie zu. Scorpius protestierte laut, als sie sich zu ihm runterbeugte und ihm vorschlug, seine Socken wieder anzuziehen. Dann braucht sie einen neuen Job oder ein Hobby. Draco musste lachen. Sie hatte ein Hobby, meinte er, und zwar unangekündigt, bei uns aufzutauchen. Astoria seufzte, vermutlich aber weniger wegen Pansy als wegen des Kindes, was beschlossen hatte, dass Ende September kein ausreichend guter Grund gegen bare Füße war. Ich kann ja nachher mal unangekündigt bei ihr vorbeischneien, schlug er vor, die Stimme erhoben, um gegen den Protest seines Sohnes anzukommen. Irgendwo muss ich ja den Klatsch und Tratsch der Zaubererwelt herbekommen. Astoria brummte zustimmend und richtete sich nach erfolgreich abgeschlossener Mission auf, wartete kurz, bis Scorpius den Zwischenfall augenscheinlich vergessen hatte und wieder eifrig an seine neuesten Kunstwerk baute und deutete dann in Richtung Essecke. Die beiden durchquerten den Raum und setzten sich an den Tisch, ohne es abzusprechen, auf die gleichen Plätze, auf denen sie jahrelang beim Essen gesessen hatten. Draco wartete darauf, dass Astoria etwas sagte, aber sie schwieg. Er runzerte die Stirn. Was hatte sie nur zu sagen, was ihr so schwer fiel? Willst du was trinken? fragte sie nach einigen Momenten und stand wieder auf. Und ja, Draco war niemand, der nachbohrte, aber in diesem Moment beschloss er, dem ein Ende zu setzen. Es, sagte er leise, was ist los? Sie ließ sich wieder auf ihren Stuhl fallen. Ich, begang sie, ich will dich etwas fragen, aber ich weiß nicht so genau, wie, weil ich vermute, dass du es total albern findest, dass ich dich überhaupt danach frage. Draco schüttelte den Kopf. Sorry, ich bin verwirrt, sagte er. Ich verspreche, dass ich nicht lache und keinen blöden Kommentar mache. Frag einfach. Sie zögerte noch kurz. Dann sagte sie, hast du schon mal darüber nachgedacht, eine neue Beziehung anzufangen? fragte sie. Ich meine, wir sind erst seit acht Monaten geschieden. Draco lehnte sich interessiert nach vorne und konnte ein kleines Grinsen nicht ganz verbergen. Hast du etwa jemanden kennengelernt? fragte er neugierig. Sie wurde ein wenig rot und das war wirklich alles an Bestätigung, was Draco brauchte. Ich weiß, es ist dumm, dich zu fragen, ob das okay ist, sagte sie schnell. Deswegen frage ich auch nicht, sondern ich informiere dich. Sie drückte den Rücken durch. Jetzt konnte Draco sein Lachen nicht mehr verkneifen. Na gut, ich fühle mich informiert, sagte er amüsiert. Informierst du mich auch noch, wer der Glückliche ist? Sie spielte an der Tischdecke herum. Ähm, Nathan, sagte sie dann leise. Dracos Augen weiteten sich vor Überraschung. Nathan? fragte er erstaunt. Unser Nathan? Astoria warf ihm einen unzufriedenen Blick zu. Welcher Nathan denn sonst? Etwa Nathan Gabriel oder was? Patzte sie. Draco blinzelte. Und er fragte sich, wie blind er eigentlich gewesen war. Jetzt im Nachhinein war es ziemlich offensichtlich. Immer wenn er die beiden gleichzeitig gesehen hatte, hatten sie auffällig wenig miteinander geredet, aber sich die ganze Zeit merkwürdige Blicke zugeworfen. Draco war davon ausgegangen, dass sie sich wegen irgendetwas gestritten hatten, was er nicht mitbekommen hatte. Er war ihm, fiel ihm jetzt ein, auch ein paar Mal begegnet, als er Scorpius gebracht oder abgeholt hatte. Es war wirklich offensichtlich gewesen. Ich freue mich für euch, sagte er mit einem breiten Lächeln, ein bisschen amüsiert über seine eigene Blindheit und die Tatsache, dass Astoria offenbar über einen Monat damit gerungen hatte, ihm zu sagen, dass sie eine neue Beziehung anfangen wollte oder bereits angefangen hatte. Einige Augenblicke war es still. Dann sagte Astoria, Oh, Draco, du wirst nicht glauben, was Gob letztens beim Mittagessen gemacht hat. Das Gespräch wurde wieder lockerer und sie unterhielten sich eine Weile über alles Mögliche, bevor sich Draco auf den Weg machte. Gedanklich war er schon zu Hause, als ihm einfiel, dass er ja bei Pansy vorbeischauen wollte. Kurz überlegte er, es nicht zu machen, denn er hatte es wirklich nur im Scherz gesagt und auch wenn seine Freundin manchmal ein bisschen sehr extrovertiert war, brauchte sie sicher keinen Babysitter. Andererseits hatte er auch keine anderen Pläne für den Abend und Pansy hatte in letzter Zeit so oft bei ihm Essen geklaut, dass sie ihm mindestens ein Abendbrot schuldete. Dazu kamen auch, dass Draco zwar von sich aus nie wirklich den Klatsch der Zaubererwelt suchen würde, es aber doch immer sehr amüsant fand, davon zu hören, besonders von Pansy, die nicht nur Informationen weitergab, sondern auch gleich noch ihre Meinung und Einschätzung, die keinen sachlichen Hintergrund hatten und offengesagt meist ziemlich konfus waren, aber deshalb umso unterhaltsamer. Also fokussierte er seine Gedanken nicht auf sein Wohnzimmer, sondern auf die kleine Zweiraumwohnung, an deren Bezug er vor fast drei Jahren mitgeholfen hatte. Nicht nur sie hatte uneingeschränkten Zugang zu seinem Haus, vermutlich das magische Äquivalent eines Haustürschlüssels, wenn Draco so darüber nachdachte, umgekehrt konnte auch er jederzeit ihre Wohnung betreten, wenn er wollte. Bisher hatte er nie den Sinn darin gesehen, seine Höflichkeit über Bord zu werfen und direkt hineinzuapparieren, statt wie ein normaler, gut erzogener Mensch zu klopfen. Aber da sie ja in den letzten Wochen auch nicht viel auf Manieren gegeben hatte, warf er diesen Vorsatz heute in den Wind und rematerialisierte sich direkt in ihrem Wohnzimmer. Sie sah überrascht von ihrem Fußnagel auf, den sie gerade dabei war, auf Muggel A zu lackieren. Draco, rief sie überrascht, was machst du denn hier? Draco grinste, zuckte mit den Schultern und ließ sich auf den von ihr nicht besetzten Sessel fallen. Ich komme gerade von S, die erzählt hat, dass sie langweilig war, berichtete er. Außerdem dachte ich mir, ich könnte mich revanchieren und mir zur Abwechslung mal von dir ein Abendessen klauen. Pansy musste lachen, tauchte den kleinen Pinsel wieder in die grüne Farbe und fokussierte sich darauf, ihren Nagel, aber möglichst nicht den gesamten kleinen Zeh zu bemalen. Draco schaute ihr fasziniert dabei zu. Blöderweise für dich habe ich schon gegessen, berichtete sie. Draco konnte die Belustigung in ihrer Stimme hören. Aber auf dem Herd steht der Rest von meinem Nudelauflauf. Bedien dich, wenn du willst. Draco öffnete den Mund, um abzulehnen. Schließlich war er ein erwachsener Mensch und durchaus in der Lage, sich selbst zu versorgen. Vielen Dank. Und außerdem war es noch eine ganz andere Sache, jemanden etwas zu essen zu klauen, während derjenige aß oder sich zu einer Mahlzeit einzuladen, als seiner Freundin die Reste weg zu essen. Aber dann erinnerte er sich an den grandiosen Nudelauflauf, den Pansy einmal zu einer Gartenparty mitgebracht hatte und er schiede hinüber zum Herd, auf dem etwas stand, was dem doch sehr ähnlich sah. Er schloss den Mund wieder, stand auf und lief hinüber zu Kochzeile. »Also, ich habe gehört, es hat dir endlich von ihr und Nathan erzählt, was?« fragte Pansy laut, um das klappern der Teller zu übertönen, die Draco jetzt im Küchenschrank herumräumte, um an einen Tiefen heranzukommen. Er hob den Kopf, um über den Herd hinüber und sie anzuschauen. »Woher zur Hölle weißt du das schon wieder?«, wunderte er sich, richtete sich auf und holte einen Löffel aus einer Schublade. Pansy lachte. »Dude, das war sowas von offensichtlich,« sagte sie. »Jeder wusste es vor dir. Außer vielleicht Blaze und Theo. Okay, jede weibliche Person in unserem Freundeskreis wusste es vor dir.« Draco verdrehte die Augen, während er sich Auflauf auf den Teller tat. »Lass mich raten, wegen eurer weiblichen Intuition,« witzelte er, zückte seinen Zauberstab, um den Löffel abzuwaschen und den Auflauf aufzuwärmen. Das und weil es natürlich ihre Schwester zurate gezogen hat, und Daphne sich letztens mir gegenüber verplappert hat, weshalb ich heute bei deiner lieben Ex-Frau war und sie zur Rede gestellt sowie gedrängt habe, es dir endlich zu sagen, damit Nathan sie bei Gruppenaktionen nicht mehr die ganze Zeit ansieht wie ein trauriger Romeo. Draco setzte sich wieder auf den Sessel und begann zu essen. Es war köstlich und er verfluchte sich wieder einmal dafür, nicht kochen zu können. »Ach, deswegen warst du bei ihr?« stellte er durch eine Mundvolle Nudeln fest. Pansy schmunzete. »Was dachtest du denn?« »Was mir langweilig ist?« Sie wackelte mit ihren frisch lackierten Zähnen. »Ich meine, war mir auch, aber die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun.« Draco nickte wissend. »Selbstverständlich nicht.« Pansy hob schmunzend eine Augenbraue und begann, ihre zahlreichen herumstehenden Nagellackfläschchen zuzuschrauben. »Auf jeden Fall war Astoria, nachdem ich sie genauestens über ihr Liebesleben ausgequetscht hatte, ein bisschen genervt von mir, woraufhin ich ihr zur Versöhnung angeboten habe, dass sie dich ja zu mir schicken könnte, sodass ich mit dir das Gleiche tun kann,« berichtete sie im Plauderton weiter. Draco sah überrascht von den Resten seiner Nudeln auf. Da wurde ihre Laune dann schlagartig wieder besser. Und siehe da, du bist hier, was vermutlich heißt, dass sie entweder genau weiß, welche Knöpfe sie bei dir drücken muss, oder dass du leichter zu manipulieren bist als dein Sohn, den ich letztens mit dem Versprechen eines Schokomuffins dazu gebracht habe, so lange stillzusitzen, bis ich ihm die Konjugation des lateinischen Verbs »sein« beigebracht und ihm weisgemacht hatte, dass er damit einen Dämon heraufbeschwören kann, wenn er es nur oft genug sagt. Draco ließ die Gabel mit seiner letzten Nudel sinken. »Ach, von dir hat er das,« krummelte er. Die Kindergärtnerin hat sich beschwert, dass er es allen anderen Kindern beigebracht hat und dass jetzt immer eins von ihnen den Dämonen spielt, während alle anderen im Chor »summ est is« murmeln, während sie sich alle auf den vermeintlichen Dämonen stürzen. Pansy musste laut lachen. »Hervorragend, das ist genau das, was ich erreichen wollte.« Draco schüttelte ein wenig verzweifelt den Kopf. »Das hatte ich mir gedacht, du Slytherin. Hast du gerade dein eigenes Haus als Beleidigung gegen mich benutzt?« fragte Pansy amüsiert. »Hast du meinem Sohn Unfug beigebracht, damit ich in Schwierigkeiten gerate?« gab er unbeeindruckt eine Gegenfrage zurück. Ihr Grinsen wurde breiter und ein wenig verschmitzt. »Na ja.« Sie schob die Fläschchen zusammen und Draco musste lachen. Dann wandelte sich ihr Gesichtsausdruck plötzlich zu unzufrieden. »Oh, verdammt!« murmelte sie. Er zog Fragen deiner Augenbraue hoch. »Was ist los?« fragte er. Sie hielt ein Fläschchen nach oben. »Den habe ich neu gekauft und wollte ihn ausprobieren und jetzt bin ich fertig und habe ihn vergessen,« krummelte sie. »Und ich weiß immer noch nicht, wie er aufgetragen aussieht.« Draco stellte seinen leeren Teller auf den Couchtisch. »Kannst du nicht einfach den Lack nicht wieder irgendwo abmachen?« fragte er. Pansy sah hinunter auf ihre Finger und Fußnägel. Dann schielte sie zu Draco hinüber. »Könnte ich,« gab sie zu. »Oder?« Sie lieferten sich einen kurzen Starrkampf. Er wusste ganz genau, worauf sie hinaus wollte, aber das würde sie schon sagen müssen. Das Problem war nur, dass Pansy hervorragend in Starrkämpfen war. Nach zwei geschlagener Minuten gab Draco mit einem tiefen Seufzer auf. »Meinetwegen,« krummelte er, rutschte vom Sessel und legte seine Hände auf den Glastisch. Pansy grinste von einem Ohr zum anderen. »Perfekt,« freute sie sich. »Du hast einfach richtig gute Nägel dafür. Außerdem ist der Lack dunkelrot und passt super zu deinem tollen Armband.« Draco musterte das Freundschaftsarmband in Gryffindorffarben, was Hermine ihm gemacht hatte. Pansy griff nach klarem Lack, der irgendwie super wichtig war, wie sie Draco schon ein paar Mal erklärt hatte, aber er verstand immer noch nicht so ganz, aber er verstand immer noch nicht so ganz, wofür. Er wusste nur, dass sie, was das anging, deutlich bewanderter war. »Also,« erklärte Pansy dann, als sie begonnen hatte, die erste Schicht Lack auf seinen Nägel zu verteilen und Draco fiel schlagartig die Anspielung auf ihr angestrebtes Gesprächsthema wieder ein. Verdammt. Andererseits wusste er wirklich nicht, was sie in Hinsicht auf sein Liebesleben besprechen wollte, schließlich war es aktuell nicht wirklich existent. Was läuft zwischen dir und Granger? Draco war so überrascht, dass er beinahe seine Hand weggezogen hätte, wenn sie sie nicht gerade rechtzeitig festgehalten hätte. »Warte, was?« fragte er irritiert. »Wie kommst du denn auf diese Frage?« Pansy zuckte möglichst unschuldig mit den Schultern. »Na ja, ihr habt euch vor ein paar Monaten kennengelernt und verbringt jetzt ziemlich viel Zeit miteinander.« sagte sie. »Ist die Frage, ob du sie magst, wirklich so abwegig?« Draco runzerte die Stirn. »Natürlich mag ich sie,« erklärte er. »Sie ist spontan, sie ist witzig, sie ist wirklich cool. Sie hat verrückte Ideen und ich verbringe gerne Zeit mit ihr. All das sind Eigenschaften, die ich an ihr mag und auch an dir und an Blaze. Vermutlich wirst du zumindest Teile davon bei allen meinen Freunden finden.« Pansy schnappte belustigt. »Ja, okay, das stimmt,« erklärte sie. »Aber das ist nicht, was ich meine und das weißt du.« Draco schaute sie etwas ratlos an. »Ich mag sie als Freundin wirklich gerne,« sagte er. »Aber ich glaube, in einer Beziehung wären wir beide die absolute Katastrophe.« Er musste lachen. »Wir haben so grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen vom Leben, das würde niemals gut gehen. Und das finde ich auch vollkommen okay. Es ist doch prima, was wir jetzt haben. Warum also auf Zwang etwas anderes anfangen, woran wir, glaube ich, beide kein Interesse haben?« Pansy schwang ihren Zauberstab, um den Klarlack zu trocknen und griff dann nachdenklich zur roten Farbe. Draco war von ihrem Schweigen ein bisschen verunsichert. »Oder siehst du irgendwas, was ich mal wieder übersehe, weil mir die nötige weibliche Intuition fehlt?« fragte er dann. Pansy schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie, »das ergibt schon Sinn.« Sie trug vorsichtig ein bisschen Farbe auf Dracos Daumennagel auf. Der Ton war recht dunkel, dunkler, als er im Fläschchen ausgesehen hatte. »Ich war nur ein bisschen irritiert, weil eure Dynamik so anders ist, als wenn du mit anderen Leuten zu tun hast. Und manchmal hat sie dich so komisch angeschaut.« Draco fiel schlagartig ein, dass Pansy natürlich keine Ahnung davon hatte, dass Hermine auch noch einen anderen Draco kannte. Es war nicht weiter verwunderlich, dass sie irritiert davon gewesen war, wie Hermine sich ihm gegenüber gelegentlich verhielt. Das war ihm schließlich auch so gegangen, bevor sie ihm von der ganzen Paralleluniversumsgeschichte erzählt hatte. Draco wusste nicht, ob er ihr jemals davon erzählen würde, aber er wusste, dass es seine Freundschaft mit Hermine nicht beeinträchtigte. Natürlich war es ein bisschen irritierend, zu wissen, dass sie in einer anderen Welt verheiratet waren, aber hier waren sie das nicht und daran würde sich, wenn es nach Draco ging, auch nichts ändern. Eine Sache wusste er ziemlich sicher. Er war definitiv nicht verliebt in Hermine Granger. Und das war absolut großartig. Kapitel 19 Hermine jonglierte mit drei Äpfeln. Es sah wirklich beeindruckend aus, fand Draco, half ihnen aber kein Stück weiter beim Problem, was sie aktuell hatten, nämlich eine Grillparty für acht Leute zu organisieren. Eine Grillparty, zu der drei Gryffindors und drei Slytherins eingeladen waren, die zwar generell wussten, wer die anderen Gäste waren, aber die das Ganze wirklich nur so mittelwitzig fanden und die in zwei Stunden stattfinden sollte. Bisher hatten sie einen Grill. Er war nicht aufgebaut, geschweige denn, dass irgendwer daran dachte, ihn irgendwann anzufeuern, aber er war da. Eine Tatsache, die man auf grillbare beziehungsweise generell essbare Dinge leider nicht übertragen konnte. Nun, sie hatten drei Äpfel, einer davon war gerade im Blumenbeet gelandet. Herr Mina, wir müssen etwas einkaufen, erklärte Draco. Hermine fing die beiden übrigen Äpfel auf, beziehungsweise sie fing einen auf, der andere plumpste zu Boden und rollte ins Gras und nickte. Definitiv, stimmte sie zu. Das wird eh lustig nachher, auch ohne, dass alle hungrig sind. Draco verdrehte die Augen. Ich glaube immer noch nicht, dass es so schlimm wird, räumte er ein. Ron kenne ich schon, und wir kommen miteinander aus. Du kennst Pansy und Blaze, die beiden sind völlig okay und ich habe es noch nie erlebt, dass sie mit irgendjemandem nicht entspannt reden konnten. Harry und Ginny? Ginny hegt nach wie vor einen Groll auf dich, ebenso wie Harry. Und Pansy und Ginny sind in unserer sechsten Klasse mal gewaltig aneinander geraten und haben das immer noch nicht geklärt, weshalb Ginny sich jetzt weigert, auch nur einen Fuß ins Postamt zu setzen. Und als wir letztens kurz bei Pansy waren, bevor wir zusammen und Kürbiskegeln waren, lagen neben ihrem Sofa Quidditch-Zeitschriften, auf deren Cover sie Ginny-Fangzähne gemalt hatte, ergänzte Hermine und verschränkte die Arme. Ich glaube, ohne mindestens ein Drama geht das heute Abend nicht über die Bühne. Draco zuckte mit den Schultern. Hermine kam gut mit Pansy und Blaze zurecht, warum sollte es mit den anderen Gryffindors anders sein? Wir werden sehen, sagte er. Vielleicht klären wir trotzdem noch die Essensgeschichte. Hermine nickte und schnappte sich ihre Handtasche von einem herumliegenden Gartenstuhl. Es waren nur vier, da würden sie nachher noch was dran ändern müssen. Na dann, auf geht's, rief sie. Draco hob schnell noch die beiden heruntergefallenen Äpfel auf und legte sie auf den Gartentisch. Wie schwer kann es schon sein, für einen Grillabend einzukaufen? Ziemlich schwer, war die Antwort. Insbesondere, wenn die beiden Beteiligten gravierend unterschiedliche Vorstellungen hatten, was zu einer Grillparty gehörte und was nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall Kartoffelsalat, sagte Hermine und legte eine Packung davon in den Einkaufskorb, der neben ihnen durch den Lebensmittelladen am Ende der Winkelgasse schwebte. Sicher? fragte Draco. Also ich finde Nullsalat eigentlich besser. Er schmiss seine Handvoll wahllos aus dem Regal gegriffenes Gemüse dazu. Niemand mag Nudelsalat, protestierte Hermine, während sie durch das Gemüse wühlte, die Gurke, die Zwiebeln und die Paprikas darin ließ, aber den Staudensellerie, die Möhren und den Blumenkohl wieder aussortierte. Jeder mag Nudelsalat, widersprach Draco und legte den Bund Möhren wieder hinein. Hermine verschränkte die Arme. Draco, was willst du mit den Möhren? fragte sie. Die schmecken nicht gegrillt. Und ich hasse Nudelsalat, genau wie Harry, Ron und Ginny. Draco dirigierte den Korb um eine Ecke Richtung Milchwaren. Du kannst ja einen Kartoffelsalat besorgen für euch, aber ich kann dir versichern, dass Blaze wieder geht, wenn wir keinen Nudelsalat haben, erklärte er, und die Möhren sind nicht zum Grillen, sondern zum Dippen. Hermine nickte siegesicher und schob den von Draco ausgesuchten Nudelsalat in die Ecke des Korbes, die am weitesten von ihrem geliebten Kartoffelsalat entfernt war. Haben wir überhaupt einen Dip für deine Möhren? fragte sie dann. Draco spähte in den Korb. Noch nicht, gab er dann zu. Hermine deutete auf ein Regal mit magisch haltbar gemachten Dingen. Da müssten Dips dabei sein, schlug sie vor. Draco nickte und besah sich die Auswahl. Als er sich für zwei Varianten entschieden hatte und sich wieder umdrehte, war Hermine verschwunden. Sie tauchte aber sofort wieder auf in den Händen gigantische Mengen an Schaf und Grillkäse. Schau nicht so, es gibt nichts Besseres als Käse vom Grill, sagte sie und lud den Inhalt ihrer Arme in den Korb. Draco wunzelte die Stirn. Doch, sagte er dann, Fleisch vom Grill. Hermine verdrehte die Augen. Wir brauchen noch Brot, sagte sie dann. Draco nickte, zückte seinen Einkaufszettel und verglich ihn mit dem Inhalt ihres Korbes. Sie hatten keine Gemeinsamkeiten. Im Nachhinein fragte er sich, wie er überhaupt auf die Idee gekommen war, für irgendetwas, was er mit Hermine zusammenmachte, einen Plan zu haben. Es war lustig, sie war chaotisch und spontan, hielt nichts von Einkaufslisten und schien beim Durchsehen der Regale zu entscheiden, was sie in ihren Korb legen wollte. Nichts erinnerte mehr an die Hermine aus Schulzeiten, die für ihre farbcodierten Lernpläne und ihren missbilligenden Blick bekannt gewesen war, wenn etwas nicht so lief wie vorgesehen. Er konnte diesen Gedanken nicht weiterführen, da er von Hermine unterbrochen wurde, die eine gigantische Packung Marshmallows in den Einkaufskorb schmiss, gefolgt von zwei Tafeln Schokolade und einer Packung Cracker. Was ist das? fragte er schockiert. Sie zuckte mit den Schultern. Für Esmars, sagte sie, die verwirrten Furchen auf Dracos Stirn wurden, wenn möglich, noch ein wenig tiefer. Für was? Hermines Augen wurden groß. Eine Muggelsüßigkeit aus Amerika, erklärte sie. Du nimmst einen Cracker, darauf ein Stück Schokolade und darauf legst du einen gerösteten Marshmallow. Obendrauf kommt noch ein Cracker und schon hast du einen Esmoor. Da Draco noch nie einen Marshmallow gegessen hatte, erhielt sich zumeist von Muggelsüßigkeiten fern, schließlich waren die der Zaubererwelt umfangreich und ihm hatte nie etwas gefehlt, konnte er darüber nicht wirklich urteilen. Er bezweifelte jedoch, dass die Idee, eine Muggelsüßigkeit mitzubringen, zu einem ersten Treffen von Slytherin und Gryffindors nach mehreren Jahren eine wirklich gute war. Wie auch immer, sagte er, weil er keine Lust hatte zu diskutieren. Wir sollten uns, glaube ich, auf den Rückweg machen, wir müssen das auch noch vorbereiten. Gerne hätten Draco und Hermine behauptet, dass alles vorbereitet, Nudeln und Kartoffelsalat in Schüsseln, der Tisch gedeckt und das Gemüse geschnitten gewesen wäre, als es Punkt 18 Uhr an der Tür klingelte. In der Realität waren sie leider seit anderthalb Stunden dabei, den Grill anzufeuern, die Einkäufer hatten nicht einmal den Weg aus ihrer Tüte herausgefunden und der Tisch hatte noch nicht einmal genügend Stühle. Hermine und Draco tauschten einen etwas verzweifelten Blick und Draco sprintete durch das Haus zur Haustür. Er hoffte wirklich, dass es Liderons waren, die da kamen, aber Hermine hatte offenbar beschlossen, das Risiko, dass es nicht so war, einzugehen und ihm nicht zu folgen. Stattdessen sah er sie, als er noch einmal über seine Schulter sah, mit dem Zauberstab umherwirbeln, vermutlich, um es so aussehen zu lassen, als hätten sie wenigstens irgendetwas vorbereitet. Er atmete erleichtert auf, alles andere wäre ihm nämlich sowohl vor seinen Freunden als auch vor den Gryffindors höchst peinlich gewesen. Er öffnete die Tür, davor stand Astoria mit Scorpius. Sie hatte eine große Schüssel Salat dabei und eine noch größere Tasche mit Kindersachen. Draco hatte damals, als Scorpius geboren wurde, recht schnell gemerkt, dass diese Tasche voll mit Wickelzeug, Babynahrung, Wechselklamotten und Spielzeug wohl ein ständiger Begleiter werden würde und er hatte Recht gehabt. Er war nur froh, dass sie dank Magie nicht das tatsächliche Gewicht der Tasche schleppen mussten. Ass, begrüßte er sie fröhlich, wir hatten doch gesagt keine Mitbringsel. Da hatte Hermine darauf bestanden, da sie überhaupt keine Lust auf einen Konkurrenzkampf hatte, wer den besseren Dip machen konnte. Draco hatte das als durchaus sinnvoll gesehen und Blaze, Pansy und Astoria mehrfach darauf hingewiesen. Ja, sagte sie, aber ein Salat schadet ja nie, oder? Draco schickte ein Stoßgebet zu Merlin oder wem auch immer, dass ihm das nicht später auf die Füße fallen würde und trat ein Stück zur Seite, um die beiden ins Haus zu lassen. Scorpius stürmte sofort an ihm vorbei durchs Haus in den Garten, wo Draco als erste Tat nach dem Einzug einen kleinen Sandkasten für ihn eingerichtet hatte. Sie gingen hinüber in den Garten, wo Hermine zumindest die Stuhlzahl verdoppelt und die Einkäufe auf dem Tisch verteilt hatte. Die beiden Frauen begrüßten sich distanziert, aber höflich. Draco verfolgte das nicht weiter, da es sofort wieder an der Tür klingelte. Diesmal waren es die Gryffindors, die Potters mit ihren beiden Söhnen. Draco wusste, dass Hermine ihm die Namen irgendwann mal gesagt hatte, aber er hatte sie wieder vergessen. Er wusste nur noch, dass der Jüngere etwa genauso alt war wie Scorpius. Beide hatten Harrys Haare geerbt und er schätzte den Älteren auf etwa drei oder vier. Neben Harry und Ginny war auch Ron anwesend. Draco musste sich zurückhalten, nicht die Augen zu verdrehen, Gryffindors gab es wohl tatsächlich nur im Paket. Er begrüßte sie auf eine ähnliche Weise, wie Hermine und Astoria das eben getan hatten und deutete dann auf den Weg nach hinten in den Garten. Gerade wollte er die Haustür schließen, da apparierten Blaze und Pansy mit einem lauten Knall in den Vorgarten. Draco grinste und hielt die Tür noch einmal auf, während er ihnen mit einer lächerlichen kleinen Verbeugung zu verstehen gab, doch bitte einzutreten. Er atmete erleichtert auf, als jetzt alle Gäste pünktlich da waren, denn er hätte es sowohl den Gryffindors als auch seinen Freunden zugetraut, mehr als einen spitzen Kommentar zu machen, wenn von der anderen Seite jemand zu spät gewesen wäre. Er folgte den Ankömmlingen in den Garten, wo sich bereits eine etwas seltsame, aber immerhin nicht feindselige Atmosphäre eingestellt hatte. Mit einem freundlichen Augenzwinkern, das hoffentlich auch so interpretiert werden würde, lud er die Potters ein, dass der Sandkasten groß genug für alle drei Kinder war und beobachtete erleichtert, dass die sich offenbar keinen großen Kopf darum machten, in welchem Haus ihre Eltern gewesen waren. Hermine machte sich am qualmenden Grill zu schaffen und er sprintete hinüber, um ihr mit seiner nicht vorhandenen Expertise unter die Arme zu greifen. Soll das so rauchen? wisperte Hermine und Redko zuckte nur etwas verzweifelt mit den Schultern und versuchte sich zu entsinnen, ob er irgendeine Art Zauberspruch kannte, der in dieser Situation nützlich sein könnte. Mit halber Aufmerksamkeit beobachteten sie, was am Gartentisch passierte und wurden sich wortlos einig, dass es nicht so schlimm war, wie sie befürchtet hatten. Hermine hatte offenbar die Hilfsangebote von allen Seiten dankend angenommen und so saßen Harry und Ginny am einen Ende des Tisches und schnitten Gemüse, während sie ein Auge auf die Kinder hatten und Pansy und Historia taten am anderen Ende genau das Gleiche. Dazwischen saßen Blaze und Ron, die offenbar zumindest versuchten, ein Gespräch zu führen. Von dem, was Draco über das Knacken des Grills und Hermines Fluchen hören konnte, war es ziemlich steifer Smalltalk, aber immerhin war es ein Anfang. Irgendwann nahm der Grill einen Zustand an, den Hermine und Draco als zumindest ähnlich dem bezeichnen konnten, was sie sonst von Grills gewohnt waren, wenn die jemand bediente, der auch etwas davon verstand. Sie verteilten wahllos ein bisschen was von allem darauf und setzten sich dann zu den anderen an den Tisch. Für eine Weile versuchten sie, ein Gesprächsthema zu finden, an dem sich alle beteiligten, aber sowohl Quidditch als auch aktuelle Politik, Kürbispasteten, Zeitreisen, Schach und Erinnerungen an die Schulzeit schafften es nicht zu verhindern, dass sich die Gespräche immer nach wenigen Minuten im Sande verliefen. Hermine und Draco tauschten einen etwas verzweifelten Blick, so hatten sie sich das irgendwie nicht vorgestellt. Auf einmal richtete sich Pansy auf. Riecht ihr das? fragte sie. Draco schnupperte und konnte sehen, wie die anderen das Gleiche taten. Es riecht verbrannt, stellte Ron fest. Hermine und Draco tauschten einen alarmierten Blick. Sind das die Sachen auf dem Grill? fragte er überrascht. Ich dachte, das dauert immer ewig, protestierte Hermine. Das ist da doch seit höchstens ein paar Minuten drauf. Harry runzelte durch Stirn. Warte, ihr habt Zeug auf dem Grill? fragte er entsetzt. Was bei Merlinsbad macht ihr dann hier am Tisch? Er erhob sich ruckartig und lieb mit zügigen Schritten hinüber zu dem Gegenstand, auf den Draco einen zunehmenden Hass entwickelte. Er und Hermine standen ebenfalls auf, um zu schauen, wie schlimm es war, aber Pansy kam ihnen zuvor und drückte sie wieder auf ihren Hosenboden zurück. Ihr beide bleibt schön hier sitzen, erklärte sie und verdrehte amüsiert die Augen. Ich entziehe euch hiermit die Grillrechte. Sie marschierte hinüber zu Harry und leises Gemurmel sowie gelegentliche Lichtblitze ließen vermuten, dass sie versuchten zu retten, was noch zu retten war. Draco konnte nicht behaupten, dass er unbedingt traurig war, die Verantwortung dafür, etwas Essbares zu produzieren, losgeworden zu sein und so wie er Hermine kannte, ging es ihr ähnlich. Nach einigen Augenblicken, die alle am Tisch gespannt zu den selbsternannten Grillrettern hinübersahen, verkündeten Pansy und Harry, dass sie nochmal von vorne anfangen würden und hofften, möglichst schnell vergessen zu können, was sie hier gerade gesehen hatten. Die sechs Personen am Tisch rückten ein wenig zusammen und für einige Minuten hatten alle Beteiligten viel Spaß daran, sich über Hermine und Draco lustig zu machen. Die wurden sich mit einem Blick einig, dass sie es nicht schlimm fanden, Opfer einiger Witze zu sein, wenn das bedeutete, dass die Atmosphäre hier im Garten ein wenig besser wurde. Schließlich schlug doch noch ein Thema von vorhin an und Blaze und Ron begangen, die Vor- und Nachteile verschiedener Schachstrategien zu diskutieren. Jenny und Destoria rutschten ein Stück zusammen und übernahmen gemeinsam die Aufsicht über die Kinder, woraus sich ein kleiner Austausch an Anekdoten entwickelte. Hermine und Draco tauschten einen begeisterten Blick. Die Stimmung war gut, ihr Plan war aufgegangen. Gryffindors und Slytherins kamen miteinander aus. Gerade hatten sich Hermine und Draco ebenfalls in ein Gespräch vertieft, da wurden am Grill die Stimmen lauter. Ich sage dir, das ist noch nicht durch, das kann man noch nicht essen, rief eine empörte Pansy, gefolgt von einem genervten Seufzen von Harry. Und ich sage dir, es ist fertig, erwiderte er, ebenfalls mit erhobener Stimme. Und es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass ich grille, also glaube mir, ich weiß, was ich tue. Draco sah auf und konnte erkennen, wie Harry eilig die kleinen Würstchen vom Grill schweben ließ. Ich habe auch schon gegrillt, fauchte Pansy zurück, zückte ihren eigenen Zauberstab und die Würstchen wanderten zurück. Ich weiß, wie fertige Würstchen aussehen und zwar nicht so. Ich bin mir sicher, dass ich mehr vom Grillen verstehe als du, protestierte Harry und schob sie jetzt mit dem Ellenbogen aus dem Weg, um wieder an den Grill zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich ausgiebig mit deiner ursprünglichen Muggeltradition beschäftigt hast. Willst du mir jetzt ernsthaft vorwerfen, dass ich ein Problem mit Muggeln habe? empörte Pansy sich und richtete ihren Zauberstab jetzt auf seine Brust. Der Krieg ist acht verdammte Jahre her. Im Gegensatz zu euch Gryffindors sind wir in der Lage, unsere Meinung und unser Verhalten zu ändern. Am Tisch schienen jetzt alle das Gespräch zu verfolgen. Draco und Hermine sahen sich unsicher an. Das Einzige, was Draco davon abhielt, dazwischen zu gehen, waren die beiden gezückten Zauberstäbe, die längst nicht mehr damit beschäftigt waren, sich um die Grillware zu kümmern, die soeben ziemlich nebensächlich geworden war. Darum geht es hier doch gar nicht, rief Harry. Ich meine nur, dass ich unter Muggeln aufgewachsen und Familienvater bin und deshalb denke, besser qualifiziert zu sein, zu entscheiden, ob diese Würstchen fertig sind oder nicht. Pansy klappte schockiert der Mund auf. Jetzt bin ich auf einmal nicht mehr qualifiziert, nur weil ich eine Frau bin, rief sie. In was für einer Welt leben wir hier eigentlich? Hermine und Draco schnellten gleichzeitig in die Höhe und so wusste Draco, dass er nicht der Einzige war, der die Befürchtung hegte, dass dort drüben gleich jemand handgreiflich werden würde. Bevor sie sich jedoch wirklich einmischen konnten, begann ein neues Geschrei am anderen Ende des Gartens, im Sandkasten. Das erregte natürlich nicht nur Dracos Aufmerksamkeit, sondern rief auch die entsprechenden Mütter auf den Plan. Mit einem Blick über die Schulter stellte Draco fest, dass Hermine am Grill angekommen war und, bisher wenig erfolgreich, versuchte, den Streit zu schlichten. Deshalb konzentrierte er sich auf die Situation am Sandkasten. In den letzten knapp zwei Jahren, die Scorpius nun schon in seinem Leben war, hatte Draco schnell gelernt, zu erkennen, um welchen Gegenstand es in einem Sandkastenstreit wie diesen ging. Denn um irgendeinen ging es immer. In diesem Fall war ihm recht schnell klar, dass besagter Gegenstand ein kleines gelbes Drachensandförmchen war, Scorpius' absoluter Liebling. Aus dem tränenreichen Bericht von zwei der drei Kinder wurde schnell deutlich, dass James, der Ältere der Pottersöhne, das Förmchen haben wollte, Scorpius ihn aber nicht hatte hergeben wollen und ihn daraufhin mit einem Bagger gegen den Arm gehauen hatte. Ganz leicht, wie er selbst beteuerte. Im Gegensatz zu James, der ein Drama machte, als würde ihm gleich die Hand abfallen. Erleichtert, dass es eine Situation war, die sich schnell klären lassen würde, drehte er sich wieder zu der Diskussion am Grill herum, die zwar ein wenig leiser, aber nicht unbedingt ruhiger geworden war. Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass Astoria und Ginny, statt ihre Söhne einfach nur dazu zu überreden, sich beieinander zu entschuldigen und friedlich weiterzuspielen, anfingen darüber zu diskutieren, welches Kind die Schuld trug. Den Auslöser hatte Draco nicht wirklich mitbekommen, aber Ginny argumentierte lautstark, dass es nicht in Ordnung war, dass Scorpius ihren Sohn geschlagen hatte, woraufhin Astoria patzte, James habe ihm doch das Spielzeug weggenommen. Ginny meinte, James habe es ja nur einmal ausprobieren wollen, und Astoria fuhr sie an, dass Scorpius sehr wohl das Recht hatte, Nein zu sagen, wenn andere Kinder sein Spielzeug haben wollten. Das ist ja mal die, das ist ja mal die Höhe, rief Ginny wütend. Kinder sollten sehr wohl in der Lage sein, ihr Spielzeug mit anderen Kindern zu teilen, wenn sie im selben Sandkasten sitzen. Kinder sollten aber auch lernen, Nein als Antwort zu akzeptieren, gab Astoria mindestens ebenso aufbrausend zurück. Draco fragte sich verzweifelt, wie es sein konnte, dass ein einfacher Sandkastenstreit zwischen zwei Kindern, die inzwischen schon wieder friedlich miteinander spielten, eine solche Grundsatzdiskussion hatte auslösen können. Scorpius hat aber nicht Nein gesagt, patzte Ginny und deutete mit dem Drachen sein Förmchen, wofür sich keins der Kinder mehr interessierte, auf das entsprechende Kind. Er hat James sofort geschlagen. Astoria riss ihr das Spielzeug aus der Hand. James hat auch nicht gefragt, zischte sie zurück. Er hat einfach danach gegriffen. Das Ganze artete in wüste Vorwürfe aus und Draco suchte verzweifelt nach einer Lösung für die verzweckte Situation. Will jemand Salat? rief Hermine laut. Er drehte sich überrascht um. Ginny und Astoria sowie auch Harry und Pansy am Grill verstummten, vermutlich ebenso wie Draco vor Überraschung. Dann schienen sich alle bewusst zu werden, wie lächerlich es war, im Garten zu stehen und sich gegenseitig anzuschreien. Sichtlich etwas peinlich berührt, kehrten alle an den Tisch zurück, wo Hermine nachdrücklich die Schale mit Grillgut mittig hinstellte und begangen, den Salat auf Teller zu verteilen. Wieder kehrte Stille am Tisch ein, aber während Draco als... Wieder kehrte Stille am Tisch ein, aber während Draco sie vorhin als schlimm empfunden hatte, war sie jetzt eine willkommene Abwechslung zum Geschrei von eben. Alle nahmen sich etwas zu essen, die Kinder tauchten am Tisch auf und verlangten ein paar Würstchen und Brot mit Unmengen an Ketchup. Blaze lobte den Nudelsalat und Ron den Kartoffelsalat. Es wurden einige Höflichkeiten in Richtung Hermine und Draco ausgerichtet. Also ich weiß nicht, was ihr in diesen Salat getan habt, meinte Ginny dann, aber er ist wirklich hervorragend. Draco widerstand dem Drang, kurz verzweifelt, die Augen zu schließen. Das Kompliment können wir leider nicht für uns beanspruchen, sagte er dann. Astoria hat ihr mitgebracht. Kurz war es still am Tisch. Ginny verzog etwas säuerlich das Gesicht. Ach, sagte sie etwas schnippisch, sie durfte etwas mitbringen. Hermine seufzte, aber nur so leise, dass Draco vermutete, dass es außer ihm keiner gehört hatte. Wir hatten eigentlich allen gesagt, bitte nichts mitbringen, erklärte sie und hob sofort die Hand, um ihrer Freundin das Wort abzuschneiden, bevor die etwas sagen konnte. Ihr habt euch drein gehalten, Astoria nicht. Sie hob die andere Hand in Richtung Astoria, die bereits zu einer Verteidigung den Mund geöffnet hatte. Der Salat ist jetzt da, müssen wir da wirklich ein größeres Drama draus machen, als es ist? Sowohl Astoria als auch Ginny schlossen sichtlich unzufrieden den Mund. Man muss aber auch zugeben, dass es ein wirklich hervorragender Salat ist, mischte sich jetzt Pansy ein und Draco verfluchte seine Freundin dafür, dass sie nicht gelegentlich einfach mal die Klappe halten konnte. Denn diese Aussage hatte natürlich genau den erwarteten Effekt. Willst du damit sagen, dass Ginny Salat nicht gut gewesen wäre? Ergriff nun sofort Ron Partei für seine Schwester. Oh Mann, ihr Slytherins seid echt alle gleich. Erstmal gelten für euch selbstverständlich andere Regeln als für andere und dann sind wir natürlich generell schlechter als ihr. Draco widerstand dem Drang, sein Gesicht in den Händen zu verbergen und von dem, was er aus dem Augenwinkel mitbekam, ging es Hermine ähnlich. Das müsst ihr Gryffindors ja gerade sagen, rief Pansy eingeschnappt und sofort brachen alle wieder in wilde Vorwürfe aus. Draco hatte das Gefühl, dass jedes einzelne Vorurteil, was je zwischen den Gryffindors und Slytherins gestanden hatte, in diesen nächsten drei Minuten irgendjemandem an den Kopf geworfen wurde. Darunter mischte sich das Weine des jüngeren Pottersohns, Albus, wie Draco sich wieder erinnerte, dem sein Würstchen runtergefallen war. Harry, der sich aus dem Chaos der Beleidigungen größtenteils rauszuhalten schien, kümmerte sich zunächst einmal darum, dass sein Sohn aufhörte zu weinen und eine neue Wurst bekam. Davon lagen bei Merlin genug auf diversen Tellern, die allesamt ignoriert wurden. Bevor er auf seinen Fingern einem Pfiff losließ, der Draco spontan erinnerte, dass er ehemaliger Quidditch-Captain und seit drei Monaten Professor in Hogwarts war. Vielleicht, sagte er laut, als alle wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen waren, sind Slytherins und Gryffindors einfach nicht dafür gemacht, miteinander auszukommen. Er warf Hermine und Draco einen entschuldigenden Blick zu und wandte sich dann an Ginny. Möglicherweise wäre es das Beste, wenn wir jetzt gehen. Ron erhob sich und nickte. Ich komm mit, erklärte er und auch die Slytherins murmelten ihre Zustimmung. Sorry, ihr beiden, sagte Blaze entschuldigend, aber dieses Treffen war wohl keine so gute Idee. Enttäuscht sahen Draco und Hermine zu, wie ihre Gäste aufstanden und eine nach dem anderen begangen, ihre Sachen zusammen zu sammeln. Seufzend stand er dann auf und ging hinüber zum Sandkasten, um Scorpios Spielzeug wieder in Astorias Tasche sowie die Sandspielzeugkiste zu räumen. Ginny tat mit ihren Sachen das Gleiche. Sorry, murmelte sie leise, während sie gemeinsam durch den Sand wühlten, um auch die letzte Schaufel zu finden. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir uns zumindest mit dir verstehen könnten. Draco zog die Augenbrauen hoch und legte das letzte Sandspielzeug in die dafür vorgesehene Kiste. Wieso bekomme ich eine Sonderbehandlung? fragte er ein wenig schnippisch. Hermine ist mit Blaze und Pansy genauso befreundet wie mit mir. Ginny zuckte mit den Achseln, schloss ihre Tasche und schulterte sie. Ja, schon, sagte sie noch, bevor sie sich umdrehte und ging. Aber an die hat sie nicht in einem anderen Universum ihr Herz verloren. Kapitel 20 Eine Woche nach dem Desaster, wie Draco den fehlgeschlagenen Versuch einer Grillparty gedanklich betitelte, saß er bei Hermine in der Küche. Sie selbst war nicht anwesend, was daran lag, dass Draco unangekündigt bei ihr aufgeschlagen war und vergessen hatte, dass sie ein wichtiges Projekt im Labor hatte. Das war aber nicht weiter schlimm, denn Stippons hatte die Gelegenheit genutzt, um Draco zu zeigen, wie man einen Zeitumkehrer auseinanderbaute. Genau genommen war er gerade dabei gewesen, einen in seine Einzelteile zu zerlegen, Draco hatte noch nicht so ganz verstanden, wieso. Als Draco geklingelt hatte. Seine schlechte Stimmung, dass ihn jemand bei der Arbeit unterbrochen hatte, war einer hellen Begeisterung gewichen, als er gemerkt hatte, wer es war und so war Draco mehr oder weniger freiwillig in die Küche buxiert worden, wo er jetzt mit Fachbegriffen überhäuft wurde. Nicht, dass es ihn störte, er fand es immer noch wahnsinnig interessant. Außerdem bot sich ihm damit vielleicht sogar eine Gelegenheit, mehr darüber herauszufinden, was Ginny letzte Woche fallen gelassen hatte und was ihn seitdem nachts wachhielt. Ja, aber Andi hat sie auch nicht in einem anderen Universum ihr Herz verloren. Was sollte das bedeuten? Hermine hatte ihm gesagt, dass sie im anderen Universum mit ihm verheiratet gewesen war und auch, dass sie in den Wochen, die sie dort war, festgestellt hatte, dass er als Mensch doch ganz in Ordnung war. Und sie hatte ihn in der gesamten Zeit ihrer Freundschaft immer wieder mit diesem undefinierbaren Blick angeschaut. Sie hatte regelmäßig gemeinsame Aktionen initialisiert und wollte mehr über ihn erfahren. Hatte sich Hermine in den anderen Draco Malfoy verliebt? Und wenn ja, was nahe lag, wenn man Ginny glauben konnte, was genau wollte sie von ihm hier? Mochte sie ihn hier auch auf diese Weise? Mochte sie sie beide gleich? Oder war er der Ausgleich, weil sie den anderen Draco Malfoy vermisste und er eben das Nächste war, was an den Mann herankam, in den sie sich verliebt hatte? Draco musste zugeben, dieser Gedanke gefiel ihm gar nicht. Er wollte nicht die zweite Wahl sein. Um ehrlich zu sein, wollte er nicht einmal die erste Wahl sein. Er mochte Hermine nicht auf diese Art und Weise. Er wollte mit ihr Zeit verbringen, Spaß haben, spontane Ausflüge machen, nächtelang quatschen, alte Erinnerungen teilen und vielleicht sogar irgendwann Geheimnisse. Aber er wollte sie nicht küssen. Er hatte nicht das Bedürfnis, ihrer Hand zu halten. Er konnte sich nicht vorstellen, mit ihr zusammen zu wohnen oder sie irgendwann zu heiraten. Bei jemand anderem hätte er vielleicht gesagt, er wolle einfach nur Freunde sein. Aber das passte hier überhaupt nicht. Ihre Freundschaft war kein Nur und er wollte nicht einen Schritt weiter gehen. Im Gegenteil, ihre Freundschaft war wild und chaotisch und wunderbar, sie war spontan und unverbindlich. Das gegen eine Beziehung einzutauschen, wäre kein Schritt weiter, es wäre ein Schritt zurück. Oder, naja, nicht zurück, schließlich hatten sie nie eine Beziehung geführt, vielleicht eher ein Schritt zur Seite. Draco runzerte verärgert die Stirn, als ihm auffiel, dass seine Metapher nicht wirklich aufging. Wie auch immer, beschloss er dann, es war auf jeden Fall nichts Erstrebenswertes. Das Klicken eines Metallteils riss ihn aus seinen Gedanken und brachte ihn zurück in die Realität, in der Stippons gerade mit einer winzigen Pinzette eine kleine Klappe öffnete. Das Leuchten in seinen Augen brachte Draco selbst zum Schmunzeln. Stippons deutete in die winzige Öffnung hinein, die gerade zum Vorschein gekommen war. Darin schimmerte es bläulich. Das ist das Herz eines Zeitumkehrers, erklärte Stippons leise. Seine sonst so sprudelnde Begeisterung war einer ehrfürchtigen Bewunderung gewichen. Draco lehnte sich noch ein Stück weiter vor, um einen besseren Blick zu erhaschen. Ist es das, was dieses eine Team bei euch auseinanderbauen wollte? Fragte er. Stippons schnaubte amüsiert und nickte. Das Leuchten wird von einem winzigen Kern aus Molibdän abgegeben, der mit der Magie gefüllt ist, die das Zeitreißen ermöglicht, erklärte er. Wenn man einen Zeitumkehrer herstellt, wird aber beides gleichzeitig erschaffen. Der Kern und die Magie darin. Deshalb wissen wir praktisch nichts über die eigentliche Magie. Draco nickte. Das klang logisch, wenn auch nicht ganz verständlich, was vermutlich an seinem geringen Zauberkunst- und Physikwissen lag. Marco ist fest entschlossen, ihn aufzumachen und reinzuschauen. Stippons grinste. Wir sind alle gespannt. Er griff wieder nach seinen Instrumenten und nach einer kleinen Holzbox, aus der er eine kleine silberne Schraube nahm, die er in den Zeitumkehrer einsetzte, bevor er begann, ihn wieder zusammenzusetzen. Draco sah aufmerksam zu und fragte sich wieder einmal, wie Stippons, der mit seinen riesigen, begeisterten Gesten in Dracos Gegenwart schon das ein oder andere Mal größere Gegenstände umgeworfen, gegen Schränke gelaufen oder über Türschwellen gestolpert war, der gleiche Mann sein konnte, der jetzt mit ruhiger Hand Teile zusammensetzte, die kleinere Durchmesser hatten als Dracos Haare. Darf ich dich was fragen? sagte er irgendwann leise. Stippons gab ein konzentriertes, aber zustimmendes Brummen von sich. Wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Stippons sah Draco überrascht an. Christopher! antwortete er und setzte seine Pinzette wieder an, um die letzten Zahnräder wieder in die richtige Stelle zu schieben. Warum nennt ich keiner so? wunderte sich Draco. Stippons zuckte mit den Schultern. Stippons ist doch gut, sagte er. Hermine hat irgendwann gesagt, ich sehe aus wie ein Stippons und nicht wie ein Chris. Er schmunzelte. Draco musste lachen. Und irgendwie haben es dann alle übernommen. Er ließ das letzte Scharnier einrasten und begann dann, sein Werkzeug in das dafür vorgesehene Köfferchen zu sortieren. Apropos Hermine, wechselte Draco das Thema. Ist sie eigentlich einfach nur sehr im Stress oder kann es sein, dass sie mir aus dem Weg geht? Eigentlich hatte Hermine selbst diese Frage stellen wollen, als er hier auf der Türmatte stand. Aber sie war nicht da und er war unsicher. Er wusste, dass Stippons vermutlich nicht der richtige Ansprechpartner für solche Fragen war, aber da Hermine auf keine seiner Eulen geantwortet hatte und auch nicht, wie gewöhnlich, einfach mal bei ihm im Büro oder zu Hause vorbeigeschneit war, nahm er auch einen falschen. Stippons sah ihn unbeeindruckt, ein wenig irritiert und höchstens ein bisschen amüsiert an. Das fragst du mich? fragte er, ganz wie Draco erwartet hatte. Draco, ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Gefühlsgetöns und Frauen sind mir ein Buch mit sieben Siegeln, bei dem ich nicht einmal Interesse habe, es zu lesen. Sein Köfferchen klappte mit einem Schnappen zu. Dann hält er sich sein Gesicht auf. Warte, hast du was angestellt? fragte er grinsend. Gebt das Gossip, den ich nicht mitbekommen habe? Draco verschränkte die Arme und schüttelte den Kopf. So verzweifelt war er dann doch nicht, dass er die Probleme, die möglicherweise nur in seinem Kopf existierten, vor Hermines Mitbewohner ausbreiten würde. Alles gut, ich dachte, vielleicht hat sie was gesagt, sagte er also nur. Eine kleine unzufriedene Falte erschien auf Stippons Stirn. Wenn ich Hermine überrede, heute Abend zu dir zu gehen und das zu klären, erzählst du mir dann morgen, worum es ging? fragte er hoffnungsvoll. Draco runzelte die Stirn. Sehen wir uns morgen überhaupt? fragte er, denn er hatte eigentlich vorgehabt, normal ins Büro zu gehen und nicht geplant, diese Wohnung oder das Labor zu besuchen. Stippons zuckte mit einem schiefen Grinsen. Bisher war nichts vereinbart, sagte er nur. Draco musste lachen. Meinetwegen, gab er danach, wenn Hermine heute Abend bei mir auftaucht und wir das klären, erzähl ich dir morgen davon. Er sah auf die Uhr und ihm fiel auf, dass er sich beeilen sollte, wenn er Scorpius rechtzeitig von der Tagesbetreuung abholen wollte. Er stand auf und zückte zum Apparieren seinen Zauberstab. Na gut, dann bis morgen, Draco, sagte Stippons mit einem Scherz, schämischen Zwinkern. Draco schüttelte grinsend den Kopf. Bis morgen, grüßt er zurück, Chris. Obwohl Draco es nicht für möglich gehalten hätte, schaffte er es tatsächlich im Laufe des Nachmittags, das Gespräch, das Versprechen und die Verabredung am nächsten Tag, die sich auf dem Weg von der WG in Südost-London zum Kindergarten seines Sohnes fröhlich in seinen aufgeregten Gedanken abgewechselt hatten, zu verdrängen. Das lag vermutlich vor allem daran, dass ihm die Betreuerin halb begeistert, halb erschöpft berichtete, dass Scorpius als einer der Ersten in seiner Altersgruppe unkontrollierte Kindermagie hervorgebracht hatte. Leider hieß unkontrollierte Kindermagie nicht umsonst so und so hatte er alle Hände voll zu tun, seinen Sohn unter Kontrolle zu halten, der es überhaupt nicht einsah, die neu entdeckten Möglichkeiten, seine Stofftiere und Plastik-Dinosaurier vor sich her schweben zu lassen, nicht auch auf offener Straße zu demonstrieren. Was natürlich dazu führte, dass eines sich spontan entzündete, wie gesagt, das Wort unkontrolliert war in diesem Kontext nicht ohne Grund gewählt. Also hatte Draco auf der ersten Hälfte des Weges ein Kind, dessen Kuscheltiere flogen, und auf der zweiten eines, was ein riesiges Theater machte, weil sein Lieblingsspielzeug nunmehr ein kleiner Haufen Asche und geschmolzener Kunststoff war. Bei Astoria angekommen, stellte er fest, dass sie noch nicht von der Arbeit zurück war, auch wenn sie eigentlich etwa zeitgleich mit ihm dort hätte sein sollen. Wer jedoch da war, war Nathan, der offenbar mit ihr verabredet war und der die Gelegenheit nutzte, um bei Draco klarzustellen, dass er zwar schon eine Weile Interesse an Astoria gehabt habe, sich aber erst mehrere Monate nach der Trennung erlaubt habe, überhaupt in dieser Richtung zu denken und bis nach der offiziellen Scheidung gewartet habe, bevor er auf irgendeine Art dieses Interesse deutlich gemacht hatte. Draco war wirklich überrascht, dass es Nathan offenbar so wichtig war, das so deutlich zu sagen, und es tat ihm ein wenig leid, dass er sich nicht einmal richtig darauf konzentrieren konnte, weil, Überraschung, er immer noch einen kreischenden Zweijährigen beschäftigen musste, der nicht verstand, warum Daddy nicht einfach jetzt einen Reparo an dem geliebten Dinosaurier durchführen wollte. Draco hatte beschlossen, die Rettung des kreativ-Dino-getauften Spielzeugs nicht auf offener Straße durchzuführen, diese Logik entzog sich seinem Sohn allerdings. Zur Erleichterung aller tauchte Astoria wenige Minuten später auf, erlöste Nathan aus seiner unangenehmen Lage mit Draco, Draco aus seiner unangenehmen Lage mit Scorpius und Scorpius aus seiner unangenehmen Lage mit Dino. Draco verabschiedete sich nach kurzer Zeit und machte sich auf den Heimweg, sprang auf dem Weg noch kurz beim Supermarkt rein und kaufte Nudeln, geriebenen Käse und eine Dose Tomaten. Er war am Wochenende im Malfoy Manor zu Besuch gewesen und seine Mutter hatte sich herrlich darüber amüsiert, dass er ebenso wenig Talent für's und Interesse am Kochen hatte wie sein Vater. Dann hatte sie ihm, Zitat, das einfachste Nudelsoßen-Rezept überhaupt aufgeschrieben und Schritt für Schritt erklärt. Es waren nicht besonders viele Schritte. Als Draco also daheim war, beantwortete er zunächst noch ein bisschen Post, arbeitete dann an einigen Akten, las einige Gedichte seines Lieblingspoeten und ging dann kritisch noch einmal die vier Schritte des Rezepts durch, bevor er Knoblauch und Chili mit ein bisschen Öl in einem Topf kurz anschwitzen ließ und dabei feststellte, dass Knoblauch wirklich verdammt schnell braun wurde und verbrannt roch und dann die Tomaten darauf kippte. Angesichts der Tatsache, dass die Soße etwa eine Stunde vor sich hin köcheln sollte, stellte sich Draco einen Wecker auf eine Dreiviertelstunde, sodass er rechtzeitig die Nudeln aufsetzen würde und hatte sich gerade wieder in eine Reihe Sonnette aus der Zeit der Jahrhundertwende vertieft, als es klingelte. Er runzelte kurz die Stirn, dann fiel ihm das Gespräch von vorhin wieder ein und Stippons Chris versprechen, Hermine zu überreden, hier vorbeizuschneien. Schnell legte er ein Lesezeichen zwischen die Seiten und eilte in den Flur, um die Tür zu öffnen. Es war tatsächlich Hermine, die davor stand, das erkannte er schon durch die Milchglas-Scheibe der Haustür. Augenscheinlich wippte sie auf ihren Fußballen und Draco fragte sich unwillkürlich, worauf sie so ungeduldig wartete. Er zog die Tür auf und schaffte es gerade so, ein Hai auszusprechen, da trat sie entschlossen zwei Schritte über die Schwelle und drückte ihre Lippen auf seine. Draco konnte sich vor Schreck kaum bewegen. Er tat nichts, bewegte seine Lippen nicht. Seine Hände hingen ein wenig nutzlos an ihm herunter und kurz kam er auf die Idee, dass er sie nutzen könnte, um Hermine wegzuschieben, aber irgendwie reagierten die nutzlosen Gliedmaßen nicht. Dann fiel ihm auf, dass Hermine ebenfalls nichts tat. Er hatte schon ein paar Menschen geküsst und dieser Kuss schaffte es, ohne dass er groß darüber nachdenken musste, auf Platz 1 der unspektakulärsten Küsse überhaupt. Nach vielleicht 10 Sekunden trat Hermine einen Schritt zurück und sah betreten zu Boden. Gerade hatte sich Draco dazu durchgerungen, etwas zu sagen, da lachte Hermine etwas gequält. Nein, ich mag dich wirklich nicht auf diese Weise. Draco runzelte die Stirn. Auf welche Weise? fragte er. Sie gestikulierte wild. Auf diese romantische, kitschige Kussart und Weise, erklärte sie. Sorry, ich war mir dazwischendurch wirklich nicht mehr sicher, aber jetzt schon. Sie atmete tief durch und sah Draco in die Augen. Es tut mir leid. Ginny hat mir erzählt, was sie die letzte Woche gesagt hat und das hat mich ein kleines bisschen verunsichert. Zwei Dracos und alles und deshalb bin ich dir ein bisschen aus dem Weg gegangen, um mich zu sortieren und so. Sie holte noch einmal Luft. Aber jetzt bin ich mir sicher. Draco war ein bisschen überfordert von diesem Redeschwall. Ich ähm setzte er an, aber er wusste nicht so genau, was er sagen sollte, beziehungsweise er wusste nicht so genau, was er als erstes sagen sollte, also deutete er den Flur hinunter in Richtung Wohnzimmer. Vielleicht kommst du erstmal richtig rein, schlug er vor. Hermine schien kurz zu überlegen, dann nickte sie, zog ihren Umhang aus und hängte ihn an die Garderobe, bevor sie Draco ins Wohnzimmer folgte. Also du hast kein romantisches Interesse an mir, fragte er, einfach um klarzustellen, dass er das richtig verstanden hatte. Sie schüttelte den Kopf. Sorry, schob sie noch hinterher, aber er reagierte nicht darauf. Aber für den anderen Draco, fragte er ein bisschen unsicher. Hermine seufzte und ließ sich in einen Sessel fallen. Das ist ein bisschen komplizierter, sagte sie. Draco hob eine Augenbraue und setzte sich zurück auf seinen Platz auf dem Sofa, von dem ihm die Klingel hochgeschreckt hatte. Für einige Sekunden lieferten sie sich einen Starkampf, dann gab Hermine auf. Er, er liebt sie wirklich, sagte sie dann leise. Die andere Hermine meine ich. Draco biss sich auf die Lippe. Hör mal Hermine, sagte er dann, es tut mir wirklich, wirklich leid, aber ich, ich kann nicht. Er wusste selbst nicht einmal, wofür er sich entschuldigte. Sie machte eine unwirsche Handbewegung. Nein, 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 sagte sie schnell. Das meine ich überhaupt nicht. Ich will gar nicht, dass du, keine Ahnung, ist jeder knarzt ein wenig unter dem Stoff ihres Rocks. Es ist nur, für eine Weile dachte ich, ich bin sie, und es ist wirklich schwer, jemanden nicht zu lieben, der dich anseht, als wärst du seine Sonne im Mond und Sterne. Sie sah ein wenig missmutig ins Leere, dann wanderte ihr Blick wieder zurück zu Draco. Ich bin zurück hierher gekommen und ich war traurig, weil ich ihn hart, dich jemand ansieht, als wärst du seine Sonne, Mond und Sterne und du feststellst, dass du ihn nicht liebst. Draco runzerte ein wenig die Stirn, er war sich nicht sicher, ob er ihr wirklich folgen konnte. Hatte sie sich nun in ihn verliebt oder nicht? Es fühlt sich großartig an, so sehr geliebt zu werden, sprach Hermine weiter, entweder weil sie seine Verwirrung bemerkt hatte oder einfach für sich selbst. Aber ich bin nicht sie und ich liebe nicht so. Sie stand auf und begann unruhig auf- und abzugehen. Ich bin einfach, ich suche nicht nach romantischer Liebe, gar nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich bin so viel glücklicher, wenn es einfach ich und die Welt sind. Sie blieb stehen und sah kurz Gedanken verloren aus dem Fenster. Dann drehte sie sich wieder zu Draco herum. Ich liebe Harry und Ginny und Ron, fuhr sie fort. Ich liebe Stippons und ich habe angefangen dich zu lieben. Ich liebe euch alle und ich liebe die Art wie unsere Freundschaften auf völlig unterschiedliche Arten funktionieren. Ich liebe dieses Leben und ich werde nicht länger auf mich einreden lassen, dass ich mich verlieben muss oder eine Beziehung haben muss, um glücklich zu sein. Fast ein bisschen trotzig kam sie wieder zurück, durch den Raum gestapft und ließ sich neben Draco aufs Sofa plumpsen. Ich werde mich nicht länger dafür entschuldigen, wer ich bin, erklärte sie, und ich hoffe wirklich, dass du dich nicht in mich verliebt hast und jetzt fürchterlich enttäuscht bist. Draco wollte oder so. Aber ich will wirklich keine Beziehung mit dir. Hermine grinste zum ersten Mal, seit sie das Haus betreten hatte, was für einen so fröhlichen Menschen wie sie eine wirklich verdammt lange Zeit war, um grimmig oder unsicher auszusehen. Uff, machte sie dramatisch, bin ich glücklich, das zu hören. Für eine kurze Weile saßen sie einfach beide da und genossen es, dass sie geklärt hatten, was da zwischen ihnen war, nämlich gar nichts. Apropos geklärt, Draco musste grinsen. Das war sicher eine lustige Geschichte, die Chris da morgen zu hören bekommen würde. Sein Lächeln wurde noch ein bisschen breiter, als ihm auffiel, wie schnell sein Hirn Stipp uns vornahmen als richtig abgespeichert hatte. Und noch ein Stück breiter, als ihm noch etwas anderes auffiel. Sag mal, begann er und lenkte damit Hermines Aufmerksamkeit wieder auf sich. Was würdest du dazu sagen, wenn ich mit deinem Mitbewohner ausgehen würde? Hermine schmunzelte und verschränkte Kokett die Arme. Du gehst mit Stippons aus? fragte sie überrascht. Draco schüttelte schnell den Kopf. Nein, nein, tu ich nicht, ruderte er ein Stück zurück. Aber auf ihren erwartungsvollen Blick gab er zu. Aber möglicherweise würde ich gerne. Ihr Schmunzeln wurde wieder zu einem breiten Grinsen. Okay, sagte sie schulterzuckend und sah ihn dann fragend an. Soll ich ihm das sagen, wenn ich nach Hause komme? Draco runzelte irritiert die Stirn. Was? fragte er verwirrt. Nein, warum solltest du? Ich kann meine potenziellen Dates selbst fragen, ob sie mit mir ausgehen wollen, vielen Dank. Sie hob ab während die Arme. Okay, sagte sie, warum hast du mir das dann erzählt? Draco schüttelte amüsiert den Kopf. Um dich darüber zu informieren, erklärte er, und um dich zu fragen, ob das für dich okay ist. Sie wirkte immer noch ein wenig überrascht und wedelte ein bisschen überfordert mit den Händen. Klar, was auch immer, murmelte sie, aber macht bitte nichts meiner Gegenwart und fragt mich niemals um Rat, wenn es um Dates geht. Ich bin schlechter drin und ich hasse es. Du kannst Pansy als deinen persönlichen Beziehungsguru und Trost-Teddy benutzen. Draco musste lachen. Das würde ihr gefallen, vermutete er. Sie hob nur eine Augenbraue. Er biss sich auf die Unterlippe. Also macht das dir wirklich nichts aus? hakte er noch einmal nach. Und du denkst, er würde ja sagen? Sie verdrehte die Augen und machte auch das passend genervte Geräusch dazu. Merlin, dich hat's ja schwer erwischt, kommentierte sie mitleidig amüsiert. Können wir bitte aufhören, darüber zu reden, sonst bekomme ich noch Karies. Draco seufzte. Aus ihr würde er wohl nichts Hilfreiches mehr herausbekommen. Na gut, gab er nach. streifte mit den Füßen ihre Schuhe ab und zog ihre Beine auf die Couch. Und nur fürs Protokoll, sagte sie dann noch. Natürlich wird er ja sagen, du Idiot. Sie verdrehte noch einmal die Augen. Hast du nicht gesehen, wie er dich anschaut? Sonne, Mond und Sterne, sage ich nur. Draco öffnete den Mund, um etwas darauf zu erwidern, aber sie legte ihm sofort einen Finger auf die Lippen, um ihm das Wort abzuschneiden. Uh, 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 machte sie warnend, frag ihn einfach, und jetzt lass uns über etwas anderes reden. Sie schnupperte in der Luft, die sich, wie Draco jetzt auch feststellte, langsam mit dem Duft von Tomatensauce füllte. Oh, es riecht essbar in deiner Küche, freute sich Hermine und stand auf. Kann ich zum Essen bleiben? fragte sie, schon auf halbem Weg in die Küche. Draco beeilte sich ihr zu folgen. Ich hatte zu Mittag nur ein, wie sagen die Muggel, verbranntes Käsesandwich. Gegrilltes, korrigierte Draco, denn das war vermutlich der einzige Muggelbegriff, den er kannte, weil es sich zufälligerweise mit dem deckte, was er in der Küche für gewöhnlich zustande brachte. Hermine schüttelte den Kopf. Nein, nein, meinte sie und lugte in den Topf. Verbrannt ist genau das Wort, was ich gesucht hatte, danke. Jetzt war Draco derjenige von ihnen, der die Augen verdrehte. Natürlich durfte Hermine zum Essen bleiben, die einfachste Tomatensauce der Welt machte ihrem Namen alle Ehre und schmeckte hervorragend, was sogar die ziemlich matschigen Nudeln ausglich, die Hermine und Draco gezaubert hatten. zu sehen, da ihrer beider Talente bei Kochzaubern noch geringer bemessen waren als beim tatsächlichen Kochen an sich. Sie aßen gemeinsam, Hermine gab einem Käserei bezaubert zum besten, Draco berichtete von Dinos Schicksal und Hermine davon, dass Marcos Team beinahe das halbe Labor gespringt hatte und jetzt zu großen Teilen mit Verbrennungen im St. Mungus waren. Aber keine Sorge, die Verbrennungen sind nur zweiten Grades. Schnell waren die Gespräche wieder bei belanglosen Dingen angekommen, als es zum zweiten Mal an diesem Abend an der Tür klingelte. Draco und Hermine tauschten einen überraschten Blick und sie folgte ihm neugierig, als er zur Haustür ging. Die zwei Personen, die davor standen, waren mehr als überraschend. Hermine und Draco tauschten einen erstaunten Blick. Hi, sagte Pansy. Wie praktisch, dass ihr beide hier seid. Wir kommen, um uns für letzte Woche zu entschuldigen, ergänzte Ron. Draco trat zum zweiten Mal innerhalb von zwei Stunden wortlos zurück und ließ sie eintreten. Wir waren eben noch bei deiner Wohnung, Hermine, informierte Pansy sie, während sie sich wie selbstverständlich ihres Mantels entledigte, weil ich mich erinnert habe, dass du da eigentlich Er hatte ihr gestern davon erzählt, dass er heute bei Hermine vorbeigehen wollte. Allerdings war nur ein echt witziger Kerl da, der beinahe geleuchtet hätte, als ich nach dir und Hermine gefragt habe, du solltest mit dem ausgehen. Sie marschierte schnurstracks ins Wohnzimmer. Draco, Hermine und Ron folgten ihr. Draco schmunzelte. Hatte ich vor, erklärte er. Sie drehte sich auf dem Sofa nieder. Kann ich dein Beziehungsguru sein? Hermine und Draco tauschten einen amüsierten Blick und nahmen ebenfalls um den Couchtisch herum Platz. Ron folgte ihrem Beispiel nach einer auffordernden Geste Dracos. Zurück zum Thema, erklärte Pansy. Er stand heute Morgen bei mir im Postamt und wollte reden. Sie deutete fast anklagend auf Ron, der abwehrend die Hände hob. Du warst die Einzige, von der ich wusste, wo ich sie finden kann, weil sich Harry immer beschwert, dass Ginny nicht aufs Postamt geht, weil sie dir nicht begegnen will, verteidigte er sich. Ich hätte lieber mit Sabine geredet. Tja, Pansy verschränkte die Arme, wirkte allerdings eher amüsiert als beleidigt, was Draco vermuten ließ, dass die beiden im Laufe Ok, machte Hermine ungläubig und auch Draco konnte nicht ganz fassen, dass das hier wirklich passierte. Also haben wir mit den anderen geredet und beschlossen, dass wir noch eine Party organisieren, sprach Ron weiter. Ihr kümmert euch um gar nichts. Erstens, weil ihr genug getan habt und wir dran sind und zweitens, weil ihr absolut schlechteren seid. Hermine und Draco grinsten. Vielleicht sollten sie beleidigt sein, aber unterm Strich hatten sie jetzt weniger Arbeit, also Das Ganze findet bei den Potters statt. Es und Ginny machen beide Salate, Harry und ich haben jeder einen Grill, erklärte Pansy. Sowohl für die Salate als auch für das Grill gut verteilen alle anderen Punkte im Blindtest. Außerdem spielen Ron und Blaze eine Runde Schach gegeneinander, dessen Sieger auch Punkte bekommt. Das Sie beide sahen sehr selbstzufrieden aus. Hermine und Draco tauschten einen Blick und wurden sich stumm einig, möglichst unbeeindruckt zu nicken. Aber innerlich tauschten sie hundert High Fives und jubelten, denn sie hatten es geschafft. Gryffindors und Slytherins hatten gerade etwas gemeinsam auf die Beine gestellt, aus dem zweifelsohne etwas Großartiges werden konnte. Und alles, was es dazu gebraucht hatte, waren zwei hartnäckige 27-Jährige und ein kleiner Ausflug in ein Paralleluniversum. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und jetzt bis zur nächsten Geschichte Deine Jana